Okay, ich sollte live sein. Ich denke mal, ich bin live. Okay, live seit neun Minuten. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann... Live seit 23 Sekunden. Okay, dann starten wir schon mal das Spiel. Und... Erstmal Hallöchen. Herzlich willkommen auf YouTube. Herzlich willkommen auf Twitch. Und... Ja. Heute bleibe ich wahrscheinlich allein. Aber das macht nichts. Hoffe ich mal. Und wenn nicht, dann wird uns... Flip den Nächst auch wieder besuchen. Was war denn hier? Poison. Wieso ist das vergiftet? Das war doch mal... Das war doch mal sowas hier. Das sollte doch ein Bio-Use-Dings sein. Und das nehme ich jetzt nochmal. Ja, hat auch irgendwie funktioniert, dass daraus gleich ein bisschen mehr geworden ist. Interessant. Hauptsache, daraus wird jetzt auch wieder mehr. Aber interessant, dass das zu Häusern geworden ist. Ich hatte doch mal... Achso, das habe ich wahrscheinlich schon längst wieder abgerissen. Aber hier war doch mal so eine Art Brunnen. Genau. Das fühlt sich alles mit Sulfuric Acid. Was auch nicht schlecht ist. Aber ich frage mich gerade, ob ich daraus Organic Soup machen kann. Ich glaube es zwar nicht, aber... Wer weiß. Ach, ich bin doof. Ich habe doch das... Ich habe doch gerade die Organic Soup da drin gelassen. Aber... So, ein Tropfen sollte ja reichen. Wenn es reicht. Aber interessant, dass sich... Ne, das wird zu irgendwas anderem. Interessant. Oben ist Schleim. Und unten ist irgendwie hartes Gestein. Interessant, dass das... Das will ich gleich mal... Ah, ich glaube ich bin nicht geschützt gegen Sulfuric Acid. Ich werde mich mal hier so ein bisschen verstecken. Okay, Schleimblöcke. Und... Äh, Tari Stone. Interessant ist das. Da kommt noch mehr Tari Stone raus. Das sind zwar wahrscheinlich die ganzen kleinen Tröpfchen von... Ähm, Sulfuric Acid, die... Äh, ne, äh, von organischer Suppe. Die jetzt da noch so drauf sind. Interessant, Tari Stone. Kann ich damit irgendwas cooles machen? Es ist... Quashable. Und... Hallo, Backflip im Chat. Wir haben Slime im Lager, glaube. Okay, gucke ich gleich mal nach. Ähm, der Witz ist ja, dass ich jetzt in diesem... In dieser Folge die... Schleimbrüstung machen möchte. Und mit der Schleimbrüstung will ich dann nochmal auf den... Ah, ne, Protopoison ist ja... Äh, hab ich ja schon. Achso, ich wollte wissen, was dieser... Ist das schon wieder giftig geworden? Ich glaube ja. Ah, okay. Interessant. Äh, ich weiß noch nicht, welche Mechanik da... Dahinter steckt. Okay, das hält nur ein bisschen an. Und dann wird aus Organik-Soup wieder irgendwie Gift. Interessant. Vielleicht, weil sie irgendwie mit dem Freien... In der Verbindung steht. Jetzt ist sie wieder grün geworden. Hm. Aber ich sollte mich mal ein bisschen heilen. So. Ähm, wenn dir was fehlt, kann ich auch kurz online kommen und schauen, ob ich es im Inventar habe. Äh, nö, musst du nicht extra. Du hast ja geschrieben, dass es heute nicht so gut ist. Deswegen... Alles kein Problem. Ich weiß selber noch nicht, wie lange und ob ich überhaupt jetzt streamen möchte. Also... Ich streame schon, aber... Ich meine, wie lange? Welchen Planeten bin ich denn jetzt gerade? Bin ich immer noch auf dem, wo ich das letzte Mal gestorben bin? Ne, das ist auf jeden Fall ein anderer. Ist das schon der Schleimplanet? Ja, das ist der Schleimplanet. Level... 4. Okay. Auf dem wollte ich ja dann ein bisschen umhersuchen, aber ich habe gerade gelesen, glaube ich zumindestens im Augenwinkel, dass der giftig ist. Die Atmosphäre ist von giftigen Gasen durchdrungen. Ich glaube, Giftgas kann ich noch nicht so gut. Obwohl, äh, Gas steht da allgemein. Vielleicht ist damit auch Giftgas gemeint. Ich gehe erst mal runter und gucke mal, ob ich gleich vergiftet werde. Ähm. Das sieht nicht gut aus. Milzpäusen. Da bin ich Resistence erscheint. Interessant. Hier regnet jetzt Schleim schon mal runter. Das finde ich lustig. Hier kann ich was ernten. Ach, das ist das gleiche wie immer. Und hier haben wir ein paar Gegner. Okay, das war's schon mit dem Gegner. Hier haben wir noch eine Energy Flower. Ähm, Slime Blobs. Ich glaube, das ist das, was ich wollte. Mal sehen. Was kriegt man hier raus? Slime Tree Sapling und Slime Blobs sind da nochmal rausgekommen. Interessant. Jetzt wird's gerade wieder dunkler auf dem Planeten. So. Red Quest Seed. Oh, das macht eigentlich Spaß hier auf dem Planeten. Hier ist schon wieder ein neues Biom. Das sehe ich an den anderen Planeten. Äh, an den anderen. Was ist das für eine Flüssigkeit? Seht aus wie Tau oder so. Swamp Water. Okay. Warum auch immer man Swamp Water braucht. Ähm, wie liefen die Klausuren letzte Woche? Äh, ja. Äh, sie liefen. Also, die Klausuren waren beide heute. Beide am heutigen Tag. Und es war anstrengend. Erste Prüfung war mündlich. Die habe ich gerade so geschafft. Weiß ich nicht, ob ich darüber glücklich oder traurig sein soll. Weil ich habe definitiv viel mehr gelernt. Aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich sie habe. Und bei der zweiten Klausur, die war schriftlich. Und da bin ich mit der Zeit nicht fertig geworden. Und das war dann auch ziemlich traurig. Weil ich definitiv auch gedacht habe, dass ich da ein bisschen besser werde. Aber... Ja. Dann... Danach war ich ein bisschen fertig. Habe mir Essen gemacht. Habe leicht gedöst. Und dann das so halb andrennen lassen. Ja. Und dann war ja schon Stream. Genau, ich wollte im Lager nachschauen. Aber was wollte ich eigentlich im Lager nachschauen? Achso, ich wollte auch mal zum Spaß gucken, ob ich das hier quaschen kann. Ähm, den Tari Stone. Ah, okay. Mal gucken, was hier rauskommt. Tar. Und Öl. Und das ist eigentlich ziemlich viel, was wir aus... Äh, was war das? So Ölfuhr und... Äh, also Späfüllzeug und Organic Soup rauskriegen. Interessant. Aber jetzt ist es auch schon vorbei. Coolt auf Volcanic Walk. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Und Obsidian. Obsidian, glaube ich, gibt eigentlich auch noch was Cooles. Das ist schneller durch. Muss ich nicht so lange warten. Okay, da gibt es ein bisschen Lava. Das ist ja albern. Und ein Stückchen Kupfer. Und Ash ist hier drin. Oh, es hat sogar tatsächlich funktioniert. Ah, hier ist auch nochmal solches Zeug. Ähm, ich habe noch gar keinen Plan. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu früh angefangen zu streamen. Obwohl es richtig spät schon ist. Ich wollte gucken bei... Ich glaube, einmal bei Baby. Slime Rüstung. Kann ich zumindest erforschen. Genau, der Slime Blob. Den wollte ich haben, damit ich erstmal das Tier researchen kann. Also, für Tier 2 brauche ich... Was ist das? Endomorphic Jelly. Das klingt ja spannend. Mal gucken, ob wir das irgendwie erzeugen können. Es klingt so ein bisschen nach... Äh... Es klingt so ein bisschen nach... Chemiedingens. Okay, Endomorphic Jelly als Output. Extraction Lab. Okay. Und Endri... Äh... Zentrifuga... Äh... Industrielle Zentrifuge mit Slime. Ich glaube, damit ist der flüssige Schleim gemeint. Jelly Block... Jelly Block... Gelantinestone... Jelly Blob... Jelly Blob und Jelly Block. Okay. Und Caspar Quistel... Und Void Carp... Und Vorizid. Aber ich weiß nicht, ob ich Vorizid da reinschmeißen möchte. Ähm... Schreibe morgen eine nach. Hab aber das Gefühl, ich bin morgen noch mehr krank. Aber... Muss gehen. Sonst keine Abi-Zulösung, weil es Vorabi ist. Okay. Na dann auf jeden Fall ruhe dich lieber aus, als dass du hier mir jetzt zuschaust, wie ich, äh... Keine Ahnung hab, was ich hier wirklich tue. Ähm... Ich rechne nicht damit, dass das heute wirklich produktiv wird. Mal sehen. Kann ich die Schleimrüstung jetzt schon hier bauen? Ich hab das ja gerade freigeschaltet. Dachte ich zumindestens. Wenn ich jetzt hier Slime eingebe... Gebe nochmal ein bisschen mehr ein. Da ist er doch. Interessant, was macht denn das Teil hier, wenn das... Da kommt, wenn... Ah, ich bin gegen Slime-Immun. Okay. Irgendwas hilft denn das? Slime-Immun, Slime, Mud, Clay. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Was brauche ich dafür? Algen, Slime-Gem und... Da brauche ich schon diese Endomorphic-Jelly-Zeug-Geschichte. Ich kann ja mal gucken, ob wir davon schon irgendwas haben. Zweifel ist aber gerade... Oh, doch, wir haben zwei. Aber nur zwei. Und Algen haben wir gerade auch relativ wenig. Zumindestens in dem Ding. Aber... Ähm, das Zeug... Äh, das hier erzeugt ab und zu welche. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen... Bisschen... Algen. Lass mich raus hier! Zappa... Ist das dein Ernst? Nein, du sollst mitkommen. Aber du sollst mich nicht hier einsperren. Es ist ja fast schon Meuterei. So, ich sammle mal kurz hier Miete ein. Okay, ein bisschen Heilungsgedöns. Und du hier, was gibst du mir? Bandagen. Das ist doch schon besser. Habe ich gerade irgendwelche Ärzte zum Verschmelzen? Oh. Ah, diese Particles. Die sind doch auch ganz wichtig für Forschung. Ich glaube, die haben wir schon längst, die Forschung. Aber trotzdem... Kann ich das hier reinschmeißen und schmelzen lassen? Ja, schade. Ähm... Ich glaube, ich... Ah, ich weiß nicht. Schmeiße ich das da rein? Mit dem hier kann man da eigentlich fast nichts falsch machen. Höheren Tearspring zwar mehr, aber... Da können wir auch wieder neu einsammeln. So, erstmal zum Schiff. Und dann auf der Suche nach dem endomorphigen Schleim. Ähm... Rüstung sollte eigentlich okay sein. Wie sieht es denn mit Nahrung aus? Bevor ich auf das Versehen verhungere auf dem Planeten. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Nahrung von verschiedenen Dingen. Ich habe hier ein Stück Fleisch, das... Ähm... Nicht mehr ganz gut aussieht. Kann man das mal schnell durchbraten. Und am besten dann gleich essen. Dann sollte ich doch wieder fit sein. Obwohl... Ähm... So ein Campfire... Ich glaube, davon habe ich noch vier. Genau. Das kann ich mal kurz irgendwie hier aufs... Hier... Das sieht doch so aus, als könnte man dort ein Feuer machen. So, die Sicherheitszone. Kann ich jetzt mal kurz... Alles... Okay, es ist nur das Fleisch. Ich dachte, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr... An Nahrung, die ich gerade verarbeiten kann. Aber nö. Okay. Looks less than fresh. Okay, das Zeug ist dann auch bald Geschichte. Kirikirifut. Ähm... Heels in Darkness. Ich habe... Keine Ahnung. Das sollte eigentlich nicht passieren jetzt. Ich mag eigentlich keine Dunkelheit. Achso, was habe ich denn für ein Backpack? Das habe ich gerade... Überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm... Radiation Level und Erkios Shard. Und ich scheine... Oh, hier regnet irgendwas, was... Mich hochspringen lässt. Nee, das war Gift. Interessant. Oder ist das der normale Regen, der... Das ist Gift. Und ich werde gerade von irgendwas beschossen. Oder ist es... Ähm... Gott, lass mich doch mal... Hier vorbei. Oh. Hier ist ein Auftrag. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt annehmen will. Ähm... Wie geht's? Hallo Schmorph. Oder Smorph. Wie auch immer. Ähm... Mir geht's gerade gut. Ähm... Ich würde diesen Auftrag jetzt erstmal noch nicht annehmen. Aber ich würde gerne diesen Diamanten und das andere, was hier drin ist. Oh. Ich könnte mir hier eine Flagge machen. Ähm... Dann kann ich hier zurück teleportieren. Und eventuell dich dann im nächsten Stream mitnehmen. Damit... Äh... Du den dann auch aufnehmen kannst. Äh... Backflip. Wenn ich meine Flagge finde. Oder habe ich die irgendwo anders hingesetzt? Wieso habe ich überhaupt so viele Möbel? Ist das überhaupt das? Oder ist das so... Ist das so ein Ding? Okay. Ich kann hier wahrscheinlich gar nichts bauen. Okay. Da kann ich. Ähm... Quest... Ähm... Mininock. Oder so ähnlich wie die heißen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie sie genau geschrieben wird. Aber... Das sollte auf jeden Fall reichen, damit ich... Da wieder zurückfinde. Ernsthaft? Da ist noch ein Auftrag? Oder es ist wahrscheinlich der gleiche? Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Aber das ist doch gut. Dann haben wir hier gleich zwei Sachen. Ah ja. Ich habe vergessen, dass diese Rüstung kaum rüstet. Sondern eigentlich nur für einen Angriff da ist. Algepot. Okay. Ah, der Gelatine-Stein. Den braucht man ja... Da kriegt man vielleicht auch ein bisschen Endomorphic-Jelly draus. Kann ich das einsammeln? Ja. So. So, das reicht erstmal. Leuchtet das Zeug? Das sieht ja cool aus. Das ist der Jelly-Block. Okay. Dann habe ich da auch gleich mal ein bisschen Jelly-Block. Gott lässt sich das hier bescheiden navigieren. Erstmal mich selbst einschütten. So. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Aber ich wollte mal zum Kern von dem Planeten. Gucken, was da für ein feiner Kern ist. Und dann schon wieder raus. In der Hoffnung, dass es vielleicht ein Schleimkern ist. Na toll. Jetzt bin ich so eingebaut, dass ich... Dass ich das Ding nicht mehr benutzen kann. Aber ich scheine nicht zu ersticken. Irgendwie habe ich Sauerstoff-Protection. Ach stimmt. Ich glaube, Gas heißt auch, dass ich nicht ersticken kann. Das kann jetzt dauern. Ah, Moment mal. Ich habe doch eine Spitzhacke. Achso. Ah, ich bin fast frei. Kann ich auch das wieder benutzen? So. Das ist mir gerade ein bisschen zu dunkel. So. Ähm, hier kommt dann der nächste Schleim wieder raus. Es ist alles schleimig. Okay. Okay, dann versuche ich mal hier in die Gegend zu... Ah, hier ist Erz, oder? Ist das Erz? Ah, Hilfe. Safety First Combat... Äh, Captain. Okay, ja. Danke, mein Freund, dass du an meine Sicherheit denkst. Achso, das Viech ist friedlich. Glaube ich zumindestens. Ähm. Sehe ich hier irgendwelche Metalle? Da war was. Glaube ich. Achso, das darf ich jetzt natürlich nicht provozieren. Okay, was war das? Ach, äh, Jalandine Stone. Schau mal in den Chat, da habt ihr mal was gefragt. Okay, ähm... Wie geht's? Ähm, versuche am Donnerstag zu streamen. Für Honor vielleicht. Okay. Ähm. Gerne. Dann wünsche ich... Donnerstag ist immer so ein Tag, wo ich mit Freunden unterwegs bin. Deswegen werde ich da wahrscheinlich nicht dabei sein können. Okay. Mal schauen. Vielleicht schaue ich mir im Nachhinein ein. Nee, weiter oben. Ah, Moment. Äh, was hältst du davon, wenn wir nach Starborn-Projekt ein Spiel zusammenstream? Entschwaudet sieht sehr geil aus. Oder Sons of the Forest. Ich bin eher für Entschwaudet. Ähm, Sons of the Forest hat immer so ein... Ja gut, ich hab's bei Gronkh geguckt, aber das, das, äh... Ähm... Eher entschwaudet. Aber das kann man ja mal anschauen, dann. Wenn's soweit ist. Weiß sowieso nicht... Äh... Wie lange ich hier das noch spiele. Eigentlich war das als Langzeitprojekt gedacht. Und... Man kann's erst mal... Hoppla, ach ja, jetzt hab ich den aus Versehen trotzdem angegriffen. Wollte ich eigentlich gar nicht angreifen. Jetzt kommt der nächste gleich. Der hat einen coolen Angriff. So, hier ist wieder dieser Jelly-Block. So. Ah, da ist ein... Ich wollte grad sagen, das ist so eine besondere Tür. So, hier fällt alles zusammen. Es ist ein bisschen schwierig, um dann wieder rauszukommen. Oder um mich wiederzufinden, falls ich hier drin versterbe aus Versehen. So, da will was mich angreifen. Glaub ich. So, so ein ganz typischer Klischee-Schleim hier. Okay. Jetzt geht die nächste Schleimjagd nach unten. Sozusagen. Hoppla. Muss halt aufpassen, dass ich nicht zu sehr sterbe hier. Obwohl, ich glaub, die kann ich mit dem Ding kaputt machen. Okay, jetzt kann ich mich erstmal kurz hier erholen. Eine leichte Bandage zu mir nehmen. Der ist noch nicht aggro auf mich. Im Gegensatz zu fast allen anderen hier. Und das hier ist immer noch... Ist immer noch aggressiv. Okay, da ist mein Freund hier. Ich guck mal kurz mit Fackeln, wie die Umgebung aussieht. Okay, das ist alles grün. Nicht an die Fackel setzen. Sieht auch interessant aus. Oh, da ist... Das sind ein paar Kisten. Geh gleich mal hin. Okay, dann ab zu den Kisten. Und... Hoffentlich... Das senke ich da nicht aus. Wir sehen alles in diesen Schleimblobs drin. Oh, das sind ein paar Metalle. Titanium Ohr. Stimmt ja, es ist immerhin ein Level-4-Planet. Also von daher... So, zum Glück ist das fast alles tot, wenn ich es mit dem Schwert erwische. Interessant, dass das so leuchtet, wenn ich es aus Versehen umbringe. Oder mit Absicht. So, Meta-Manipulator-Modul. Yay. Noch eins. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Drei. Okay. Und hier drin? Nochmal drei. Das müssten jetzt alle Kisten gewesen sein. Ja. Geht's da unten weiter? Sieht zumindest aus, als ob... So. Hab mal drüber nachgedacht, was... Mit... Mit wem... Okay. Kann ich kurz Pause hier machen? Ja. Achso, mit der Taste kann ich das machen. Hab mal drüber nachgedacht, was... Äh... Mit... Dem, was du gesagt hast, ähm... Wie ich das Projekt beeinflusst habe. Hab, äh... Alles wesentlich schneller gemacht. Lava-Farm. Und bin sehr schnell vorangeschritten. Also T6-Buffen für uns besorgt und so. Ähm... Hoffe, das hat das LP nicht negativ beeinflusst. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass du das negativ beeinflusst hast. Ähm... Ich guck mal kurz im Chat. Vielleicht auch mit Discord, wenn du willst. Ähm... War das an mich gerichtet oder an Smurf? Ähm... Discord kann ich grad nicht aufbauen. Da müsste ich jetzt ein Laptop aus dem anderen Zimmer holen. Habe ich jetzt, äh... Nur bedingt Lust dazu, ehrlich gesagt. Ähm... Ich hätte... Ich hab auch drüber überlegt. Ähm... Ich hätte das halt hier alles sehr, sehr viel langsamer gemacht. Aber... Ähm... Ist ja trotzdem nicht so schlimm, weil... Wer meinen Kanal kennt und hier die Let's Plays der letzten Zeit sich angeschaut hat... Das hat halt so eine Geschichte schon, dass ich relativ schnell irgendwie immer wieder... Aufhöre. Ich hatte das letzte Mal jetzt ein City Skylines Let's Play, was ein bisschen... Im Sande verlaufen ist. Einfach, weil ich... Hoppla. Okay, hier ist irgendwie so eine goldene Stufe. Da, wo ich grad draufstehe. Es ist tatsächlich Honig. Interessant. Da ist so ein Ding zum Abernten. Interessantes Biom, wo ich jetzt gerade bin. Aber es sieht trotzdem alles immer noch nach dem ganz normalen Schleim aus. Das ist ab und zu Honig Schleim. Na, schnell, bevor ich gegangen bin. Mit Discord, äh, wenn wir Entschrouded spielen würden. Achso, ja. Das, das auf jeden Fall. Ich glaub, das macht Sinn. Honey Material. Okay. Das ist ein Honey Biom? Das ist ja cool. Okay. Ah, jetzt kommen hier auch, ähm, Honey Blocks, Blocks, ein bisschen Titanium. Ich freu mich halt auch noch über diese einfachen Sachen. So, da unten wird grad alles zugeschüttet. So, jetzt hört's mal langsam auf. So, und jetzt hier fließt alles nach. Da ist irgendein Arter, äh, eine Erzader. Nehmen wir natürlich mit. Ah, es war nur Silberohr. Okay, Honey, komm, Material. Da ist noch ein bisschen Titanium. So. Da ist noch mehr Titanium. Ich hab, ah, da ist noch so ein, so ein Kristallin-irgendwas-Gedöns. Ich hab mich auch mit. So, die Pflanzen haben wir jetzt eigentlich genügend. Okay. Ah, ne, damit leuchte ich nur selber, oder? Ähm, kann ich abschätzen, wie weit das hier runter geht? Okay. So schlimm wird's nicht sein. Na, es ging. Außerdem glaube ich, dass ich keinen Fallschaden auf dem hier hab. Diesen Honigblöcken. So, ich glaub, der war friedlich. Okay, was haben wir hier? Slimy Glob, Salami Soil. Das sieht aber anders aus irgendwie. Guck mal hier. Ach, ne, doch, doch, das ist grün. Ich glaub, da war ein bisschen Gold. Oder Schwefel. Naja, vielleicht auch nur ein bisschen Schwefel. So, ab nach unten. Vielleicht kann ich auf so einer, auf so einer Materialwälde runterreiten. Ach, ne, schon wieder. So. Ah, Hilfe. Achtung, Achtung. So, beschütz mich. Dafür hab ich dich doch eingestellt. Alles muss man selber machen. Okay, da ist noch einer. So, jetzt lass mal mal wieder alles ein bisschen ruhiger angehen hier. So, mal gucken, wie es... Ach, so, da war das eine... Eine Gegner war hier noch unten. Ähm. Greif ich von hinten an. Wenn ich da rankomme. Okay, anscheinend konnte ich doch hier durch irgendwie. Achso, ich bin vergiftet von dem Viech, glaub ich. So, einfach weiter nach unten. Das ist sowas, was ich in früheren Let's Plays auch immer gemacht hab. Einfach Planeten einmal nach unten erkunden. Okay, ist das normales Wasser? Nein, das ist Schleim. Das ist das, was ich zentrifugieren will. Im großen Maßstab. Was wird denn hier lang geflogen? Ist das mein... Kumpel? Okay. Mach mal hier wieder ein bisschen Licht. Mal ein bisschen umzuschauen. Irgendwelche Kisten sind gerade zufällig da. Okay, dabei war es zum Abernten gewesen. Ich glaub, das war einfach nur Algenmaterial. Oh, da ist eine Kiste versteckt. Und da ist noch eine Kiste. Die ist aber... Die leuchtet selbst dann schwer, wenn man sich das hier anschaut. Sollen wir bald die Lab-Zentrifuge? Ja, könnte man eigentlich. Wär dann auf jeden Fall auch ein interessanter Schritt. Habe ich zufällig noch ein... Ich glaub, das ist langsamer als mein Meta-Manipulator. Ich dachte gerade an der Pumpe hier. Den Schleim abpumpen. Aber ich glaub, das krieg ich auch so hin. Ah, und da ist auch gleich die Kiste nebenan. Und dann links zur Kiste. So. Nice. Cool. Schleimfackeln. Und die Schleimkiste selbst nehme ich auch mit. Die ist ganz schön stabil. Scheint geht's ja auch noch weiter hier runter. Okay. Überhaupt mal so ein bisschen... ...Eindruck von der Umgebung bekommen. Ich find das selber immer ein bisschen schade zum Anschauen. Wenn hier die ganze Gegend dunkel ist. Ähm, der sollte mir nix tun. Noch mal kurz hier reinschauen. Okay. Könnte ich das zufällig mit dem Schwert aufbrechen? Nee, aber ich glaub, ich kannte ich mit dem... Oh, jetzt ist es weg. Das wollte ich gar nicht. Schade eigentlich. So, aber nicht vergessen, dass hier irgendwo noch eine Kiste war. So, mal gucken, was im Chat ist. Ähm... Hast du Ahnung von Entschaudet? Äh... Auch nicht mehr als... Äh... Das, was ich in Let's Plays gesehen hab. So. Ich stelle alles besiegen, bevor es mich aus Versehen oder absichtlich umbringt. So. Äh, Entschaudet ist zumindest auf meiner Wunschliste schon seit Längerem. Aber das sieht relativ langweilig nach einem Lavakern aus. Okay, dann wissen wir es aber wenigstens. Äh, bevor ich wieder versinke. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich, äh... Wenn ich Schleim mit Lava verbinde. Wahrscheinlich nix. Wahrscheinlich kommt dann einfach nur... Ah, Blastone. Blastone ist ja etwas, wo Diamanten rauskommen können. Und das hier... Da komm ich ein bisschen leichter durch. Ist das immer noch Blastone? Ach nee, das da drüber war Unrefined Limestone. Limestone. Und das hier ist wirklich Blastone. Das ist nicht wie, äh, dieser Blastone aus Minecraft. Wo man dann endgültig nicht mehr durchkommt. Oh, da ist eine Station. So eine 0815 Station. Aber wer weiß, vielleicht finden wir da trotzdem noch coole Sachen drin. Und hier ist noch ein bisschen Golderz. Okay. Ich hoffe, ich komme dann auch wieder lebendig aus dem Planeten raus. Ähm, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch... Oh Gott. Das ist meine Taste. Ich weiß nicht, wie lange das Zeug noch frisch ist. Deswegen trinke ich das jetzt so... So schnell ich kann und so viel ich kann. Obwohl, ich kann ja trotzdem noch mal hier gucken. Ah, okay. Da sind... Ein paar Sachen sehe ich ja doch. Also ich habe gesehen, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Na, das sieht aus wie ganz normale Kohle. Aber immerhin. Ne, äh... Ach, meine eigene Steuerung kann ich jetzt wieder nicht. Lass da auch gerade aus wie Kohle. Oder Gold. Es hat golden geglänzt. Es ist Sulfur. Das ist ja... Auch okay. Obwohl, wir haben ja diese... Aus Versehen Sulfuric Acid Farm gebaut. Also Sulfuric Acid heißt auch eine unendliche Zulfurquelle. Von daher brauchen wir das eigentlich nicht. Ähm... Hast du eigentlich einen starken PC? Äh... Ja und nein. Also der ist eigentlich stark. Aber der funktioniert nicht so, wie ich ihn zusammengebaut habe. Das ist... Äh... Hier, wie heißt das Ding? Weißen 700... Äh... Ne, 7... 7800 3XD. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Und... Äh... Grafikkarte ist 4080. Weiß nicht, reicht das? Und darum, weil ich gesagt habe, der ist eigentlich nicht stark. Ähm... Irgendwie hat er manchmal Probleme. Und ich weiß nicht genau, woran es hängt. Den habe ich selber zusammengebaut mit Komponenten aus dem Internet zum Teil. Zum Teil aus dem örtlichen Elektronik-Händler. Und, ähm... Das erste Mal, als ich ihn zusammengebaut habe, da hat er... Hat die Grafikkarte richtig toll rumgesponnen. Hier blinkt... Äh... Ach, da ist so ein Teil. Aber ich glaube, da gibt es nichts Besonderes draus. Hier ist nur Lava. Obwohl, hier gibt es ja ab und zu... Hier habe ich schon alles rausgeräumt. Ich... Ich gehe mal weg von dem Blinke-Teil. Ähm... Lava-Immunity wäre schon nicht schlecht. Ähm... Wie komme ich denn hier am besten rüber? Ach so, ich wollte auch mal zum Spaß ein bisschen Schleim auf das andere träufeln. Ich habe auch nur irgendwie sowas hier. Okay, das... Das erzeugt... Äh, das macht nur mehr Lava anscheinend. Okay. Damit kommen wir auf jeden Fall drüber. Mit ein bisschen... Basalt. Wie sieht's... Wie sieht's hier aus? Ach so, ich habe hier noch... Warum habe ich da solches Zeug drin? Aber mein Inventar leer ist. Okay. Ähm... Da könnte es schon... Langsam... Warum springe ich hier so komisch? Okay, das ist noch nicht das Ende. Ah, da ist noch ein bisschen... Ich dachte, das würde mich nicht verletzen, wenn ich da drauf springe. Ja, so viel dazu. Ähm... Dann mache ich doch gleich die Methode hier weiter. So. Okay, jetzt sind wir wirklich am Boden. Und... Es gibt auch nichts mehr Interessantes hier auf der Seite. Könnte ich dann eher wieder mich drum kümmern, nach oben zu steigen. Hm. Ich sehe, ich habe... Über 9000 Blöcke davon. Okay. Dann kann ich das... Ach so, das... Moment. Das sollte ich nicht nutzen, auch wenn es gerade sehr verführerisch ist, weil dann hüpfe ich einfach nur die ganze Zeit bescheuert rum. Ähm. Den wollte ich eigentlich... bearbeiten. Ich glaube, da bleibt mir fast nichts anderes übrig. Außer... Jetzt doch nochmal einen Weg hier... woanders lang finden. Ja. Da muss ich mich nicht unbedingt hochbauen. Komm. Komm ich da hoch? Ah, so nicht. Aber... Vielleicht... Kann ich doch irgendwo... Ach so, das hält nicht. Und ich muss das Pyramiden für mich bauen. Okay, nee. Weil vielleicht reicht es ja jetzt schon, damit ich hier hochkomme. So. Ah, da sehe ich noch ein paar Metalle an der Seite. So. Ein bisschen, dass ich hier reinkomme. So, das müsste reichen. Okay. Jetzt kann ich... Anwifalt... Nice. Das ist ja mal interessant. Okay, da war ich gerade. Dann... Ich weiß gar nicht. Bin ich nach rechts oder nach links runtergelaufen? Ich glaube, ich bin nach rechts runtergelaufen. Dann würde ich jetzt einfach weiter nach rechts... ...wieder mich nach oben buddeln. Ist das ungefähr die richtige Richtung? Zum Glück habe ich ein paar Fackeln gesetzt. Dann kann ich ja abschätzen. Wenn ich welche sehe, dann war ich wahrscheinlich schon mal da. Okay. Jetzt dauert es wieder länger. Ähm, du hast einen sehr guten und auch teuren Rechner. Und das Smiley kenne ich nicht. Aber der erinnert mich an jemanden. Kranke CPU und kranke Grafikkarte. Habt einen weißen... Okay, ja. Das ist so eine Stufe unter meinem. Und so teuer war der auch nicht. Tatsächlich, ich habe die Grafikkarte damals ausgesucht wegen City Skylines 2. Weil ich davor... Ähm... Hätte mein Computer das nicht geschafft. Und dann dachte ich so, ja, ich rüste jetzt mal ein bisschen für längere Zeit auf. Und... Äh... Ganz am Anfang lief City es trotzdem nicht so richtig gut bei mir. Nach den Einstellungen schon. Aber dann fand ich, dass das Spiel richtig schlecht aussieht. Also wirklich, okay, es läuft flüssig, aber es sieht halt furchtbar aus. Dann stelle ich die Grafik hoch, dann läuft es nicht flüssig und es sieht trotzdem furchtbar aus. Da war ich total enttäuscht. Das ist auch der Hauptgrund, was mir so ein bisschen die Lust auf City Skylines 1 verdorben hat. Obwohl das ja relativ wenig damit zu tun hat. Man könnte ja einfach so Spaß damit haben. Aber irgendwie... Irgendwie will das nicht bei mir. Das finde ich wirklich schade. Dass der vermurkste zweite Teil mir die Lust auf den ersten genommen hat. So, jetzt wieder Sonnen von diesen Slime Blobs. So, ich muss mich regelrecht verteidigen hier. So, jetzt wird es ein bisschen weniger. So. Ah, leuchtende Blobs. Gelatine Stone. Okay, und da oben war irgendwie was protected. Moment mal, da habe ich noch was gesehen. Ah, ne, das ist einfach nur der Jelly Block. Na, lasst mich mal hier vorbei. Ja. Ach Gott, ey. Na, Moment. Ey, ich kann wirklich kaum navigieren hier. Ne, da komme ich nicht mal als Ball durch. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe gesehen, dass ich hier irgendwie gegen... Dass hier das irgendwie geschützt war. So. Wie sieht es denn hier weiter aus? Liege ich da wieder nach unten. Okay, da unten ist irgendwas, was man töten muss anscheinend. Ich dachte so, ich hätte gesehen, dass irgendwie... Da sind Pflanzen zum Ernten. Aber ich glaube, die habe ich schon. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich probiere es einfach aus. So, Fallschaden sollte ja nicht das Problem sein. Und wenn doch, dann habe ich halt Pech gehabt. So. Slime Leaf. Oh, ich habe ein bisschen Jelly bekommen. Und... Ich nehme auch gleich mal das Saatgut mit hier. Slime Blob Wasch. Ich glaube, das hatte ich schon. So, noch mal ein bisschen Essen. Heil dich. Habe ich gerade gemacht. Aber danke für den Hinweis. Äh, so. Juhu, geschafft. Und die schöne Musik. Ich glaube... Genau, du warst nicht... Äh, Akro, wenn man dich nicht reizt. Ah, da ist eine Küste. Und ein... Tech-Modul. Äh, wenn du stirbst, kann ich... Äh, nicht vorbeikommen. Stimmt. Aber... Das konntest du unter Umständen vorher auch nicht. Als ich das einmal da gestorben bin. Auf dem anderen Planeten. Ist hier zufällig. Da ist ein bisschen Gold, glaube ich. Aber... Jetzt will ich eigentlich wieder nach oben. Oder ich will den Schleim hier mitnehmen. Ich glaube, den kriege ich auch so jetzt mehr als genügend, wenn ich... Hier diese tausend Tonnen an Schleim-Blob-Dingern... Äh... Durch einen Extractor jage. Oder irgendwas. Was kann ich damit eigentlich machen? Extractable bloß noch. Das ist Extractable. Das ist Extractable. Ja, ich kann es ja trotzdem versuchen. Immer schnell teleportieren, wenn es ging. Stimmt. Komm, lass mich hier hoch. Ich muss nur über das Ding da. Dann sollte ich ja einigermaßen sicher sein. Okay. Jetzt wollte... Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich... Ich... Ich springe weiter runter. Immer weiter. Okay. Ähm... So. Hier noch ein bisschen Licht. Da habe ich doch richtig gesehen. Ah, so eine Tür. Ich glaube... Von hier aus kann ich mich auch wieder nach Hause teleportieren. Aber vielleicht mache ich erst mal vorher das Rätsel. Achso, hier. Ich glaube, das war Springrätsel. Auf zwei verschiedene Arten. Okay, das kriege ich gerade noch so hin. Nein, ich... Ich will das Ding benutzen. Hey, Sir. Was ist der und sterb... Äh... Hux. Ähm. Ich wollte gerade sagen, dass mein Kollege hier... ... sich nicht verletzt. Das finde ich schon... ...unfair. Muss ich doch beide Seiten machen? Anscheinend schon. So. Ah, hier war was mit Ball. Okay. Dafür hat es sich doch schon gelohnt. Yay. Achso, und dann... ...nicht normal zurück teleportieren, sondern... ...mit dem... ...mit dem... ...teleboard-Ding. Oh, das war knapp. Obwohl, ich glaube, wenn ich hier sterbe, dann komme ich auch auf mein Schiff... ...und behalte die... ...und behalte die... ...gegenstände. Es ist absichtlich so gemacht, dass man da ganz schwer durchkommt. ...glaub ich. Ist hier oben eigentlich noch was? Würde mich nicht wundern. Ja, sieht fast so aus. Könnte aber auch nur dekorativ sein. Dann schauen wir mal. Na, es geht. Hat sich... ...naja. Okay, gelohnt. Und jetzt... ...ja, ich bin mir sicher. Yay, ich bin sicher nach Hause gekommen. Ohne zu sterben. Das ist doch schon mal... ...einiges wert. So, ab zur... ...Lava-Base. Ähm... ...mal gucken, was hier noch steht so. Ähm... ...hab auch gemacht. Einmal stark aufrüsten und Ruhe ist. Genau so habe ich damals auch gedacht. Ist das Spiel schlecht optimiert? Oder hast du vielleicht den Treiber vergessen runterzuladen? City Skylines 2 ist extrem schlecht optimiert gewesen zum Start. Darüber gab es einige Tests. Es gab sogar von der GameStar. Die haben einen Spielstand gemacht, wo man so einigermaßen eine Million oder 100.000 Einwohner hatte. Ich glaube nur 100.000 Einwohner. Und der ist international sogar viral gegangen, der Spielstand. Weil halt viele Leute den zum Testen runtergeladen haben. Einfach nur um zu sehen, okay, läuft das Spiel bei mir oder nicht? Ähm... Mittlerweile geht's, aber ich finde es immer noch... Ich weiß nicht. Äh... City Skylines 2 ohne Mods... ...sieht halt bei mir massiv schlechter aus als City Skylines 1 mit Mods. Und... ...Performance ist Pi mal Daumen ungefähr die gleiche. Also von daher würde ich eigentlich lieber noch die 1 spielen. Ich musste gerade feststellen, dass ein Fisch in meinem Becken bald stirbt. Äh... Schwimmblasendeffekt ist fast immer ein Todesurteil. Schade. Oh, der arme Fisch. Das tut mir leid für deinen Fisch. Ähm... Ah, ein bisschen zieht's. Auch nett. Ähm... Ich nehm mal hier... Das ist doch hier zum Durcharbeiten da drin, oder? Das ist das Gleiche. Hast du Haustiere? Ähm... Nein. Also zurzeit nicht. Oh, hier sind die ganzen Ohrs rausgekommen. Interessant. Ähm... Hier wollte ich... Was wollte ich denn hier durchjagen? Ähm... Blastone. Genau. Das könnte interessant werden. Okay. Ich ordne das dann auch gleich mal wieder ein. Irgendwas, was man auch siften kann bei mir. Ich glaube nicht wirklich, dass das hier funktioniert. Leider nicht. Ähm... Ich hätte gern mal wieder ein Haustier, aber... Ähm... Zurzeit passt das einfach irgendwie gerade überhaupt nicht. Ach, hier kommen Eiskristalle raus. Aber zurzeit schläft das Ding auch gerade, oder? Der hat auf jeden Fall Kohle. Braucht der einfach ein bisschen länger, oder? Ist ja auch egal. Ähm... Wenn ich dich hier reingebe. Oder ist der ausgestellt? Ich habe jetzt gerade keinen Werkzeugschlüssel. Damit ich das sehen könnte. Oder versorgt er gerade andere Dinger? Der Generator hier. Der hat doch Kohle. Habe ich zufällig noch einen Werkzeugschlüssel im Inventar? Habe ich tatsächlich. Okay. Der sollst du sogar von da drüben Energie kriegen. Oder ist der einfach ein bisschen langsamer? Vielleicht so? Okay. Der braucht eine Weile. Das hier verstehe ich noch nicht. Warum das nicht so hundertprozentig funktioniert. Oder braucht er noch ein bisschen Energie aus dem Fusionsreaktor? Habe ich gerade ein bisschen Treibstoff hier drin? Ich habe doch gerade das eine Ding leergeräumt. Ähm... Nicht direkt. Geh weg da! Ja, der freut sich. Wie auch immer. So, wenn ich jetzt mal hier draufklicke. 10 Joule per Extraction. 12 Watt. Das müsste ungefähr... Pi mal Daumen als 1 sein. Wenn der vollläuft. Achso, hier kann ich Zeug herstellen. Interessant. Kann ich hier vielleicht irgendwie diesen Jelly herstellen? Achso, ich... Mich interessiert nicht, ob ich das Material habe. Ich will nur sehen, was ich überhaupt kann. Okay. Ich bin verwirrt. Aber das muss nicht sein. Ähm... Ich räume mal den restlichen Kram ein, bevor ich den aus Versehen wieder irgendwann verliere. So, ich würde gern... Achso. Ähm... Das kann ich doch schneller da mitmachen. Hat die Musik plötzlich so schnell aufgehört? Ist das nicht das Richtige hier? Das ist mehr Salz. Okay, meinetwegen. Dann ist das halt Salz. Das müsste aber da reinkommen. So, habe ich da noch eine Reihe? Ne, das ist die letzte. Das ist auf jeden Fall noch Erz. Das müsste es... Ah, ne, da habe ich noch was. Und den Diamanten. 39 Diamanten immerhin. Ist auch nicht schlecht. So, hier war das. Hier müsste eigentlich der andere Kram sein. Ah, ne, da... Das war in dem anderen Blocker hier. Ah, hier haben wir das drin. Ähm... Algen haben wir hier drin. Den Amorphic Shelly waren im anderen, aber... Die haben hier Platz. Ich glaube, das doppelt sind sie ein bisschen von den Schränken her. Ich glaube, ja. Ähm... Waren hier die Schleimblobs? Tatsächlich. Ähm... Das war hier drin. Jetzt fange ich aus Versehen an zu gehen, weil ich... Gehen und das hier auf die gleiche Taste gedrückt habe. Okay, Knochen waren da nicht drin. Skin von dem Body. Okay. Das war auch nicht da drin. Das war da drin. Das war nicht da drin. Okay, jetzt nochmal zurück. Obwohl, wenn das hier drin ist... Ich weiß es nicht. Aber das wäre hier drin. Und das andere kommt jetzt wieder hier rein. Knochen. Das. Das kann meinetwegen auch hier rein. Ach, Gasel. Gasel waren es noch. Ich glaube, doch. Die waren auch hier drin. Das war aber irgendein mechanisches Teil. Das hier noch. Und der Giftabfall. Oder war der nirgendwo drin? Der Giftabfall. Und hier war der drin. Obwohl, ich kann ja mal versuchen, den zu expecten. So, und mechanische Teile jetzt hier. Dann... Dann haben wir da schon mal ein bisschen Platz gemacht. Und vor allen Dingen die Schätze in Sicherheit gebracht. 20 Stück. Einmal Meta-Manipulator upgraden. Und dann ist auch nichts mehr davon übrig. Das ist auch richtig schade, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war trotzdem hier. Ah, okay. Ich probiere einfach aus, was deckt. Und... Obwohl... Oh, doch, das könnte da reingehören. Das deckt, das deckt. Das deckt nicht. Würde ich aber trotzdem da drin lassen. Radioaktive Soil. Etwa das war Siftable. Okay. Dann nehme ich das als nächstes mit. Okay. Okay. Das restliche sollte... Ähm, das hier vielleicht. Nee. Okay. Hier Flüssigkeiten. Das ganze Wasser. Das Sumpfwasser. Die ganzen anderen Flüssig... Geschichten. Ich habe sogar ein bisschen Honig. Wo auch immer das herkommt. Und die hatten keinen Honig hier drin. Das ist ja noch interessanter. So. Das hat man gerade... Das ist jetzt... Da müsste der ganze andere Kram reingehören. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Das waren die Jelly Blocks, oder? Genau. Das sollte ja aber auch trotzdem funktionieren. Und das wollte ich siften lassen. Ach so. Kann es sein... Wenn du... Wenn du extracten willst, musst du den... Ja. Den Reaktor anschmeißen. Das dachte ich mir schon. Das ist jetzt das nächste... Hier ist noch nichts draus gekommen. Wo ist denn der eigentlich angeschlossen? Ah, hier an... An einem großen Verteiler. So wie es aussieht. Und der Verteiler geht dann an die Batterien. Und die scheinen alle... Okay, die Bau... Die produzieren jetzt nur noch für die Forschung, schätze ich mal. Und für den Ofen. Und die... Die ziehen auch aus den Batterien. Okay. Ich kann ja mal den Reaktor ein bisschen anschmeißen. Ich hole noch mal... Ein bisschen Uranium-Ohr. Das müsste doch hier drin gewesen sein. Uranium-Rot. So viel wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Uranium-Rot das richtige ist. Oder ob ich lieber Tritium benutze. Aber... Das werden wir gleich rausfinden. Hier sind auch die Instable Particles. Das ist kein Verteiler. Die Batterien sind wahrscheinlich leider der. Hier in die Kiste, da steht ein... Die da steht. Geh an die Kiste, die da steht. Achso. Kiste. Wahrscheinlich am Reaktor steht eine Kiste oder so. Ah. Genau. Im Reaktor die Kiste. Die Kiste ist leider leer. Ich weiß nicht, ob... Das so gedacht war. So. Oh, leider leer. So. Der dürfte jetzt langsam aber... Dann hab ich's im Mineral... Ja, du musst... Das ist nicht schlimm. So. Der legt jetzt langsam los. Die Batterien füllen sich jetzt langsam. Das ist aber in Ordnung. Wir können ruhig sich... Okay, der legt hier auch los. Das ist gut. Äh... Enrich dir... Wads lieber vorher. Gott, wie macht man das gleich nochmal? Kannst du im Mineralab machen? Okay. Machen wir das mal kurz vorher. Eventuell kann ich das noch gar nicht. Aber... Was ist das? Uraniumrot. Protonium. Proterium. Jetzt würde ich gern wissen... Ah, das muss ich vielleicht noch erforschen. Alles gut, lass. Ja, aber das sind ja Forschungen, die ich sowieso mal machen muss. Musste erst freischalten. Das dachte ich mir schon. Das könnte hier dabei sein. Oder... Oder... Cell Master V. Hier ist irgendwas mit Fuel. Hier sind diese Energie-Protozellen. Das sind Explosiv-Dinger. Okay. Ich glaube zwar nicht, dass es... Doch, es ist Geologie. Enriched Isotopen. Deuterium-Rot brauche ich. Forschung habe ich eh genügend. Und Deuterium meine ich, hätte ich gesehen. Ah, ich meine, ich hätte es sogar gesehen als Rezept. Jetzt bist du doch da. Das wollte ich eigentlich, ne? Ich wollte dich in Ruhe lernen lassen. Beziehungsweise in Ruhe schlafen lassen. Wie gesagt, Klausur ist wirklich, äh... Ich habe die letzte Woche auch nicht einmal das Steam-Deck angehabt. Seit dem Montag, wo ich das letzte Mal gestreamt habe. Bis heute ist das Steam-Deck ausgeblieben. Ich suche gerade ein bisschen Blei hier. Um mir ein bisschen Deuterium anzureichern. Und die anderen Sachen dann später. Oder ich schmeiße das einfach hier rein, damit du es dann haben kannst. Du hast... Achso, das habe ich gerade rausgenommen. Ähm... Jetzt trotzdem noch die Frage, wo ist das Blei hin? Beziehungsweise sehe ich das einfach gerade nicht. Fahre ich lieber Uran und Plutonium an. Ne, ich wollte... Äh... Dinge zahmen, damit ich das erforschen kann. Ich brauche ein Deuterium-Dings, um das zu erforschen zu können. Okay, Wasser. Tausend Wasser. Okay, davon... Bokadi. Der Rest ist relativ billig. Und die tausend Wasser... ...könnten auch eventuell hier drin sein schon wieder. Naja, fast tausend. Was war das andere? Tausend Wasser haben wir gleich. Wie gesagt, zum erforschen. Dann reiner Wasserstoff, Vulkan... ...und Volali, das Powder und Schwefel. Wie auch immer genau dieses Rezept... ...in der realen Welt funktioniert. Aber ich glaube sowieso nicht, dass das reale Dinger sind hier. Oh, ich habe Hunger. Und mein... ...mein Apfelsaft ist... ...verwelkt. Einiges ist hier drin verwelkt. Schaut. Okay. Sollte mal ein paar Sachen hier wegtun. So, ich esse jetzt Banane. Okay, das hat leider nicht so lange gehalten. Das könnte ich mal noch irgendwann gebrauchen. Simbo ist dran. ...die hier. Okay. Meinetwegen, dann reicht das eben nur jetzt gerade so. Ähm, was wollte ich? Ich wollte Wasserstoff. Zehn Stück haben. Ähm, wo bist du? Doch, das waren zehn. Dann zehn Schwefel. So, zehn Schwefel. Zehn Wasserstoff. Tausend Wasser. Und das letzte habe ich schon wieder vergessen. Obwohl, nee. Das sind doch vier Sachen. Geh weg hier von der Tür. So, Half Materials. Ist das... Okay, wir haben doch nicht genügend. Was fehlt noch? Ach, Vulkan... Äh, das... Das Puder habe ich vergessen. Oder... Ja. Und ich habe vergessen, dass ich noch nicht genug Wasser hatte. Ich lasse mich in Ruhe da. Okay. Ähm, diese komische Pulver ist sowieso ein bisschen wenig. Okay, danke. So, jetzt aber. Juhu, jetzt, äh, Forschung. Research, Geologie. Entwitcht Sachen. Okay, was kann ich eigentlich noch hier erforschen? Ich kann das erforschen. Crystal Fusion Stationen. Die konnte ich hier irgendwie bauen. Und dafür brauche ich verschiedene Erze. Okay. Was habe ich hier noch nicht? Protosite habe ich noch nicht erforscht. Wie kann denn das passieren? Ähm. Ach so, der Generator läuft jetzt auch schon. Wo ist denn die Maus hin? Da ist die Maus. Entwitcht. Okay, ähm. Liquids Urgeos Fuel. Die Deuterium Rotz, die brauchen wir ja dann eh zum Entwitchen. Und dann Oranium und Plutonium. Okay. Liquids Urgeos Fuel. Könnte man ja mal wieder auf dem Mond vorbeischauen. Wenn wir das in dem Maßstab brauchen. Okay, das hier ist ja eh gleich durch. Dann war's das. Kannst gleich ein paar mehr machen. Hm, ja. Mach ich mal. Ähm. Ach nee, das ist Organic Soup. Komme ich denn da drauf, dass das... Ähm. Ich sehe kein Fuel. Ist aber auch nicht so schlimm. Glaube ich. Genau, ich wollte die radioaktive Erde noch ein bisschen durchschicken. Okay, das hier ist fertig. Mach ich gleich mal hier weiter. Dann mach ich hier weiter. Äh, wichtig. Wenn wir das nicht benutzen, bitte ausstellen. Der frisst sehr viel. Was brauchen wir? Äh, was... Ähm. Achso, das hier jetzt. Der frisst sehr viel von den Worts. Ach, okay, ja. So, dann... So, dann... Ich lege die gleich mal... Also ich lasse die jetzt erstmal wieder leerlaufen. Dann lege ich die erstmal hier ab. Und ich habe sowieso nichts mehr zu essen. Ich brauche dann mal... Äh, ich muss dann erstmal wieder auf dem Planeten vorbeischauen. Auf die Oberfläche. Damit ich hier nicht den Hungertod sterbe. Ähm... Erstmal kann ich ja noch das hier essen. Das hält mich erstmal hier drüber. So, dann... Ab zum Starterlab. Okay, Schatz steht noch nichts Neues. Achso, ich wollte ein paar Sachen hier reintun. Und zwar... Vielleicht erstmal hier alles zusammenlegen, was eh zusammengehören kann. Die beiden. Sehe ich noch irgendwas. Die beiden kann man doch bestimmt auch mal zusammenlegen. So, das hält. Okay, die... Da sehe ich aber noch keine hier drinnen. Von daher... Passt das vielleicht schon? Ähm... Nein. Ich lege es mal in den Kühlschrank, weil es theoretisch Nahrung ist. Aber ich will das nicht mehr in den Meta haben. Aus Prinzip nicht. Okay. Der Rest ist ja... Ähm... Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Weil... Ich ja noch gar nicht alles erforscht habe. Ich wollte... Äh... Ich brauche jetzt erstmal ein paar von diesen Endomorphic Jellies. Um die nächste Stufe dafür zu erforschen. Dann sehe ich ja gleich, ob ich für die Stufe überhaupt... Also... Ob ich die vorherigen Rüstungen brauche überhaupt. Oder ob ich die gleich so bauen kann. Die letzte Stufe. Der Zoll, der fliegt das... Da fliegt das Zeug hier in... Sterbe ich jetzt? Ne, gerade so nicht. Achso, ich wollte... Ich wollte mir eh... Was essen hier. Das mache ich gleich mit den Äpfeln. So, du kriegst mich nicht. Achso, ihr könnt ja dort durchfliegen. Hab ich ja komplett vergessen. So, Äpfel... Hier rein. Okay, so viele brauche ich eh nicht. Achso, weil das schon wieder... Hm. So, ich nehme erst mal 62... Und mache mir ein bisschen Saft da draus. Oh, Kompresst Alge. Kokosnussdrink. Aber der wird ja dann schlecht. Währenddessen das hier kann ich immer machen. So. Den Rest wieder zusammenführen. Dann... Hier das. Und meinetwegen hier das. Ja, das Holz kann erst mal da bleiben. Das bleibt aber eh nicht so lange. Ähm... Was wollte ich denn jetzt noch? Was ist denn eigentlich hier? Die Kisten müssten... Ach, da sind ein paar Bienen drin. Ah, hier gab es noch diese Handmühlen. Brauche ich eh nicht wirklich. Aber da kann ich jetzt mal das verdorbene Essen da reintun. Warum nicht? Oder kriege ich aus verdorbenen Essen vielleicht noch bessere Sachen, wenn ich den den teuren Extractor tue? Ah. Ach, Süßiko gehe ich jetzt mal nicht ein. So, ab zum Lavalab. Beziehungsweise, wenn du jetzt gerade da bist... Dann könntest du ja mal ganz kurz mit auf dem Schleimplaneten gehen. Und... Ich hab... Ah, hier. Quest Mini Gnog. Ähm... Hier die Quests annehmen. Weißt du, was ich meine? Ich nehm sie schon mal für mich an. Okay, was gibt's denn da für Rewards? Tier 5 immerhin. Head Armor. Infiltration. The Map Shows. Ah ja, natürlich. Du musst mir echt erst... Äh... Ja. So, und hier drüben war dann noch ne Map. Okay, das ist das gleiche. Also hier drüben... Ich hab's den gleichen Auftrag nochmal. Das erkenne ich jetzt daran, dass ich den... Nicht mehr hab. Ach so, hier ist natürlich alles bei der Gift. Du sollst die Tür aufmachen. Ich schütz mich. Ah, hier ist noch... Ey, das kann ich noch untersuchen. Ey, das ist doch lustig. Ist hier noch was? Ne, das ist schon leer. Aber die Heizung kann ich vielleicht mitnehmen. Eben finde ich halt sehr... Ich nehme alles mit. So. Würde erst mal wieder gehen. Ja, ist in Ordnung. Ah, das Radio kann ich mitnehmen. Ach, kann sein, dass diese Tür einfach zu ist? Das kann natürlich sein. Damit aber... Damit du aber besser... Was war da? Ne, das war das falsche. Ich muss das hier drücken. Damit du aber besser überlebst. Ja, meinst du die neue Rüstung? Also die Rüstung, die wir aus dem Auftrag kriegen, könnte vielleicht auch ziemlich gut sein. Zum Überleben. Ah, cool. Habt ihr meine Waffe gedroppt? Ach, das meinst du mit? Ja. Habe ich die überhaupt aufgenommen? Habe ich das mitgekriegt? Okay, hier sind einige neue Waffen. Mal sehen. Das ist dekorativ. Das habe ich alles schon vorher gehabt. Das hier ist Tier 6. Okay, die hast du wahrscheinlich irgendwo gefunden. Gigasword. Was ist denn ein Gigasword? Okay, das sind... Das ist eine Doppelklinge? Das sieht ab und zu so aus. Hab das schon lange. Mach das mit rechten... Okay. Die ist sehr gut. Das glaube ich dir. Okay. Damage per Zwingen 33. Und was ist denn das, was ich jetzt gerade habe? Ja, die ist ein bisschen... Die ist halt zwei Tiers drunter. Schau dir die Knarre mal an. Auch Tier 6. Hm. Ja, Moment. Hier war meine vorige Waffe. Was konnte die? Die war eigentlich auch nicht schlecht. Weil... 5,2. Ich weiß gar nicht, wo ich die gefunden habe. Aber damit kann ich natürlich besser schießen. Und ein Flammenwerfer. Das ist natürlich... Das ist natürlich nicht schlecht unter... Äh, äh, Tage. Sozusagen. Jetzt, äh... Okay. Der Flammenwerfer ist stark. Das glaube ich... Okay. Kann ich jetzt mal hier ein bisschen Flammenaction machen auf dem Planeten? Genau, auf der anderen Seite war ja das Blob hier rum. Ah, da ist eine Kiste. Wusste ich doch. Das sah komisch aus. Ich will hier runter. Ich will den offiziellen Weg gehen. Ich will nicht schon wieder alles kaputt machen. Ah. Baupläne. Würde ich mir einfach mal gönnen. Wett mal, sehe ich da noch eine Kiste? Ist die falsche Taste? Okay, da ist noch so ein Blob-Dings zum Ernten. Da ist noch was zum Ernten. Ähm, ernten. Ah, okay. Das ist das normale Zeug. Ähm, viel Glück. Vergiss nicht, deine Pixel einzuschmelzen. Oh ja, danke, dass du mich erinnert hast. Ähm, Moment. Ach Gott. Das wollte ich drücken. Und am besten nochmal das hier. Ach, lass mich doch mal in Ruhe meine Bäume fällen hier. Okay. Wie war das mit dem Pixel einschmelzen? Ja, jetzt hat ich fast das Schwert weggeschmissen. Bist du mein, meine Gläser? Nee, nee, ich unbedingt. Ähm, ich gehe jetzt erstmal die Pixel einschmelzen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Wichtig und richtig. Oh, ich kann ein 2K-Voxel machen. Achso, hier gab es doch Easy und Normal. Aber ich glaube, die Normalen ohne Easy war das, was man dann was man dann brauchte. Okay. War hier auch gleich eine tolle... Ja, da war eine Kiste. Und er öffnet gleich das richtige Inventar. Das ist ja auch schön. Okay. Ja, dann sind die Pixel erstmal in Sicherheit gebracht. Würde ich sagen. Vielleicht kriege ich jetzt zugleich noch mehr. Na, fast. Was habe ich denn jetzt eigentlich alles gesammelt? So nochmal auf der kurzen Tour. Ach genau, das Meta-Metipulator-Modul. Und ich wollte gucken, ob was entsteht, wenn ich... Achso, das ist jetzt natürlich jetzt wieder aus. Ähm, okay. Dann auf Wiedersehen, Flip, für das Spiel. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch nebenbei zuschaust. Gute Nacht und noch einen schönen Stream. Steht da gerade nochmal. Okay, dann auch nochmal Gute Nacht, Deersmorph. Oder falls du jetzt gerade, äh, Flip, du nachgesagt hast, dann... Äh... Tut's mir leid, dass ich das falsch verstanden hab. Bin noch da. Okay. Ähm... Genau, ich wollte ein Endomorphic Jelly. Erstmal nehmen. Ich weiß nicht, ob einer reicht. Smorph meint alle. Ist ein netter Kerl. Ja, das... Das... Denk ich mir auch, dass er nett ist. Also... Mein Eindruck bis jetzt. Ähm... Ist sehr gut von ihm. Okay, fünf Stück. Dann kann ich das gerade so erforschen. Und hier brauchte ich fünf von dem Portrait. Aber das hatte ich ja auch schon mal vor langer Zeit. War das das? Xenoph... Irgendwas, Substanz. Okay, wir... Ich hab tatsächlich nur einen. Konnte ich den herstellen? Und wenn ja, wo? Hm... Ich glaub, die gab's bei den... Benumbra-Planeten. Obwohl, jetzt kann ich ja wenigstens gucken. Die etwas bessere Schleimrüstung. Ob da... Dazu gehört, dass ich die vorherige bauen muss. Okay, da brauch ich auf jeden Fall schon mal... Also ich brauch die vorherige. Und ich brauch das Putrip-Schleim schon mal, um das... Nur so herzustellen. Born Minions. Tarslime. Okay. Hier, der macht normale Slimes. Und der macht Tarslime schon mal. Okay. Weil ich... Ich hab auch nicht wirklich genügend, um... Ah. Das hat sich doch schon gelohnt hier. Und hier ist ja auch schon... Okay, es sind noch zwei... Plätze frei, theoretisch. Okay, äh... Warum macht der jetzt hier weiter? Achso, weil... Der arbeitet ab und zu mal... Aber nicht viel. So, und die radioaktive Erde, die ich da gerade rausgesammelt hab... Die wollte ich jetzt noch hier reinstecken. Und Slimey Soil wollte ich... Achso, das wird ja eh nicht funktionieren. Ah, der hat zumindest schon mal so ein... 900er Block durchgejagt. Achso, ich wollte mal gucken, ob ich meinen Generator, der da eh nichts macht... Zusammen mit den Batterien ein bisschen verbinden kann. Der geht ja jetzt eigentlich nur zu dem Teil. Die sind alle über das da verbunden. Reicht das, wenn ich das so mach? Ja, das reicht. Glaub eh nicht, dass das funktioniert. So... Ja, ich weiß, dass der Reaktor die Hauptenergiequelle ist. Okay, da ist nur ein Plutonium drin. Ähm, da kann ich ja mal ein bisschen entwitchen jetzt. Das Problem ist, die Batterien entladen sich, sobald der Reaktor... Ah, okay. Mir fällt gerade ein, der Grund, warum ich nichts entwitcht hab, war ja, dass mir das... Dingens gefehlt hat. Das... Äh... Erkios Fuel. Werde ich gleich mal nochmal auf dem Mond vorbeischauen. Alternativ könnte ich natürlich das verkaufen im großen Massen. Aber wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, äh, lauf mal nicht so umher. Das kommt rein, das kommt rein. Ähm... Kann ich das gleich hier reintun? Okay, das passt da. Ich hoffe, das habt genug Geld gesammelt. Ich kauf 10.000. Ja, aber ich bin eigentlich immer jemand, der gerne spart. Ah, das kann hier rein, das kann hier rein. Das kann... Das müsste eigentlich auch hier rein passen. Genau, und das andere war aus irgendwelchen Gründen hier drin. Und der Jelly... Müsste... Müsste eigentlich auch hier rein. Und... Vielleicht gibt's ja später mal irgendwas, was richtig teuer ist. Ich weiß nicht was. Dann fänd ich schade, wenn... Dann gerade das Geld ausgeht. Crystal Moon... Nee, da muss ich jetzt nicht hin, Muttingt. Aber ich könnte dorthin die Flagge abreißen, dass sie wieder eine Flagge hätte. Manchmal stört der Typ auch irgendwie. Wir waren mal auf einer... Irkos-Ebene auf einem Planeten. Hm, das war die Taste. Hm, die Crystal Blöcke kannst du für... Irkos... Ja, Extracten kann ich ja jetzt gerade nur, wenn ich Energie habe. Energie war mit... Wo bin ich denn gerade hier? Was ist denn das hier Feines? War ich da schon? Unexplored. War ich anscheinend noch nicht. So, ich wollte eigentlich völlig woanders hin. Hier war ich anscheinend noch nirgendwo richtig im Sonnensystem. Das hier sieht auch ein bisschen schleimig aus. Das ist moderat, äh... Aber ich hab keinen... Theoretisch kannst du auch normales Uran nehmen. Ja. Das wäre mein erster Gedanke gewesen, weil wir relativ viel davon haben. Aber jetzt will ich gerade diesen Techno-Visor-Tower mir anschauen. Ach, genau. Da war jetzt nicht so viel Spannendes, aber da gibt es viele Kisten zum Erkunden. Also von daher... Ich glaube, ich lohnt sich das. Ist das der richtige Weg? Ich glaube, ich mach gerade einen Fehler hier. Ja, auf jeden Fall mach ich einen Fehler. Da gibt es eine Satelliten-Schüssel drinne. Ah! Mit diesen Spezial-Missionen. Ja, guck ich mal. So, raus hier. Rein. Und Teile sammeln. Hier ist noch was. So. Hey, Erkos-Fuhul. Reicht ja vielleicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Teil nicht mehr so schön leuchtet wie das andere Schwert. Und ein paar Baublöcke. Hier ist nichts mehr. Ah, hier kann ich noch weiter. Ist das dunkel hier? Ich muss unbedingt mal irgendwie da was finden, was leuchtet. Kann ich hier das benutzen eigentlich? Okay. Das ist ein richtiger Furniss. So einer, der nutzbar ist und nicht nur so als Dekoration rumsteht. Der würde eigentlich von der Optik her auch ziemlich gut als Dekoration passen. Kannst du den Ofen mitnehmen? Ich glaube nicht. Kannst du ja mal probieren. Ne, hier ist alles geschützt. Der passt gut, den Lila-Waff... Ja. Dachte ich mir auch. Ich hab den jetzt mal gescannt. Ich küsste scanne ich auch. Den Rest hab ich schon im Wesentlichen. Ja, das ist ein bisschen Safety-Hazard. Achso, die Tür kann ich auch ein bisschen scannen gleich. So, hier ist... Ich glaube, die Klinge kann ich kaputt machen. Ne, kann ich, ne? So. Okay, die sind nur Dekorationen. Da kann ich drinnen absteigen. Das ist eine ganz normale Apotheke, die hier nur als Dekoration rumsteht. Aber hübsch gemacht. Und hier? Hier sind ein paar Bücherregale. Mit Büchern drin. Und was ist das hier? Äh, Plee to... Okay. Äh, Glitch-Lore. Habe ich mir mal vorgenommen, vor langer Zeit, dass ich die mir mal durchlese. Aber auch nichts draus geworden. Der Kaktus sieht cool aus. Den würde ich gerne haben. So, hier gab's nichts zum Einscannen. Äh, doch, zum Einscannen schon. Ich meine, da zum Mitnehmen. Die kann ich ja eh nicht mitnehmen. Hier sind noch ein paar Bücherregale. Es leidt mir die Miss-Unterstanding. Noch mehr Bücher. Ich glaube, ich habe dann die Glitch-Lore gleich voll. Oh, so ein Teil. Das ist nicht... Äh, das ist nicht schlecht. Uh. A nice day out. Jetzt habe ich zwei davon. Okay, die sind geschützt. Aber ich habe ein paar hier Essenzen bekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Nehme die nie mit und lese... Und lasse die liegen. Okay. Okay. Ist das schon das dritte Mal? Stacken die wenigstens? Ja, die stacken. Ich habe ja ein komplett eigenes Inventar dafür. Das... Da geht das schon. Vielleicht lese ich die dann wirklich mal für mich komplett alleine. Wenn ich mal Lust habe dazu. Also sprich, wahrscheinlich nicht. Ah, das sieht aber schon ganz hübsch aus hier. Oh, ein Koller. Was macht das? Healing Koller 1. Diesmal kein Satellit. Schade. Ja, finde ich auch gerade schade. Du hast mir Satelliten versprochen. Vielleicht ist er noch irgendwo anders. Oder ich habe ihn übersehen. Und du auch. So. Hier kann ich nichts kaputt machen. Ah. Ich dachte gerade hier wären auch Bücher drin. Aber nein, mal was anderes als Bücher. Ein richtig moderner Automat hier. Aber mit Glitch-Sachen. Robot Food. Interessant. Und das ist auch mit Glitch Food. Das ist cool. Die Sitze sind auch cool. Und die Gardiner auch. Und das Teil. Ähm. Ja, vielleicht muss ich noch irgendwas kaputt machen hier. Ich glaube, die kann ich kaputt machen. Da unten, die Schachfiguren. Nee. Ich glaube, das Ding wäre eine Mission gewesen. Wenn wir sie nicht schon hätten. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Okay. Wusste ich doch. Irgendwas davon kann man bestimmt kaputt machen. Ach, cool. Die kann ich ausmachen. Okay. Da ist noch eine Wending-Maschine. Werte, hier gibt es auch. Ja, das gleiche wie vorher. Ja, ja. Bücherregal mit dem nächsten Buch, was ich erstmal nicht lesen werde. Und Meta-Manipulator-Modul. Das ist schon... Hier ist noch ein so ein Ding. Ein Hut. Ein Westernhut. Oder sowas ähnliches. Ich finde meinen Uhrenhut besser. Ähm. Was hast du gerade geschrieben? Ich habe es wieder verpasst. Ich scanne dieses Bild, mal bitte. Ich brauche das. Ähm. Ich glaube, du meinst das da oben. Aber ich scanne doch mal das hier kurz. Two women switching out to the other. I don't get it. Okay. Das ist doch hier angelehnt als das Picasso-Bild. Ah. Hier ist noch eine Truhe. Eine kleine versteckte. Ohne Inhalt. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Okay. Hier haben wir noch ein Bild. Das verstehen wir anscheinend nicht. Nexos ist... Okay. Da unten haben wir noch die Mona Lisa. Oder sowas ähnliches. Danke. So. Dann müsste ich doch eigentlich alles hier drin haben. Hier die Eulenuhr. So. Das müsste es aus dem Ding eigentlich sein. Dann... Ich habe echt nicht auf... Obwohl, ich mache ja die ganze Zeit den hier. Und dann sollte ich eigentlich auch mitkriegen, wenn da ein Satellit wäre. An der Seite bin ich jetzt... Ich gehe nochmal ganz nach oben, aber ich glaube... Ne, da ist auch nichts mehr. Hier oben ist vielleicht noch ein Satellit versteckt. Glaub ich nicht. Ich gehe trotzdem nochmal hier rein. Damit ich da aufs Dach schauen kann. Okay. Das war es mit dem Teil. Ja, doch. Ich glaube... Das... Hat sich doch einigermaßen gelohnt. Sogar hier einiges. Und 20 Ökos-Fuel. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm... Ravien-Pyramide. Moderat. Ich fliege erstmal zu dem Planeten hier. Das sieht aus wie... Noch eine Schleimwelt. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Pilzwelt. Giftige Gaswolken. Und hier ist der Standardmond. Wir müssen mal bald unsere Mechs upgraden. Stimmt. Hm. Vielleicht kriege ich hier ein bisschen von diesen Pyrotschleimen mehr. Und Jelly-Blöcks brauche ich ja auch nochmal. Giftiges Gas. Ich gucke mal, ob das reicht, was ich habe an Rüstung. Ich habe hier eine leichte Gasresistenz. Oh, kann ich das ernten? Biolumiszenz-Spor. Von dem Zeug braucht man ja auch immer ein bisschen was. Okay, hier sind solche Wolken-Pilze... Äh... Wolken... Wie heißt denn das gleich nochmal? Äh... Blätter-Pilze. Okay, Snowball kommt da raus. Snowball-Pilz-Bäume haben wir schon. Unknown-Zapling und Bio... Okay, das ist cool. Na komm. Unknown-Zapling. Leider nur einer. Haben die noch eine Kiste hier drin? Ja, die haben sogar zwei. Aber ich kann auch mal in eurem Bettchen schlafen. Ich glaube, da ist ein Gegner da. Lass mich doch mal hier in deine Kiste schauen. Ich kann dir nichts wegnehmen, weil du nichts hast. Das ist bestimmt nicht beruhigend für dich, aber... Genau, das ist ein Gegner. So, Biolumiszenz-Spor brauchen wir eigentlich eh nicht. Weil ich jetzt sozusagen eine Quelle dafür habe. Okay. Swamp-World und... Hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, das ist ein Gegner. Was habe ich denn jetzt für einen Status-Effekt hier? Alien-Virus. Ich glaube, den kriege ich nicht so einfach weg. Ist das so ein Teil, was mich verrückt macht? Wollte ich das ernten? Medikament vielleicht? Ja, das dachte ich mir sowieso. Wollte ich wissen, ob ich das hier noch abernten kann. Okay. Mit Medikids kann ich das. Müsste ich noch so irgendwelche haben. Ist doch ein... Medikamental-Kids. Okay, ja. Für sowas hebe ich mir das dann auf. So, hier ist... Nichts. Das war's zum Ernten. Okay, das war einfach nur eine Pflanze. Oh, ein Bier. Hier, das ist... Äh, der Bierkuck-Hut. So, du hast selber die Tür aufgemacht. Du musst jetzt damit leben. Was auch immer hier passiert. Na gut. Das sind noch ein paar Pilze zum Ernten. Okay. Jetzt habe ich schon wieder diesen Alien-Virus. Aber ich sehe auch, der verschwindet mit der Zeit. Sind das der unten? Oder sind das so Nebengeräusche von dem Biom, wo ich gerade bin? Ja, stimmt. Jetzt, wo es gerade ein bisschen dunkel wird. Still a little fire. Ähm. Wow. Wahrscheinlich, weil ich noch von einem Alien-Virus infiziert war. Okay, ich bin einfach nur nach rechts gelaufen. Und so weit war es noch nicht. Und Pixel hatte ich ja gerade... ...alle... ...überwandelt. Die sind stark. Ja, das habe ich gemerkt. Ich bin eigentlich mit Level 5 Waffen ausgerüstet. Und ich laufe auf einem Level 3 Planeten rum. Und die haben mich trotzdem fertig gemacht. Ich muss mich dran gewöhnen, die rechte Tasse zu benutzen. Deine Rüstung ist leider sehr offensiv. Ja, ich weiß. Ich brauche unbedingt was, was... Okay, das ist friedlich. Was ein bisschen mehr rüstet. Wenn das Sinn macht. Wenn ich mit Maus und Tastatur spielen würde... ...und noch ein bisschen mehr Konzentration hätte... ...dann wäre das alles kein Problem. Aber ich muss ja unbedingt mit... ...Dingen spielen. Nutze... Ja, okay. Ähm. So. Ich bräuchte am besten noch eine Schnelltaste für... ...den Flammenwerfer und... ...das andere. So, Alienverus ist gleich durchgeheilt. Verstanden. Okay. Müsste ich eigentlich gleich wieder da sein, wo ich gestorben bin? Ich merke gerade, dass ich ja noch mein... Ach ne, Obst und so weiter, das bleibt ja alles im Inventar. Jetzt bin ich unsichtbar. Interessant. Ähm. Moment. Ich bin schon wieder gestorben. One-Shot fast schon. Ja, ich hab gesehen... Ich wollte mich noch in Sicherheit bringen, heilen... ...und dann... ...wollte ich mich so... ...anschleichen, aber... ...in der Zwischenzeit haben die mich dann trotzdem noch... ...erwischt. Einmal probier ich's noch. Was soll's. Einmal schafft man das noch. Ähm. Bau dich vielleicht unten durch. Ja, okay. Genau. Der Gedanke kam mir dann auch in dem Moment, wo ich gestorben bin. Allein, dass sie nicht mal richtig hier... ...diesen Angriff benutzen kann. Jetzt sterbe ich einfach so noch. Weil's so viel Spaß macht. So. Kann ich mich eigentlich durch den... ...Pilzberg hier auch buddeln? Wenigstens vonschotte ich hier fast alles. Ich kann mir sogar gut vorstellen. So. Oh, Funkgoldinkio. Äh, das brauche ich auch ab und zu. So. Da drüben waren die doch schon. So. Das. Okay, ich bin noch... ...am heilen. Ach, dieses Mückengeräusch. Das ist ja furchtbar. Ah. Hier ist sowieso grad ne Höhle. Ähm. Hallo. Ah, danke fürs Leder. So, was ist das hier Feines? Dekoration. Bin mir nicht sicher, aber ich würde schon mal hier anfangen mitbuddeln. Okay, Swamp Dirt. Was ist das hier? Mats. Ist das da, wo ich gestorben bin? Da ist mein erster. Dann müsste hier oben mein Loot vom zweiten Mal sterben noch sein. Okay. Einmal hier heilen. Einmal vorsätzlich heilen. Einmal unten drunter durch. Okay. Pilzgestein. Das klingt ja interessant. So. Kann ich mich da so durcharbeiten, dass ich... ...meine Sachen einsammeln kann? Oh, ne? Na toll. Gerade hier muss... ...ne Art Höhle sein oder so. Ja, so ein bisschen geht's. Okay, hier sammeln wir auch kurz einen. Okay, hier sind wieder leuchtende Pilzesteine. Interessant. Glowing Mushroom. Das heißt wirklich so. Cool. Ich würde noch kurz warten, bis der Elen-Virus abgeheilt ist. Und... Da liegt doch was im Turm. Ja, ich sehe es. Aber da komme ich jetzt so nicht ran ohne weiteres. Ich überlege, ob ich... ...einfach so da durchstürme. Der Flammenwerfer vielleicht? Eigentlich... ...wenn ich rankomme mit dem Schwert. Ja, doch. Okay, ich habe es erwischt, glaube ich. Jetzt bin ich halt wieder... ...Virus infiziert. Und... ...ir kommt noch so ein Kleinkram dazu. Komm, nimm noch eine Bandage. So, habe ich irgendwas Cooles von dem bekommen? Okay. Keine Waffe zumindestens. Ich glaube nicht, dass ich das von denen eingesammelt habe. Wahrscheinlich Pixel oder so. Na eben, wie viele Pixel habe ich denn jetzt? 800. Okay, das waren irgendwelche Kultisten hier. Stimmt, ich kann mich in dem Zelt von denen ausruhen. Aber das bringt fast nichts. Äh, schade. Okay, der müsste friedlich sein. Aber ich nehme trotzdem vorsichtshalber mal mein Schwert in die Hand. Hallo to you. Will ich irgendwas kochen zufällig? Wursted Mushrooms. Ihr habt nur fünf Mushrooms auf dem Mushroom-Planeten gefunden. Das ist ja albern. Aber ich kann ja mal einen davon essen. Gibt mir noch ein bisschen Heilung. Okay. Das Teil habe ich schon. Aber da gibt es auch noch Sachen zum... ...einsammeln. Okay, hier nicht. Aber hier unten. Äh, Chat. Oh, was schreibt denn da? Äh, get raided, nerd. Get raided, nerd. Fragezei... Äh, Herzchen. Okay, danke. Ich sage jetzt mal danke. Aber ich überlege gerade, ob ich selber gleich jemanden raide. Weil... Na, doch ein bisschen spiele ich noch. Ah. Interessant. Da kommen Blubberblasen raus. Du wurdest geradet mit fünf Zuschauern. Oh, danke schön. Ich sehe bei mir nur... ...zwei. In meiner Anzeige. Deswegen dachte ich... ...kurz... ...ähm... Das war irgendwie... ...wäre einfach nur so ein Spruch gewesen. Aber danke für den Raid. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich überlege trotzdem gerade, ob ich... ...ähm... ... selber gerade jemanden raiden möchte, weil... ...ähm... ...Stimme... ...Stimmung... ...und alles mögliche. Das passt... ...passt nur so bedingt gerade eben. Äh... ...ja, and then normally this is, äh... ...German... ...äh... ...Channel. I think I already, äh... Oh, hier sind doch mal Kultisten. Ah, Kultist. Okay. Heilung 1. Heilung 2. Schwertchen. Okay. Ich bin hier so eine Glaskannon. Hab ich sie? Da hinten greift mich noch was an. Ausgerechnet, das finde ich hier so stark. Ich sterb flastern in dem... Ich muss mich jetzt nur teleportieren. Zum Glück habe ich dafür eine Taste. Ähm... Have a lovely day and enjoy your stream. Ähm... Okay, same goes to you. Ähm... To my new... ...ähm... Visitors... Ähm... For me it's very late and I'm considering to... ...ähm... ...finish the stream soon. Ich glaube, es war gut, dass du mein Schwert bekommen hast. Ha, ha, ha. Ja. Ja, das war für den letzten Gegner hier auf jeden Fall hilfreich. Danke nochmal dafür. Was war denn das für ein Level der Planeten hier? Moderat. Es soll nur ein moderater Planet sein. Ich... Ich... Bin nicht der Auffassung, dass das so moderat hier drin ist. Aber ich will nochmal obligatorisch den... ...den Blick in den Kern des Planeten wagen. Ist das eine Kiste? Naja, falsche Taste. So, hier ist gerade nichts in der Nähe. Außer so ein komisches Monster, das mir gerade angezeigt wird. Ähm... Now I'm going to visit the core of the planet, because sometimes in the freaking universe, the planets have, äh... ...different types of... ...liquid inside the core. And I'm hoping to find something interesting. But most times it will be just, äh... ...lava. And lava we have enough of... ...at our home planet. For this let's play. Okay. Das hier scheint ein... ...relativ... Ähm... Oh Gott. Wie weit geht das dann nach unten? Ach, okay. Das ist... ...noch vertragbar. Aber... Ich glaube hier... ...das ist mehr so ein Jump'n'Run... ...Geschichte. Was willst du, Waden? Ich dachte wieder an Tobi. Aber das ist natürlich... Oder gibt's gerade einen englischen... ...anderen Stream, der Starbound streamt? Willst du auf Twitch wachsen? Ähm... Nicht. Also ich freue mich über jeden, der zuschaut. Aber eigentlich ist das mehr so... Ähm... Ich wollte mal ursprünglich auf YouTube wachsen. Aber das habe ich auch schon so ein bisschen aufgegeben. Weil ich... ...halt immer abwägen muss zwischen... ...so... ...das ist alles Freizeit. Und Sachen, die ich halt... ...so mache, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das hier ist einfach Schrott. Wisst ihr was? Das kann ich tatsächlich mal liegen lassen. Aber da unten ist was, was eventuell wertvoller sein könnte. Ähm... Ist hier irgendwie ein Durchgang nach unten? Es gibt einen Streamer, der Starbound streamt. Äh... Das bin ich zufällig, oder? Äh... Achso, so ein Viech. Das ist ja... ...relativ gefährlos. Ähm... Nein, irgendwen... ...irgendwen Wut-VTuber mit einem fetten Avatar. Das habe ich übrigens auch schon mal länger überlegt, ob ich ein Viech-Vtube-Dings mache. Aber bin ich auch ein bisschen zu faul dafür, das mir so anzufallen... Hoppla, jetzt habe ich das schon wieder kaputt gemacht. Was war denn da drin? Ah, da unten ist noch mal so ein Ding. Ähm... Bin ich aber zu faul, mir dann selber einen zu machen und... ...kaufen würde ich mir so ein Ding nie und nimmer. Obwohl, ne, das würde ich gar nicht sagen, aber... ...das ist ja alles nur Hobby. Arbeit und Uni geht vor und... Ähm... Da kann es schon manchmal sein, dass ich Monate nichts machen kann und... ...auf der Grundlage kann man halt keinen richtigen Switch streamen... ...oder... ...äh... ...allgemeinen... ...so einen YouTube-Kanal oder Social-Media-Gedöns... ...dich durchziehen. Glaube ich zumindestens, dass das dann mit der Zeit langweilig wird. Ähm... Ich persönlich weiß nicht, was ich von dem VTubern halten soll. Es kommt sehr drauf an. Meistens sind es ja die Persönlichkeiten trotzdem, die dahinter stecken. Und wenn die von sich heraus lustig und interessant sind, dann... ...ja... ...ist das manchmal auch was Lustiges. Oh, so eine Irkius-Schicht. Ich wollte doch sowieso auf den Mund mit Irkius. Dann... ...hab ich das doch jetzt damit erledigt. Okay. Dann... ...hab ich doch meinen Irkius auch erreicht. Das ist doch cool. Und kein Mondmonster, das mich hier belästigt. Ein paar normale Kristalle. Hauptsächlich jetzt erstmal alles, was leuchtet. Wohl schade eigentlich, dann leuchtet... ...also dann ist es wieder so dunkel. So, und das andere ist... ...Rowstone. Okay. Ja, ich sehe einen Wurm. Dann halte ich mich mal von der Seite ein bisschen fern. Aber hier kommt auch so genügend zustande. Das müsste sich dann auch alles extrahieren lassen. Lässt sich das auch quaschen? Nur Expekten. Klar, das stimmt. Aber wenn es solche Anime-Charaktere sind... Ähm... Aber wenn es solche Anime-Charaktere sind... ...mit den riesen Brüsten... ...und sonstigen sexuellen Inhalten... ...dann finde ich das eher quinsch. Bin ich ehrlich. Ja, also... Es gibt ein paar deutsche VTuber, die so auf... ...also weibliche VTuber, die so ein bisschen auf niedlich machen. Und das finde ich dann teilweise auch quinsch. Also so semi-sexualisiert und so semi... Äh... Ich bin ja so niedlich und so. Ähm... Das finde ich irgendwie am schlimmsten. Entweder dann... ...gleich so... Ich sage jetzt mal erwachsenere Schiene. Oder... Ähm... ...das andere durchziehen. Aber... So diese Mischung, die finde ich ein bisschen... Ja... Wiss ich, ne? Im Zweifel würde ich dann eigentlich auch eher die Spaßroute machen und... Ähm... Aha, hier muss ich aufpassen. Hier ist noch weit genug weg. Ach ne, die können doch... Aha, die können ja den durch... ...graben. Okay, jetzt wird es gleich... Okay, hat der im Hintergrund was gedroppt? Nee, hier klimpert nichts. Gisten gab es hier in der letzten Zeit auch keine, oder? Nee. Ah, Hilfe! Wo ist denn jetzt... Ach, da... Da, okay. Ja, komm. Ähm... Ich muss mich mal kurz heilen, dann helfe ich dir auch wieder. Safety first, Captain. Ja, deswegen bist du ja da. Damit ich... Äh... Damit ich mich in Sicherheit bringen kann. Äh, genau. Ich finde es sehr ungenehm, das anzuschauen. Ähm... Noch irgendwas dazu? Anzuschauen. Dann solche Text-to-Speed-Smashes, die irgendwie lustig sein sollen, aber quinch-sexualisierte Witze sind. Ja. Obwohl Text-to-Speed kann eigentlich auch ganz lustig sein. Ich bin ja vom Studium her so ein bisschen in Richtung AI unterwegs. Und das sind so die Sachen, die... Wo ich denke, da könnte man eigentlich auch ein paar lustigere Sachen machen. Ein AI-generierten Avatar, der vielleicht auch... Ähm... Diese Text-to-Speed-Smashes mit irgendwie meiner eigenen Stimme oder mit da... Ich sag jetzt mal generierten Stimme, aber die nicht normal ist. Sondern vielleicht irgendwas, was ich dann selbst gebaut habe, mache. Also das sind aber nur so Fantasien. Ob ich daraus wirklich mal was baue? Wahrscheinlich in drei oder vier Jahren, wenn es dann schon eigentlich wieder langweilig ist. Das sehe ich schon. Ich habe ja hier auch auf Twitch angefangen zu streamen. Zum einen Zeitpunkt, wo es eigentlich... Ja, schon die größten Zeiten durch sind. Obwohl ich das auch schon vor Jahren vorhatte. So, das kann... Sehr lustig sein. Wenn meine Donations an... Tobi, als du mit bei ihm streamen warst. Ja, okay. Ich erinnere mich. Das fand ich auch zum Teil ein bisschen quinch. Aber nicht schlimm. Sondern mehr so... Also ich mag Tobi und ich finde es sogar ganz lustig, dass... Oder ich finde es ganz angenehm, dass... Der ein bisschen Geld kriegt. Weil das ist ja auch das für... Mit dem er sein Leben bestreitet. Und... Ich selber kann jetzt nicht so viel spenden. Außerdem habe ich hier gar kein Geld mit dem verbunden. Oh, ich kriege mehr Research wegen... Weil ich so lange... Ach, nein Gott. So. So, unangenehm Witzel war das... Waren das ja... Waren das ja nicht oder waren das doch? Naja. Also ich sag's mal grenzwertig. Aber die Grenze war vielleicht noch nicht überschritten. So, hier will ich noch mal ein bisschen... Oh, da ist Gold. Ich glaube, Gold haben wir mittlerweile auch genügend. Da ist noch Titanium. Aber... Das ist jetzt wahrscheinlich weniger interessant. Oder meinst du TTS-Donations, die du Grinch fandest? Ähm... Ich... Ich bin mir gar nicht so sicher mehr, weil es... Weil ich nicht weiß, ob ich jetzt ein paar Sachen durcheinander bringe. Ähm... Ich meinte diese komischen Witze teilweise. Ähm... Komm ich da wieder hoch? Ähm... Ich müsste mir mal diese Bällchen anschaffen, die ich da runterwerfen kann. Oder habe ich da zufällig noch welche? Ich habe acht Stück. Müsste ich bloß mal... Das hier benutze ich doch eh nicht. Okay, das ist sicher. Ist das ein Pilz? Ah, hier ist ein unterirdisches Pilzbiom. Interessant. Okay, um mich herum ist es komplett dunkel. Aber... Achso, weil die Maus da... Da oben ist. Deswegen springt er die ganze Zeit da herum. Hab dich einmal grüßen lassen. Und... Ähm... Bei der anderen mich... Äh... Mich Tubis rechte Ohr genannt. Und geschrieben, er soll mal das Ohr sauber machen. Und da ist ein riesiger Klumpen drin. Ich glaube ja, dass... Ähm... Dass diese Quinnspitze fand ich ein bisschen... Merkwürdig. Und... Dass du mich gegrüßt hast, war... Das fand ich eigentlich ganz nett. Danke nochmal. Ähm... Das war die richtige Taste. Ich sollte aufhören, nach Kisten zu suchen. Hier gibt's... Ah, Hilfe. Hier gibt's eh keine, wollte ich sagen. Aber hier gibt's Schluchten. Hoffentlich komm ich dann wieder raus. Oh, ich hab ja jetzt ein bisschen Dirt gesammelt. Okay, da schmeiß ich nochmal so ein... So ein Leuchtekugel runter. Ah, okay. Ähm... Also nicht so dein Humor. Ab und zu schon. Was ist denn dein Humor? Äh... Ich bin relativ humorlos, glaube ich. Stimmt, ich hab hier eine Taschenlampe. Ähm... Ansonsten... Oh, jetzt ist die nächste Schicht. Obsidian. Und... Okay, aber eine reine Obsidian-Schicht, das ist ja auch schon heftig. Ähm... Manchmal hab ich einen ziemlich trockenen Humor. Aber das... Das ist immer sehr situationsbedingt. Wenn einfach irgendwelche Witze zu mir fliegen. Und ich dann die Chance ergreifen kann. Weil mir Sachen rechtzeitig anfallen. Das würde ich schon so ein bisschen... Erstmal meinen Humor bezeichnen. Manchmal stellen sich auch einfach Leute dumm an. Und dann braucht man einfach nur sagen, was sie angestellt haben. Und... Ähm... Dann wird das aus der Situation von sich heraus schon lustig. Aber das kann man ganz schlecht... Ich sag jetzt mal zwingen. Und... Ähm... Wie gesagt, das passiert einfach... Aus dem Gespräch heraus. Oder wenn irgendwas Lustiges passiert. Und mir fällt dazu ein dummer Spruch ein. Das könnte man als Humor bezeichnen. Ansonsten... Tatsächlich lache ich über sehr viel Quatsch. Aber hab damit in der Vergangenheit auch schon einiges auf die Nase bekommen. Ich hab noch nie gehört, dass sich jemand selbst als Humor los betitelt. Wird ja oft als Negatives gewertet. Verstehe ich... Äh... Verstehe ich was? Äh... Mache ich genauso. Also... Also früher hatte ich einen ziemlich kindlichen Humor. Der auch wirklich ein bisschen quinchig war. Und... Hab dann aber auch gemerkt, dass... Äh... Dass ich damit nicht wirklich weit komme. Und dass mir dann Sachen auch selbst dann mit der Zeit peinlich wurden. Die mir vorher noch nicht peinlich waren. Aber danach dann. Und... Ja, dadurch hat... Das hat sich dann irgendwie alles so abgelegt. Aber ich hab dafür nichts... Nicht so viel Neues entwickelt. Das sind so Sachen, die einfach mit der Zeit entstanden sind. Wo ich mir denke... Okay, statt jetzt einen... Blöden Witz zu machen... Wo ich eh nur der Einzige bin, der darüber lacht... Ähm... Sag ich mir einfach gar nichts. Was dazu führt, dass ich relativ selten irgendwas sage. Ach schade, ich dachte, hier wäre mehr drin. Ähm... Ne, das ist alles. Ich glaube, weiter runter muss ich nicht. Ich... Ich glaube nicht, dass ich hier noch was Besseres finde. Oh, da ist noch eine Tür. Dann müsste doch zu der Tür noch irgendwas anderes sein. Komm ich hier hoch? Müsste ich eigentlich... Okay, es ist schon um zwölf. Okay, von den Zuschauern sind die meisten schon abgehauen. Von dem Wraith. Das tut mir ein bisschen leid, dass ich die nicht so unterhalten konnte, dass die bei mir geblieben sind. Aber ich schätze mal, die haben die meisten... Die meisten haben da von Englisch gesprochen. Und... Dann hab ich die quasi nicht angesprochen. Okay. Da ist die Tür. Äh... Dann bin ich das Gegenteil. Ich mache immer Witze, wenn es geht. Und lache immer... Wenn es geht. Ja. Das ist doch eigentlich ganz gut so. So, ich mache mir mal ein bisschen Licht. Okay, hier... Gift. Jetzt bin ich hier vergiftet. Ähm... Reicht das gegen Gift? Ne, das reicht nicht. Ich kann mal ein bisschen was davon nehmen. Ähm... Manchmal ist das so auf Twitch. Man kann nicht jeden im Stream halten. Ich hab sowieso nicht gedacht, dass ich mit diesem Stream jetzt hier so viele Leute erreiche. Ich bin, wie gesagt, schon überrascht, positiv, dass das überhaupt so lange und so gut funktioniert hat. Und ich denke mal, das meiste wird dann auch über die Zeit kommen. Ich hoffe ja, dass ich ein paar Leute mit meinen Sachen hier unterhalten kann. Und zum größten Teil mache ich das einfach auch für meinen eigenen Spaß. Ich wollte Starbound spielen mal wieder in einem längeren... In einem längeren Spiel, sozusagen. Hab erst angefangen jetzt für mich selber so ein bisschen zu spielen. Und da dachte ich mir, nee, komm, ich will das streamen. Ich will irgendwie was Großes, was Tolles machen und dann... Das auf YouTube festhalten. Und da dachte ich mir aber, ach nee, YouTube schon wieder. Ich hab da so viele angefangene Let's Plays. Ähm... Das Format ist auch ein bisschen blöd für YouTube, weil... Früher hatte ich immer so halbe Stunden Folgen. Und das Problem ist dann, wenn ich diesen Stream hier in halbe Stunden Folgen gemacht hätte... Also... Dann wäre ich jetzt schon bei Folge 50 oder sowas ähnliches. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber... Äh... Schon so in der Größenordnung. Und damals hab ich ja auch jede Folge beendet und wieder neu angefangen. Also mittendrin zu sagen, ja... Dann fällt mir auch mitten... Dann selber nicht auf, wie lange die Folgen gehen. Ähm... Let's Plays auf klassischer Art sterben ja auf YouTube. Ich glaube auch. Aber gerade deswegen versuche ich das gerade noch ein bisschen... Bewusst, äh... Dagegen zu halten. Ich glaube, hier geht's nicht so ohne weiteres nach oben, oder? Doch, hier geht's nach oben. Ah, Tür. Komm ich da rum? So, ich seh noch irgendwas in der Nähe. Ah, da ist was. Okay, das nehm ich noch mit. Und dann benutze ich die Tür nach oben. Walkbricks. Ich glaub, die Walkbricks hab ich benutzt, um... Meine Straße zu bauen. Aber Asphalt wär ja schneller als Straße, auf jeden Fall. Okay, da ist das, was ich haben will. Ich markier mal noch mal ein paar... Äh... Wackeln. Damit ich hier wieder weiß, wo ich hin will. Achso, ich bin zu nah an der Wand. Da kann er den Beamer nicht nehmen. Oh, das... Ähm... Okay, Problem erledigt. Was ist das hier, Feines? Unrefined Quidgestone. Wrong. Views starnieren ja auch stark. Weil klassische LPs wahrscheinlich sterben, oder was? Ähm... Stark. Weil klassische Bs nicht mehr zeitgemäß sind. Hat er selbst ja gesagt. Ähm... Das kann sein, was er gesagt hat. Ja, ich glaub auch, dass es... Leider die Zeit um ist. Aber ich häng da vielleicht auch so ein bisschen in der Vergangenheit, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Das sieht interessant aus hier. Und Stil auch so ein bisschen. Diese Hintergrundsteine interessieren mich gerade da. Ausgerechnet da, wo ich meine Fackel gesetzt hab. Auch der Hintergrund hier ist gerade so ein bisschen Steampunk-mechanisch. Ich glaub, ich guck mir mal an... Ach toll, was ist denn da oben? Ach, noch so ein Roboter. Ja, die... Das stimmt. Hab ich aber auch nie alle richtig durchgeguckt, sondern... Zu der Zeit, als das aktuell war, hab ich irgendwie andere Sachen geguckt. Und... Dann wollte ich die mal nachholen. Aber ich glaub, das werde ich nicht mehr machen. Weil es einfach auch so viele andere Sachen zum Nachholen gibt. Selbst die Starbound-Let's Plays mit Gronkh und Tobi hab ich dann die letzten... Die letzte Staffel irgendwie gar nicht mehr nachverfolgt. Obwohl das natürlich eigentlich auch... Hast du Minecraft gespielt? Äh, sehr, sehr spät erst. Ich glaub, 2017 oder 2018 rum hab ich erst, äh... Mir ist Minecraft gekauft. Äh, vorher tatsächlich noch nicht. Und zwar, weil ich früher... Ach, das ist noch ne Kiste. Äh, früher hab ich, äh, sehr starke... Wie heißt das? Motion Sickness gehabt. Und gerade bei Minecraft oder solchen Spielen war das sehr, sehr extrem. Und deswegen eher solche Ersatz... Also, deswegen ist Starbound so mein Kopium geworden. Nennt man das so oder benutze ich das Wort grad falsch? Äh, mein Ersatzdroge für... Äh, Minecraft. Weil im Prinzip wollte ich schon früher Minecraft spielen. Hab das aber nicht ausgehalten lange. Also, selbst Let's Plays gucken und so weiter hat nicht funktioniert. Ach, schade. Ich dachte, hier wäre was Spannenderes drin. Ich glaub, das wird nix mit dem Tor. Vielleicht mach ich mir noch mal hier. Ähm, ja. Und deswegen viel Starbound. Ähm, fall ich da nach unten? Ja, aber das geht noch. Irgendwie hab ich grad schon wieder einen Satz vergessen, den ich sagen wollte. So, ich muss mal schnell... Ich glaub, das war's an Gefahr hier, oder? Aber ich glaub, das ist das Biom an sich, dass hier einfach so viele solche Dinge hat. Okay. Aber hier kann ich doch erstmal einsammeln. Will ich hier... Oder reiß ich einfach alles ab und nehm's mit, was dann... Ja, ich glaub, ich reiß einfach alles ab. Ja, Inhalt müsste mir ja sowieso zu fliegen. Mit dem Kisten kann man vielleicht noch ein Precipisches bauen. Weil selbst diese Platten sind doch die, die ich dann eigentlich auch im großen Maßstab benutzen wollte. Ich krieg auch so ein paar Ideen für meine eigene Siedlung. Ey, noch eins. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Oh, sechs Stück schon wieder. Das ist alles nur von so ein bisschen... Okay, das Prinzip hab ich auch verstanden. Ähm, hast du auch Stardew Valley gespielt? Ähm, ist ja auch von Shuckle... Äh, Shucklefish gepublished worden. Äh, ja, hab ich gespielt. Spiel spiel ich immer noch. Und ich hab mir auch ernsthaft überlegt, bevor du jetzt den Vorschlag gemacht hattest mit, ähm... Mit Entschwaudet. Ob ich, ähm... Ab nächster Woche auch ein bisschen Stardew Valley streame. Denn... Komm ich da hoch? Ähm, da soll am 19. Hinten... Eine neue Version rauskommen. 1.6. Mit einer neuen Farm und vielen neuen Sachen, wo es sich lohnen soll, nochmal komplett von vorne anzufangen. Das würde ich dann vielleicht mal machen. Vor allen Dingen, weil ich auch Stardew Valley viel mit Mods gespielt hab. Und da gab's keine Achievements mehr. Einfach nochmal spielen, damit ich... Hier gibt's einfach diese Walk-Dinger, äh, äh, diese... Diese Zahnräder gibt's hier einfach als, äh, Hintergrundblöcke. Interessant. Jetzt hab ich den Gedanken schon wieder vergessen. Ähm... Ja, Stardew Valley nochmal anfangen mit Streaming und Achievements sammeln. Ohne Mods. Aber dafür mit Achievements. Das war der Gedankengang. Ich glaube, alle Achievements kann man in einem Spiel sowieso nicht schaffen, weil man... immer die Wahl hat zwischen... Hier... Den Bösen, nenn ich's mal. Joja und... Oder Jojo. Oh, ich glaub, hier ist ein Joja. Oder Joja. Und... Äh, den Junimos. Und wenn man da... sich quasi für eine von den beiden Seiten entscheidet, dann kann man... nicht mehr die andere Route machen. Ach, toll. Muss ich hier... Ach, das geht immer schneller. Kreise. Okay. Zumindest bin ich jetzt einigermaßen sicher auf den Planeten gekommen. Äh, von dem Planeten gekommen, ohne meine ganzen Sachen zu verlieren. Ähm... Joja Markt hab ich gekonnt abgelehnt. Ähm... Ja. Ich hab... Ich hab... Tatsächlich, als ich das Spiel gekauft hatte, gleich im ersten Jahrzahl... Äh, hab ich sehr viele Spielstände angelegt, wo ich mir vorgenommen hab, ich will mal das machen, ich will mal das ausprobieren und so. Und de facto hab ich zwei Spielstände mehr oder weniger länger gespielt. Den einen, den ich gleich ganz am Anfang gebaut hab, was auch mein gemoddeter Spielstand ist. Und der zweite war ein Spielstand, den ich mit meiner Freundin zusammengespielt hab. Und irgendwann hatte die keine Lust mehr oder ich hatte keine Zeit und dann ist das irgendwie auch eingeschlafen. Und... Die restlichen Spielstände sind alle noch irgendwie im Frühling im ersten Jahr. So... Bestimmt neues Update. Sollen wir dann das zusammenspielen oder wirst du das lieber alleine machen? Okay, ähm... Hab mir schon überlegt, ob wir das vielleicht zusammenspielen könnten. Wär dann aber eine ähnliche Sache wie bei Starbound, dass... Äh, das dann halt davon abhängt, dass wir beide Zeit haben. Insbesondere, dass ich dann Zeit hab. Ich hab jetzt erstmal bis Anfang April ein bisschen mehr Zeit. Und dann hab ich aber auf jeden Fall weniger Zeit, weil dann... Ist mehr Arbeit zu tun, dann ist nächste Ladung Uni. Und da das Wetter besser wird, werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr mit Freunden unterwegs sein. Und dann wird das mit dem Streamen und YouTube-Kanal und allem sehr stark wieder leiden. Und dann werde ich halt sehr, sehr unzuhörverlässig sein als Streaming-Partner. Wenn du das verstehst. Beziehungsweise kann es dann auch sein, dass ich dann spontan einfach mal spielen will. Obwohl, das ist ja bei dir jetzt weniger das Problem, denn... Heute wolltest du ja auch nicht unbedingt mitspielen. Es war ja spontan, dass du dazu gekommen bist. Ab im April, Mai auch Prüfungszeit. Genau. Da will ich dich eigentlich auch nicht zu sehr stören. Auf der anderen Seite, das klingt schon ein bisschen verlockend, das zusammenzuspielen. Ehrlich gesagt. So, wo bin ich denn hier eigentlich? Oh, hier ist ein... Ist das ein freundliches Schiff? Nee, das ist böse. Achso, hier gab es noch einen einfachen Mond, aber der... Ich glaube, der war uninteressant. Das hier sieht aus wie ein ganz normaler Waldplanet oder so. Was bist du? Ach, ein ganz normaler, harmloser Planet, aber ein... Ja. Brauche ich jetzt weniger? Was bist du? Das sieht aus wie eine Gaswolke. Gasriese könnte es sein. Soll ich dann den spielen oder willst du den hosten? Ähm... Weiß ich noch nicht. Das ist ein ganz normaler Forstplanet. Okay, das ist Wüstenplanet. Und Gasplanet. Konnten wir den nicht auch besiedeln, aber betreten? Oder war das ein anderer Mod? Ich glaube, das war ein anderer Mod. Okay, das war der. Hier war ich schon. Ich glaube, hier war ich jetzt überall schon. Ich glaube, der Pilzplanet war mit am interessantesten. War das mein Schleimplanet? Ne, das war mein Pilzplanet. Mit der... Ein Schicht da. Das war der Gasplanet mit dem... Das war der Pilzplanet. Dann war das der Schleimplanet. So. Ähm, das gute alte Kappa-System. Achso, so heißt das wahrscheinlich, wo ich gerade drin bin. Aber Kappa mit C, das ist ja... Genau, das war der Schleimplanet. Ich wollte Purt Schleim haben. Jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich wollte. Purt Schleim war auf Penumbra-Planeten. Glaube ich. Rotoworld könnte auch das sein. Ich bin ja noch am... War ich hier schon? Ivis. Genau. Ähm. Ich behaupte, das ist... Hier ist noch ein Pilzplanet. Das ist relativ... Ach, Zeros44. Ich erinnere mich. Das ist doch der Planet, von dem ich gestartet bin. Unser Heimatplanet. Und Ivis, ich meine, das wäre der Planet gewesen... Ah, hier. Äh, wo ich gestorben bin und vielleicht noch mein Zeug rumliegt. Das könnte tatsächlich immer noch da rumliegen. Das ist einer der Gründe, warum Starbound immer noch als unoptimized gilt. Weil solche Sachen auch gerne mal weiter den... Das Ding verstopfen. Mal sehen. Böses Raumschiff. Battlestation würde jetzt ein bisschen lange dauern. Ich glaube, das ist der Benopra-Planet, weswegen ich hier überhaupt her wollte. Das ist nochmal so ein Glitch-Techno... Dings. Oh, Level 5. Kennst du eigentlich Star Citizen? Ja, ich kenne's. Ähm, hatte ich bis jetzt zumindest noch relativ wenig Interesse, das mitzumachen. Aber... Ach, stimmt ja. Die sind ja... Gegen was bin ich jetzt krank? Einfach nur Gift. Weil ich hier auf dem Planeten bin. Ach Gott. Ja, furchtbar. Weg hier. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Answer-Tasten noch gedrückt. Okay, habe ich nicht. Okay, ich brauche... Äh... Gift-Schutz. Achso, ich glaube, ich habe einen Gift-Schutz auf dem Rücken. Wenn du das mal ausprobieren kannst, führe ich dich ein oder sowas? Äh... Führe ich dich gerne rum. Okay. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube, es ist ein ziemliches Commitment bei Star Citizen, oder? Aber prinzipiell... Gerne. Oh, ich habe Geoden. Kann ich einfach so öffnen. Ein Gold-Ohr. Sample irgendwas. Und noch eine Sample. Und... Was wollte ich denn jetzt? Ghost-Latern. Ghost-Latern. Achso, das ist das Teil, was die Geister weg macht. Ach genau, ich wollte auf den Rücken... Das Gift-Dings machen. Und da ist noch ein Damage-Schutz drauf, zusätzlich. Ist ein sehr umfangreiches Spiel, aber mit den richtigen Leuten wahrscheinlich. Mit den richtigen Hardware eine echt geile Erfahrung. Deine Hardware reicht da komplett aus. Das hoffe ich doch. So, erstmal noch ein paar... Noch ein bisschen was. Okay, jetzt sollte ich ein bisschen besser auf dem Planeten sein. Mal schauen. Aber ich habe vergessen, dass diese Planeten ja relativ dunkel sind. Selbst wenn... So, der Baum sieht cool aus. Ich glaube, davon habe ich auch schon mittlerweile ein paar. Das Spiel zieht sich gerne 24 GB RAM. Achso, ja, RAM habe ich auch ein paar. Ähm... Wie gesagt, ich wollte ja unbedingt City Skylines 2 spielen. Ähm... Das ist eine von den Sachen, die etwas schlechter sind an dem PC. Ich habe zwar 64 GB RAM, aber die sind langsam. Weil es da nicht so unbedingt auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern auf die Masse bei City Skylines. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wenn das langsame RAM sind, ob das, ähm... Schlimmer ist. Oder ob es dann okay ist, weil das es immerhin noch mehr sind. Wenn du weißt, was ich meine. Wobei 24 RAM sind auch nicht mehr so... Äh, 64 GB sind auch nicht mehr so viel. Wie gesagt, habe ich damals für... Cities so aufgerüstet. Ich hatte da schon einen sehr konkreten Plan. Ich habe, ähm... 2.200 Megahertz. Ich weiß nicht, äh, wie das bei DDR5 ist. 64 ist sehr viel. Ähm... Ich habe hier nur 5.200 da. Und, ähm... Es wird ja generell davon geredet, dass man 6.000 da haben soll. Also... Nicht ganz doppelt so schnell wie deiner. Okay, aber... Ich schätze mal... Bei dir wird sich das dann trotzdem... Äh... Trotzdem reichen. Also theoretisch sind die immer noch schneller, aber es könnte und sollte eigentlich viel, viel schneller... vom RAM sein. Auch der Gate, das ist schon wieder das Swamp-Wasser. Deswegen... Achso, ich bin wegen dem Benuntre-Schleim hergekommen. Ähm... Wie auch immer das ausgesprochen wird. So... Das hier ist doch bestimmt eine Bio-Limiszenz. Warum sammle ich das eigentlich noch ein? Ähm... Verstehe ich nicht so ganz. Warum bei DDR es langsam sein soll. Du bist Profi, erklär mal. Ähm... Das ist schneller als deiner, aber... Das ist nicht so schnell wie 6.000 da. Ne, ich meine auf lange Sicht, glaube ich, wird das dann eventuell ein bisschen... ...schwieriger. Schwieriger. Jetzt sollte es erstmal gut sein. Hm... Ja? Schnell, Heilung. Ah, ich bin schon wieder voll. So, jetzt kriegst du eins auf die Nase. Ähm... Sind die Wizen 7.000 und die Intel 14.000 so sehr an Sammenschwindigkeit verbunden? Ich glaube... Ja. Ich habe mich damit mal länger auseinandergesetzt, als ich gerade aufgerüstet habe. Und in der Zwischenzeit habe ich schon wieder so viel vergessen. Obwohl ich dachte, das hätte ich jetzt gelernt. Aber... Ähm... Ich glaube... Ähm... Der, den ich hatte, der hatte ein bisschen Probleme am Anfang mit zu schnellem Rahmen. Da gab es wohl... ...damals ein paar Probleme. Ich drücke die ganze Zeit wieder auf falsche Knöpfe und wundere mich, dass nichts passiert. Ähm... Ich wollte dann sowieso langsam aufhören zu streamen. Nicht unbedingt jetzt gleich schlafen gehen, aber... Ähm... Wir streamen halt aufhören und selber irgendwas anderes gucken. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich noch ein bisschen... So wie Nator oder so. Oder Gronkh. Also die machen ja das gleiche jetzt gerade. Wenn sie es noch machen. Die streamen gerade entschroudert. Und das wollte ich mir eigentlich auch noch ein bisschen angucken. Obwohl ich da auch total keinen Überblick mehr habe, um was die gerade machen und so. Weiß ich auch nicht, ob ich das noch nachholen soll, das Let's Play. Oder ob ich jetzt einfach irgendwie mittendrin einsteige und dann... ...das auf mich zukommen lasse. Schon wieder was Feindliches. Ja, ich habe immer noch das Problem nach der offensiven Rüstung. Komm, heil dich. Dann drück nochmal einen Saft hinterher. Um dich noch mehr zu heilen. So, jetzt konnte ich mal aus Versehen mehr genug reagieren. Ist das ein Wurm? Ich glaube, das ist ein Wurm. Oder? Ne, das sind andere Viecher. Aber die sind auch böse, glaube ich. Zumindest das eine, was gerade auf mich zukommt. Was kommt auf mich zu? Ach, das ist ein Poptop. Ich bin nur ein Poptop. Ich lese gleich deine Nachricht. Ich muss mich nur mal kurz hier verteidigen. Gibt es eigentlich hier irgendwelche Geschichten? Äh, Geschichten. Ah, da unten ist was Leuchtendes. Genau, ich war auf der Suche nach Pulltrip-Schleim. So. Ähm, was hältst du von Seven Days to Die? Ähm, das sind alles diese Zombie-Grusel-Geschichten, glaube ich. Also nicht wirklich Grusel, aber so... Man nennt es doch trotzdem irgendwie Horror. Ach, die sind friedlich. Ähm. Genau, ich... Ich war hier auch so ein bisschen auf der Suche nach diesen... Benumbra-Shot-Ein. Einfach, weil die gerade so schön leuchten. Ähm. Das ist ja dann nur noch, ich sag jetzt mal, Survival im Sinne von... Ähm. Finde Loot, um den nächsten Tag zu überleben. Oder versuche, so lange zu überleben, wie es geht. Und irgendwann schaffst du es halt trotzdem nicht. Und alle Ressourcen verbrauchen sich irgendwann mal. Und... Dann war's das für dich. Sowas in der Richtung. Zumindest ist das immer der Enteindruck, den ich von solchen Spielen hab. Und das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen weniger. Wenn der Let's Player dazu stimmt, und das alles in der Geschichte richtig verpackt ist, dann würde ich sagen, ja, guck ich mir das auch gerne an. Aber... Ich weiß nicht, ob Skonk gespielt hat, aber ich hab da zum Beispiel auch... Hätte ich jetzt wenig Interesse, das bei ihm zu gucken. Und das ist ja derjenige, bei dem ich noch Forest so ein bisschen geguckt hab. Obwohl ich da auch keine Ahnung hatte von der Story. Ich weiß, es gibt irgendwie eine. Aber ich hab bei Forest zum Beispiel nie die Story richtig mitgekriegt. Ich glaube, am Anfang ging's darum, dass man seinen Sohn holen sollte. Und in Forest 2 soll man irgendwelche Reichen holen. Ähm, ja, Tobias und Gronkh zusammen. Mehrere Staffeln. Ach, von Seven Days to Die. The Forest Story ist sehr gut. Okay, das... Kann durchaus sein. Ich weiß halt nicht so viel davon, deswegen... Ähm... Ich will das gar nicht schlechtreden. Es ist... Das Grundspiel ist halt... Ah ne, The Forest ist ja schon wieder mehr mit, ähm... Basenaufbau und... Ähm, Vorsicht. Okay, da hinten. Und ich hab wieder irgendwelche coolen Kristalle gesammelt. Ach, dass das Pop-Top, das da so Geräusche macht. Okay. Ähm... Mit den beiden zusammen? Also spontan würde ich sagen, klar, guck ich mir gerne mal an. Aber es gibt so viele andere Sachen, die ich mir angucken will. Also... Unwahrscheinlich, dass ich das dann wirklich mache. Ich muss jetzt leider sterben. Okay, Ablenkung vorbei. Ich fress mich so durch meine... Heil-Atems hier. Ich könnte ja mal das durch Salben austauschen. Aber ich hab Angst, dass ich dann aus Versehen... Ich hab 48 davon. Ähm... Mach mal's hier rein. Da kann ich mich auch gleich heilen, wenn ich hier in dem Menü bin. Ähm... Was hast du geschrieben? Ich hab schon wieder vergessen. Finde in Sons of the Forest das Bausystem sehr geil. Das hab ich auch öfters gehört in irgendwelchen Kritiken und so. Ähm... Das könnte mich natürlich dann auch wieder dafür begeistern. Ähm... Was ich jetzt gesehen hatte, war Valheim und Entschwaudet. Die Bausysteme. Die fallen mir jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen war ich auch sofort bei Entschwaudet dabei. Ist auf der Wunschliste. Und hatte ich mir sowieso vorgenommen, dass ich mir das vielleicht als Belohnung für Prüfungen... Ähm... Gönne. Aber die Prüfungen sind jetzt nicht so gut abgelaufen, dass ich das Gefühl hab, dafür belohnt werden zu müssen. Das... Äh... Nur bedingt gut. So. Warum bist du für ein Mutant? Mit so vielen leuchtenden Augen. Das ist ein bisschen spinnenmäßig. Wenn man so Angst vor Spinnen hätte, dann würde ich wirklich Angst haben vor dem Viech. Also das ist jetzt schon eklig. Okay. Wie geht's hier weiter runter? Okay. Okay. Okay, jetzt fang ich schon wieder an, die ganze Zeit rumzubouncen. Ja, schnell! Mein Leben! Ich glaube, ich bin hier einigermaßen sicher. Hoffe ich. Ähm... Danach kommt Forstbank. Bald kommt auch Teil 2 von Forstbank. Bin sehr gehypt. Okay, ja. Forstbank ist dann schon wieder eher mein Thema. Äh... Schöne Aufbausimulation. Mit, äh... Ein bisschen Schwierigkeit dahinter. Also nicht nur Schönbau, sondern auch ein bisschen Strategie und so weiter. Ähm... Mir gefällt... Mir gefällt normalerweise eigentlich nicht das Schneethema. Also Forstbank in der Wüste... Wäre dann schon eher meins. Aber prinzipiell auch. Irgendwie ist das damals untergegangen, als es richtig im Hype war, Forstbank 1. Und jetzt würde ich tatsächlich eher an Forstbank 2 schon überlegen. Ne, habe ich auch diese Taste gedrückt, während ich hier mich umgeschaut habe? Ne. Hier gibt es überall diese Kristalle. Ah, muss ich mich schon wieder verteidigen? Wieso schießt mein Männchen einfach, wenn... Äh... Mein Kollege hier... Ja, ich... Ich will eine Plackel aufbauen, damit ich ein bisschen sehen kann, was hier gerade passiert. Okay. Am besten, ich gehe nach unten. Oder ich bleibe hier unten. Oder ich mache mal das hier kurz. Äh... Valheim, mein Lieblingsspiel der letzten Jahre. Sehr zu empfehlen, wenn du es noch... Äh, wenn du es nicht gespielt hast. Äh... Bei Valheim ist es ähnlich wie bei Stardew Valley. Da warte ich jetzt auf das nächste große Update, bis ich... Wiederspie... Also, Valheim habe ich noch gar nicht gespielt, aber... Ich habe gehört, da soll irgendwann demnächst ein größeres Update kommen. Und deswegen will ich nicht anfangen, das zu spielen, bis dieses Update da ist. Weil... Ähm... Ja, sonst fange ich jetzt ein größeres Spiel an und... Ich kann das noch gar nicht so richtig... Beenden. Weil ich dann schon wieder mit dem nächsten... Schüssel spielen möchte. Okay, hier ist so ein Mini-Schneeding. Ein paar Medikamenten, sehr schön. Und... Äh... Okay. Aber mehr ist hier auch nicht, oder? Okay. Es gibt noch relativ viele Erze in der Gegend. So, Ashles soll im Sommer kommen. Mal sehen, was das wird. Ich sage jetzt mal so, Sommer ist sehr schnell da, wenn man... Wenn die Zeit für einen so vergeht wie für mich. In der Zwischenzeit habe ich erstmal das Stardew Valley Update. Dann vielleicht noch Entschwaudert. Dann spiele ich ja noch nebenbei noch so ein bisschen Pal-World für mich allein. Also, ich weiß nicht, ob ich mit Pal-Worlds ein Let's Play machen möchte. Aber... Eigentlich nicht unbedingt. Achso, da ist der Kristall, der da leuchtet. Achso, leuchtet? Ah, hier ist eine Tür. Die Tür könnte ich dann wieder benutzen, um mich nach oben zu teleportieren. Aber eigentlich wollte ich noch zum Kern des Planeten. Immer noch auf der Suche nach Burlitz Schleim oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Aber... Wir spielen jetzt wieder Hänsel und Gretel und... Ich lege mir mal eine Fackel da in die Nähe und versuche jetzt auch fackelmäßig danach hinzugehen. Irgendwas mit Updates. Ähm, die Updates sind zwar gut, aber gerade die letzten waren nicht hundertprozentig das, was die Leute wollten. Und auch die Update-Häufigkeit lässt zu wünschen übrig. Ähm, um welches Spiel geht's denn jetzt nochmal? Bei Parle World ist es logisch, dass da jetzt erstmal nicht so viele an Updates kommen. Die haben das Spiel von der ersten Ankündigung so oft verschoben, dass ich nicht geglaubt habe, dass das wirklich mal rauskommt. Und wenn es rauskommt, dass es aktuell gut ist, das ist eine riesen Überraschung. Für mich war das eher so ein... Valheim. Okay. Da kann ich weniger mitreden. Aber bei Valheim ist es wenigstens so... Wenn dann mal ein Update rauskommt, die... Ähm... Die sind doch von der Qualität her eigentlich ganz gut. So. Ich muss irgendwie das schaffen, dass ich dann den Weg wieder hier zurückfinde. Okay, ähm... Ich mach doch mal irgendwo eine Fackel hier dran. Kann ich da? Okay. Da ist noch eine Tür. Da hätte ich ja da... Jetzt kann ich gerade gar nicht mehr reden. So, jetzt ist... Jetzt hat meine Stimme sich komplett verabschiedet. Ich will trotzdem erstmal... Was war ein... Ach, Prismanchard war das, was ich da gesehen habe. Und Telenubrium... Oh, hab ich jetzt auch noch ein bisschen gesammelt. Okay. Ähm... Welchen Gedankengang hatte ich denn gerade? Valheim. Genau, bei Valheim hab ich immer noch das Gefühl, als ob... Okay, hier ist eine Ruinschicht. Das ist ja cool. Da sind Gegner, das ist weniger cool. Ähm... Machen wir kurz die Taschenlampe. Ich will mal sehen, was da hinten sich verbirgt. Achso, jetzt hab ich natürlich meine Leuchtebällchen weg... Nicht weggetan, aber... Moment mal, das hier benutze ich doch eh nicht mehr. Das ist auch nur noch Level 3. Kann ich da meine Leuchtebällchen draufschmeißen? Auf dem Platz. Okay, das sind nur solche Dinger. So, ich muss jetzt mal kurz gegen die Leuchtedinger kämpfen und dann lese ich die Nachricht. Klar. So, nochmal die Kamera fixieren. Da kommen noch mehr davon. Ähm... Ich lese jetzt seine Nachricht. Ähm... Suche, wenn... Äh... Wir brauchen ein Tice-Update. Die Qualität ist gut, aber wir brauchen lange. Dauert es nicht, bis Leute was suchen. Äh... Was Neues zu suchen, wenn... So lange nichts kommt. Ähm... Ja, das ist aber... Also mir ist es... Generell... Also ich kann jetzt nicht für Valheim sprechen, aber generell ist es mir eigentlich lieb, wenn... Die Leute ordentliche Updates machen und das Spiel nicht kaputt patchen oder so. Und wenn man auch eine lange Zeit mit dem Spiel auch irgendwie Spaß haben kann. Wenn das irgendwie Sinn macht. So, sind hier eigentlich irgendwelche Ruhen versteckt? Ne, hier sind einfach nur... Das ist einfach nur komplette Ruine. Die Mistlands kamen halt im Dezember 2022, also über ein Jahr schon. Das ist schon lange. Das ist leider schon... Äh... Das ist leider der Sange... Ach, ich kann die überhaupt nicht mehr vorlesen. Wenn man sieht, wie wenig... Dann immer kommt. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass die Mistlands schon so lange her sind. Und die Mistlands alleine fand ich jetzt auch nicht so viel, was ich im Let's Plays gesehen habe. Aber ich habe auch nicht so viele Let's Plays geguckt. So ein 100-Stunden... Ne, 100-Tage-Let's Play von Cornelius, glaube ich, hieß der. Ich höre Kreissägen. Das ist mal Tom-Block. Blei. Okay. Ich habe die Kreissäge gefunden. Aber ich glaube, die kann man nicht mehr mitnehmen. Das war ja immer ein Witz bei dem... Genau. Achso, ich sollte mir mal ein paar Fackeln setzen, damit ich weiß... So, das erkenne ich ja. Ich müsste den Weg zurück einigermaßen erkennen können. Ähm, bin... Bin ich deiner Meinung? Lieber... Ähm... Lieber länger warten und ein gutes Spiel am Ende haben. Aber Content ist meistens ein Ding von zwei Wochen und fertig ist es. Ja, stimmt. Obwohl ich eher... Eher so ein Langspieler bin. Also Starborn zum Beispiel spiele ich jetzt auch schon seit Jahren. Und kann ich auch nur die nächsten Jahre spielen. Oh mein Gott, was ist... Warum ist hier so ein Miniboss? Oder ist der gar nicht so... Der ist gar nicht so gefährlich. Oder ich bin schon zu stark. Da ist ein bisschen Golderz drin. Ist das ein Banner? Ich glaube, das ist ein Banner. Ja, das ist ein Banner. Aber immer noch... Da ist so eine Statue. Aber ich glaube, das ist keine Kiste oder so. Na dann... Weiter nach unten erst mal. Und zum Beispiel bei Valheim... Äh, Valheim kann ich mir auch vorstellen... Ja, man macht erst mal ein Content durch bis zu den Mist Islands. Und dann würde ich einfach irgendwie ein riesiges Schloss bauen. Zehn Stunden lang oder länger. Zehn Monate lang. Eher. Und ich weiß nicht, wie das bei den Updates ist. Wenn ich jetzt ein Spiel anfangen würde... Ob dann die Ashlands einfach so... Dazukommen können. Oder ob ich dann einen neuen Spielstand anfangen müsste. Und auf die Gefahr, dass ich einen neuen Spielstand anfangen muss... Ähm... Hätte ich halt nicht unbedingt Bock da drauf. Aber wie gesagt, erst mal ein Schraudert. Auch da rechne ich damit. Um teilweise auch viel... Spiel... Äh... Oh, was. Äh... Um teilweise auch viel Strecken der Spielzeiten. Äh... Um teilweise auch viel Strecken der Spielzeit. Ach so ist das gemeint. Wenn man sieht, dass man keine Ärzte durch Portale bringen kann... Und jedes Mal 20 Minuten segelt, um nach Hause zu kommen. Das ist halt künstliche Strecken teilweise. Ähm... Ja, das soll ja auch so ein bisschen Achievement sein. Dass du dann das nach Hause gebracht hast und... Ähm... Das war in dem Let's Play, was ich dazu gesehen habe, auch so Teil davon. Dass der Let's Player auch gesagt hat... Okay, das geht den meisten wahrscheinlich ein bisschen... Auf den Sack. Aber wenn man das mal geschafft hat, so ein vollbeladenes Boot nach Hause zu bringen... Dann ist das angeblich auch ziemlich belohnt. Und das kann ich mir auch vorstellen. So... Ich wollte eigentlich gucken, ob hier noch irgendwo... Da ist wieder so ein Sarkophag. Da oben ist ein Sarkophag. Aber keine Kisten in der Nähe. Sehr schade. Jetzt ist es nur noch... Ah, okay. Wollte ich gerade sagen, hier ist gar keine Höhle mehr. Okay, hier hängt eine Ranke runter. Das heißt, dass hier geht es langsam wieder in... Ich sehe leider gar nichts. Ähm... Leuchtebärchen habe ich auch nicht mehr so viele. Leuchtefrucht essen. Kann ich das noch? Und... Achso, dann halt so unter Nahrung gucken. Ähm... Welche war das? Das war die lila Frucht. Die hier. Okay, bringt jetzt leider nicht zu viel. Habe ich mir mehr davon erhofft? Bin ich ehrlich. So. Die Knochen kann ich einsammeln. Lohnt ist es auf jeden Fall zu Anfang zumindest. Ja, ich kann mir... Also für mich reicht das... Hält sowas sehr lange an. Aber wenn man immer mehr braucht, ist jedes Fall... Jedes Mal fährt es halt nicht so cool. Ähm... Also selbst... Äh... Für mich ist es hier selbst jetzt noch belohnt, wenn ich hier dieses Silberohr zum Beispiel einsammle. Obwohl das ja auch lange schon nichts mehr Besonderes ist. Silberohr sind wir schon längst drüber über das Tier. Über die Stufe. Aber ganz ehrlich... Macht mir immer noch Spaß. So. Immer noch keine Kisten. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach so runter. Achso, das ist... Äh... Das Darkwater? Oh, was ist denn hier? Äh... Gefahr ist hier. So, erst mal das aufbrauchen. So, ich sollte gleich geheilt sein. Und dann kann ich mal dein Maschinengewehr ausprobieren. Ach, da wird wieder so ein... Genau so ein Viech wird da sein. Okay, irgendwas Neues habe ich getwiggert. Schon tot? Aber... Ich will mich gar nicht so sehr daran gewöhnen, dass ich hier so viel Licht machen kann. Aber ein bisschen schon. Ich wollte gar keinen Doppelklick jetzt nach vorne machen. So, ich lese gleich, was du gesagt hast. Ich will nur kurz mich selbst in Sicherheit bringen. Indem ich mich in Gefahr bringe. Okay, jetzt ist wieder Penumbra-Schicht. Sehr interessant. Ähm... Die Welt und die Charaktere sind getrennt voneinander. Also mit dem Charakter kann man andere welten. Aber die Welt ist, wenn sie 100% geladen ist, nicht mehr updatebar. Ähm... Ja, sowas ähnliches dachte ich mir. Aber wenn dann eine neue Welt ist, würde ich auch irgendwie gerne wieder von vorne anfangen. Wenn das totaler Quatsch ist. Aber gerade so die Anfangsphasen machen ja meistens Spaß. Also mir zumindest. Ja, ne. Da will ich eigentlich gar nicht lang. Ich muss mich daran erinnern, dass ich hier oben lang will. Obwohl mittlerweile so weit unten, wie ich bin. So, das noch. So, hier ist wieder so ein Augenbösewicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach so nach unten. Okay, da sind ein paar Ärzte. Da sind welche. Da ist wieder so ein Viech. Irgendwo. Okay, da. Ich gehe erst mal hier absammeln. Dann nehme ich mir das mit. Clay. Okay. Und ein bisschen Neptunium. Ich weiß gar nicht. Ist Neptunium besser als... Ich glaube, Neptunium ist mit das... Äh, einer der besseren Brennstoffe. Obwohl, ne. Ich glaube, Plutonium ist immer noch das Beste. Das gibt es zwar schon ziemlich früh, aber sehr, sehr selten. Und das kann man ja entwitchen. Müsste man da einfach mal nachschauen. Ich glaube, das steht überall in der Beschreibung dazu. Okay, jetzt. Okay, hier ist schon wieder so ein... Äh... Benumbra... Ach, da ist es. Benumbra Pop Top. Interessant. Wie weit das hier nach unten geht. Gott. Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Hier wieder nach oben zu müssen. Vor allem, weil ich überhaupt nicht mitkriege, wie schnell ich schon wieder hier... Downwind mit der Helf. Eigentlich war der ursprüngliche Plan, Rohstoffe zu sammeln für... eine bessere Rüstung. Was mache ich? Ich gehe auf Planeten, auf die ich... äh... mit einer besseren Rüstung gehen müsste. So, ist jetzt hoffentlich alles tot in meiner Umgebung? Anscheinend noch nicht. Achso, ich... lesen. Okay, da geht es ziemlich weit nach unten. Ähm... Das machen wir gleich. Ich will erst mal kurz lesen. Welten... Binde Starbound nicht vergleichbar. Valheim ist teilweise echt nervend auftreibend, wenn es um Erkunden geht und Erzbeschaffen. In Starbound ist das ja eher einfacher. Sich mit 100 Kilometer durchs Planeten zu buddeln, ist was anderes als mühsam nach Silber zu suchen. Ja, ursprünglich wäre das mit solchen Planetenbuddeln sehr, sehr viel anstrengender als mit Fracking Universe. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, wie sieht es denn überhaupt in der Umgebung aus? Ich glaube, hier war genau eine Pflanze. Ach, hier... Hier war doch meine Taschenlampe. Kann ich jetzt nach unten gucken? Nein, nicht wirklich. Aber hier geht es ja ein bisschen nach unten. Ach, Mann! Warum hat er jetzt das nicht gewechselt? Ich verstehe es nicht. Hauptsache, ich habe es gerade noch so überlebt. Nein, ich wollte das drücken. Okay. Der... Er hat beschlossen, dass wir jetzt nach unten gehen. Dann machen wir das mal. Warum leuchtest du immer so komisch nur? Das ist doch... Ich frage so oft, warum, aber... Eigentlich interessiert es mich gar nicht. Ich will, dass er das macht, was er soll. Gegen was kämpfe ich denn jetzt gerade eigentlich? Das war... Ist das jetzt schon wieder die nächste Schicht? Das sieht sehr eisig aus. Eis! Oh, Eis-Schaden. Liquid-Nitri... Ah, das könnte ein Liquid-Nitri... Natrium... ...Kern sein. Ich bin optimistisch. Oh, eine Kiste. Ich habe gerade... Achso, das... Moment. Ich meinte, ich hätte hier noch was gesehen. Okay, das ist nur Silber-Erz. Okay, die Axt ist... 4-4. Achso, ich wollte schon nochmal schreiben. Äh, lesen. Ähm... Wo fängt das an? Silber zu suchen? Wenn man den Manipulator auf die höchste Stufe gebracht hat, ist es sehr ähnlich wie mit dem Laser. Wenn ich sogar besser... Nimm mal was davon mit, äh... Für die Dynamos, für die Lava-Farm. Stimmt. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass, äh... Es eventuell hier einen Kern davon gibt. Dann könnte man hier sozusagen Liquid-Nitrogen-Farm aufbauen. Aber ich weiß ja nicht, ob es darunter nicht noch wieder eine ganz normale Lava-Schicht gibt. Und ich bin anscheinend... Moment mal, ich habe doch Pflanzen, die mich gegen Liquid-Nitrogen immun machen. Ich muss sie jetzt nur noch finden. Radiation. Bouncy. Immun-to-File-Damage. Aber das ist nervtötend. Damit leuchte ich. Swim-Boost. Energy-Vegen und V-Gen... Energy-Vegen-Block. Okay. Das klingt auch cool. 50% Run. Nochmal Radiation. Healing. Brutto-Poison. Okay. Healing allgemein brauche ich jetzt gerade nicht. Ah, okay. Das ist eins der Sachen, die mich heilen für zu kalt. Das. Nehme ich jetzt gleich mal. Normale Defense. Okay. Ich versuche mir mal zu merken, dass die beiden Sachen mich gegen Kälte heilen. Das steht jetzt einfach hier in der Liquid-Nitrogen-Geschichte drin rum. Ah, hier ist ein bisschen... Dura-Steel-Ohr. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ist es einigermaßen sicher, da runter zu gehen? Ja. Ein bisschen Dura-Steel einsammeln. Hoppla. Ah, so ganz immun bin ich noch nicht gegen Eis. Ich glaube, der Schaden ist geringer. Aber er ist nicht weg. So viel kann ich sagen. Ja, toll. Was mache ich? Ich springe nochmal da rein. Nachdem ich gerade mich durchgeheilt habe. Aber wie gesagt, der Schaden ist nur... Ist überschaubar. So, kriege ich das hier eingesammelt. Äh, ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen Silber. Achso, ich wollte eigentlich nach unten. Oh. Also... Scheint auf jeden Fall viel davon zu geben hier auf dem Planeten. Interessant. Du wolltest doch, dass ich ein bisschen was davon einsammle. Jackpot. Ja. Ähm, kannst du mal bitte öfters Licht machen? Okay, das sieht aus wie Kohle. Ich gucke mal von der anderen Seite hier ran. Das kam ja irgendwie aus der Höhle hier. Okay. Dann müsste ja... Okay. Mir fällt jetzt gerade nichts besseres ein, als mich hier jetzt hier hinzustellen und das so nach und nach abzupumpen. Ich glaube, eine Pumpe habe ich nicht mehr im Inventar, oder? Die dann so nebenbei pumpt, während ich pumpe. Ähm, und wenn... Wie erkenne ich das? Ich glaube, wenn ich die ordne, dann... Wären so Sonderdinge irgendwo an den Rand gepackt. Hier sehe ich erst mal keine. Mach mal hier drauf schauen. Ich glaube, ich habe keine. Es kann auch sein, dass ich es jetzt einfach übersehe, weil ich einfach so viel Kram habe. So, ich muss mal ein bisschen runter. Ja, am besten ich... Mach mal hier den Weg nach unten. Kann ich hier relativ sicher abbauen. Also meine Vermutung ist, wie gesagt, dass der ganze Kern von dem Planeten aus Nitrogen besteht. Aber wir können ja erst mal so hier anfangen. So. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran. Ich kann ja mal kurz da Licht machen, wo ich gerade stehe. Ah. Jetzt wäre ich gerne immun gegen Liquid Nitro. Achso, ich kann mir doch den Weg hier nach vorne graben. Das Zeug ist ja... Vorsicht! So, jetzt müsste ich doch einigermaßen sicher hier rankommen. Langsam, aber sicher trinke ich hier den ganzen Pool aus. Na, hör nicht auf damit. Immer schön weiter trinken. Kurz hier ein bisschen Licht machen. Okay, hier ist jetzt erst mal Schluss damit. Ich habe ein bisschen Angst, weil das hier rutschig ist. Aber... Ja, doch. Leuchte mal dahin, wo du hinleuchten sollst. Achso, ich habe doch ein Haustier, das leuchtet. Hätte ich schon längst mal rausbringen können. Habe ich natürlich nicht dran gedacht. Aber das wäre jetzt vielleicht in der... Hier drin gestorben. Traue ich dem Ganzen zu. Mach mal hier so eine coole, dass ich das hier besser aus... ...filtern kann. So, das müsste es gewesen sein. Noch ein bisschen Metall im Hintergrund. Ich habe so Angst, dass hier noch so ein Teil ist. Ne? Das habe ich jetzt wirklich ja... ...gezogen. Okay. Okay, da kann ich noch runter. Ich bin mal so vorsichtig, wie es geht. Na, toll. Jetzt habe ich das auch noch verbraucht. Ähm. Was haben wir denn noch so an Heilungsitems? Das haben wir. Da kann ich mal das hier benutzen. So. Der nächste. Liquid Nitrogen Pool. Kannst ja schauen, ob das Wasser in Liquid... Ich glaube nicht. Ich glaube, das verwandelt sich in eine Eisschicht. Aber... Außerdem habe ich nur zwei... Ne, das ist Sumpfwasser, oder? Ne, das ist normale Wasser. Genau, so habe ich das erwartet. Aber jetzt kann ich sozusagen da drunter... ...das hier sichere abpumpen. Okay, schade. Ja, habe ich auch nicht erwartet, dass das jetzt so gut funktioniert. Okay, da geht es mit normal. Hier ist so eine Stachel. Ähm. Ach Gott. Tasten. Tasten sind wirklich schwer zu bedienen. Ähm. Eine neue Fackel wollte ich hier hinsetzen. Und gucken. Ich habe noch drei Bällchen zum werfen. Okay, wir sind am... Äh, wir sind am Rand. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Aber der Kern von dem Planeten besteht aus Liquid Nitrogen. Wir können hier eine Station aufbauen. Und... Das Zeug im größeren Maßstab... Äh... Ziehen. Jetzt habe ich leider wirklich keine... Fahne mehr. Springt rein, hahaha. Ja, das habe ich schon einmal gemacht. Ähm, danke. Avian Nanolume. Frostbarn Alien Meat. Stimmt. Ich kann ja... Spezialnahrung machen. Slugepaste. Repaired Food. Okay. Könnte ich auch mal produzieren. Okay. Ach, weil Schnee habe ich jetzt nicht so viel. Weapon Wirt Bench. Das sind alles nur Avadi... Waffen. Okay, ähm... Achso, ich habe mir Nahrung hergestellt. Einfach, weil ich gerade Lust drauf hatte. Fresh and Delicious. Okay. Ah, das bringt sogar einen... Relativ guten Heilboost. Okay, jetzt ist die Frage nur noch, äh... Wie komme ich hier hoch... Äh, raus? Okay, das geht doch schon mal. Ja, verdammt. Ähm... Da könnte ich... Ach... So, ich brauche gleich nicht mehr da reinspringen, weil ich es auch so schaffe, mich selbst umzubringen. Mal gucken, wie hier die Lage ist. Ich versuche, mich hochzugraben, wenn das Sinn macht. Ah, die Kiste müsste ich schon angeguckt haben. Ja. So, ich bin bestimmt von da oben gekommen. Oh, Dura-Stil. Oh, Dura-Stil. Und ein bisschen Blei. Blei ist ja auch wichtig. Und noch mehr Dura-Stil. Ah, verdammt. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen wie in Minecraft. In der Schicht, wo viel Lava ist, sich nach oben zu bauen. Und dann immer Gefahr laufen, dass man... Okay, da sind meine Fackeln. Aber da drüben ist noch ein bisschen Dingensohr. Nochmal hier das und... So, ich habe noch den vollgeladenen Buff. So, du machst mir keine Angst mit deinen komischen Geräuschen. Okay, hier ist gerade der Übergang. Ach, komm. Was ist denn jetzt hier? Ich habe es echt geschafft, meinen... Den Boden unter meinen Füßen wegzugraben. Aha. Die Plattform ist ein bisschen zu klein. So. Ich will zwar auch das da drunter haben, aber dann... Habe ich wieder das Problem mit dem... Daneben springen. Gibt es auch so noch genügend... Okay. Bin ich hier wieder im Sumpfwasser oder ist das Darkwasser? Black Tar. Kein Wunder, dass ich gerade so... So durchhänge. Ähm, Slime Blob. Was macht denn das Ding gleich nochmal? Ich fände es immun gegen Slime. Das ist vielleicht doch gar keine schlechte Idee bei dem... Bei dem Biom jetzt gerade. Komme ich da überhaupt hin? Ah ja, komm ich. Okay. Dann weiter in die Richtung. So grob. Ich habe da links unten gerade noch eine Fackel von mir gesehen. Deswegen müsste es... Mal sehen, das sind meine Fackeln. So grob nach oben gehen. Hier ist... Ein Gegner. Ne, das bin ich. Ich dachte gerade, weil ich da so leuchte, dass ich selber ein Gegner bin. So ein Schwachsinn. So, ich habe doch hier... Die andere Methode Licht zu machen. Ich hätte wirklich lieber, dass das auf der Linken... Achso, meine Immunität gegen Schleim ist weg, oder? Ne. Okay, da ist noch ein bisschen was von dem Erz. Aber hier bin ich langgelaufen. Nehme ich das Erz mit als Ersatz. Der Erzersatz. So. Bauen wir jetzt wieder hier nach oben. Okay, wie sieht es hier drin aus? Okay, da sind... Oh, da ist eine Tür. Die Tür nach oben. Was ist das jetzt? Komm, ich muss da extra noch draufklicken. Was wäre, wenn ich jetzt gestorben wäre? Ähm... Seit wann sind hier Gegner drin? Die sollten nicht so schwer zu besiegen sein. Aber trotzdem. Ich brauche... Ich brauche... Ich bin wirklich mehr so der Tank. Ich bin nicht der Typ, der... Äh... Gut dodgen kann oder so. Sondern ich bin einfach der, der mit einem Schwert gegen ein Maschinengewehr rennt. Und dann aber auch draufhaut. Das ist viel zu dunkel hier. Echt mal. Ähm... Leuchtefrucht essen. Habe ich noch eine? Ähm... Nur noch eine. Und so doll leuchte ich leider auch gar nicht. Achso, Maschinengewehrflammenwerfer. Was auch immer. Okay. Was habe ich hier, Feines? Hier, vier. Rocket Spear. Aber, ähm... Mal sehen. Habe ich noch irgendwo was, was ich noch nicht benutze? Hier. Hier kann ich mal hin tun. Ähm... Eine meiner Lieblingswaffen aus Fracking Universe war... So ein... Rocket Spear, mit dem man fliegen konnte. So. Was hast du gerade noch geschrieben? Ähm... Vielleicht machst du ja dir die 10x und gewerdest die ab. Das ist durchaus eine Überlegung wert. Gehe... Ja. Okay, hier ist nichts mehr versteckt. Da ist sozusagen die Hauptkiste. Das ging schnell. Aber wie gesagt, Schaden mache ich ja mit der Rüstung. Nur... Wenn ich mich 10 Minuten länger da... Da hinstelle und... Ja, Quatsch. 10 Minuten ist ein bisschen viel. Aber 10 Sekunden länger stehen würde und zweimal länger draufhauen würde... Würde mir das jetzt auch nicht so viel ausmachen. So. Ah, da unten ist noch einer. Okay. Also wirklich erst freigeschaltet in dem Moment, wo... Alle weg sind. So. Und jetzt ab nach Hause. Sehr schön. Will ich mit dem Planeten markieren? Habe ich mir überhaupt schon Planeten... Gebuck... Gebuckmarkt? Koordinates? Nee, das will ich nicht. Weave Quest Location... Weave Shub... Bookmarks. Ähm... Lasso. Ich weiß nicht, warum ich mir diesen Planeten gemerkt habe. Aber... Ich bin doch schon da. Was mache ich denn? Bad Bookmark. Ähm... Ähm... Da bookmarke ich mir jetzt mal... Ähm... Ice Core. Nee, das ist ja eigentlich nicht Ice Core, sondern Liquid... Äh... Nitro Core. Liquid... Nitro... Core. Das müsste jetzt dabei sein. Liquid Nitro. Ja. Ähm... Wenn du Research brauchst... Die Laptops laufen ganz gut. Ähm... Normales Research habe ich eigentlich einfach dadurch, dass ich so ultra langsam spiele... Achso, ich sitze auf dem Stuhl, deswegen geht das nicht. Dadurch, dass ich so ultra lange spiele, habe ich relativ viel Research. Ich glaube, das geht auch schnell wieder weg. Wenn man... Dann ein bisschen mehr... Das hier war alles nur Madness, oder? Nee, das brauche ich auch Research. Aber das braucht auch schon relativ viel Madness. Okay. Ah, das kann ich machen. Warum auch... Ah, weil ich ein bisschen von diesen Erzen habe. Okay. Okay. Das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Ah, das kann ich jetzt researchen. Hatte ich vorher auch noch nicht. Und das hatte ich vorher auch noch nicht. Selbst das hier fehlt mir, obwohl ich die schon längst habe. Ähm... Quartes Ohr. Und das hier, das haben wir irgendwie auch noch übersprungen, sage ich jetzt einfach mal. Obwohl das hier... Obwohl das ja irgendwie auch dazugehört. Und das hier... Das hier... Dieses komische Minispiel mache ich eigentlich überhaupt nicht gerne. Okay, dafür braucht man Madness. Ist ja interessant. Imposible size. Okay, ja. Wenn man unmöglich präzise arbeitet... Ähm... Kann ich verstehen, dass das ein Madness-Draft braucht. Okay, den Planeten habe ich mir ja mal markiert. Was hat man denn noch so hier? Das... Ähm... Ähm... Einige Ärzte sind nur für Rüstungen gut. Oder Waffen. Ja, das kann sein. Aber ich... Ich will sie trotzdem alle haben. Hier ist... Ein freundliches Schiff. Das können wir mal besuchen kurz. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht aus Versehen durch Dummheit hier. Aber ich will erstmal das Schiff besuchen. Und dann besuche ich unsere Basis. Und bringe erstmal die ganzen... Materialien-Sicherheit. So, drei Stunden der Stream schon. Und das, obwohl ich so spät angefangen habe. Aber... Ja, ich überlege gerade, was will ich denn eigentlich noch machen? Die Schleimrüstung wollte ich eigentlich schon gerne fertigstellen. Ach genau, dafür... Dieses Pultrittschleim. Ich wette, das habe ich immer noch nicht vollständig. Ich muss erstmal die... Ähm... Die vorhergehende... Äh... Die vorhergehende Schleimrüstung bauen. Dafür brauchte ich noch die anderen Sachen. Oh, Teleporter-Core. Danke. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht, oder? Zumindest... Keine Kiste. Noch Leute, mit denen ich reden kann? Ähm... Ich lese mir das gerade nicht durch. Aber vielleicht lest ihr das ja. Okay. Die habe ich gerade reingeguckt. Da habe ich den Teleporter-Core geklaut. So, das war's. Dann mal kurz... ...on die Base. Und Sachen wegschaffen. Eigentlich könnte ich mir auch gleich nochmal... Ich will immer hier unten lang. Obwohl es hier quasi nach unten geht. Und dann wieder nach oben. Also ich finde den Aufbau toll, aber irgendwie muss ich... Ich gewöhne mich einfach nicht dran. Das soll keine Kritik sein, sondern mehr so... Äh... Kritik an mir selbst. So... Achso, hier. Ah. Obwohl, das sind ja eigentlich auch Kristalle, aber das sind andere Kristalle. Komm. Ich krieg's nicht erhalten, meine... Maustasten. Okay, die Kristalle bleiben hier drin. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ähm... Das hier... Doch das. So, wer ist denn jetzt gerade weggeteleportiert und warum? Ähm... Das noch. Und das. So, ich glaube, das war's von der Seite. Was haben wir hier? Hier haben wir... Alles, was so grün leuchtet, nenn ich's mal. Algen auch. Nee, die waren nicht da drin. Leder. Leder sehe ich ja auch keins. Dann macht das da drin eigentlich auch nicht so viel Sinn. Ähm... Knochen können... Ja, Knochen sind hier drin. So. Das Einzige, was nicht weiß umrandet ist, ist... Das Teil hier. Und... Ähm... Das hier. Ah, die Pflanzenfasen. Mein Gott, hab ich viel davon. Ich meine, ich könnte sie auch nur eine Weile behalten, aber... Dann verschwinden die irgendwie wieder... Im Nirvana. Okay, die stacken hier wirklich. Die stacken auch scheinbar. Ähm... Das da. Hab ich hier das Eis? Okay, es gibt Snowflakes als... Und wir haben sogar schon welche davon. Ähm... Was hast du geschrieben? Schau mal, wie die Dynamos das Nitrogen verbrauchen. Ja. Wahrscheinlich gar nicht. Sind die Nitro... Äh, die Dynamos eigentlich mit den... Batterien verbunden? Das würde ja Sinn machen. Weil momentan... Produzieren die einfach so vor sich hin. Ähm... Wo ist denn das Nitro? Achso, die verbrauchen anscheinend auch so nix. Nicht gerade arbeiten, oder? Jetzt hab ich leider die ganzen Metalle schon weggetan. Mal zufällig irgendwas hier drin. Ja. Achso, hier sind ja noch welche drin. Ähm... Was hab ich gerade... Das hier hab ich gerade reingetan. Doch, die müssen doch was verbrauchen, damit die... Die Zentrifugen... Was rede ich denn da für ein Quatsch? So. Produzieren die jetzt mehr? Ich würde sagen, der produziert jetzt gar nichts mehr. Also theoretisch ist das ein sehr gutes Kühlmittel. Ähm... Leider erkennt das das Spiel leider... Äh... Erkennt es das nicht an. Weiß nicht, was da kaputt ist. Ob man das noch verarbeiten müssen. Komm, gib mir mal deine Miete. Was gibt's heute? Ein Schwert. Ich kann ja mal... Wir können ja eh unendlich davon kriegen. Oh, da gibt's ein Eiskristall. Gibt kontaminiertes Wasser. Interessant. Normales Nitrogen. Können wir das Salzwasser hier reintun. Das sammle ich mal gleich ein. Und weg ist es. So. Achso, ich kann ja mal gucken, über diesen Laborcomputer da oben, was Liquid Nitrogen so produzieren könnte im großen Maßstab. Ähm... Nitro. Liquid Nitrogen as Input. Okay, Nitrogen. Nitrogen, kontaminiertes Wasser, Eiskristalle und Nitrogen. Und das war's. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich brauchen. Wenn's nicht noch irgendwie in großen Maßstäben für Rezepte gebraucht wird. Ähm... Würde ich's vielleicht sogar lassen. Würde ich's vielleicht sogar lassen. As Output, as Input. Extraction Lab, Nitrogen. Nitrogen benutzt... Ähm... Produziert Nitrogen? Oder sind das nur die Sachen, die wir hier grad sehen? Es könnte sein, dass die... Äh... Gaszentrifuge noch ein bisschen was Besseres rauskriegt als die drei Sachen. Könnte tatsächlich sein. Will ich jetzt nicht versprechen. Ähm... Wenn ich hier Nitro eingebe... Okay. Hm. Vielleicht lag's daran, dass... Also ich hab auch das Gefühl, man kann mit dem Zeug bestimmt mal was Cooles machen. Aber ich weiß noch nicht was. Ähm... Stimmt ja, die... Ich bin ja mal vor langer, langer Zeit auf dem Weg gewesen... Ähm... Liquid Urquius Fuel zu... Zu finden und zu farmen. Ich würd mir jetzt nochmal hier das radioaktive Ding anziehen. Wenn ich's finde... Hier der. Ähm... Die radioaktiven Rodster hatten wir auch hier drin. Plus 5 Fuel? Okay. Das ist... Plus 3 Fuel. Ich nehm an, was das als... Äh... Ship Fuel... Äh... Wert ist, dann... Das ist auch... Der gleiche Wert für... Ähm... Das bringt ja leider gar nichts so richtig. Hm. Ja, aber ich würd jetzt trotzdem... So, das hätte ja noch alles nicht so viel gebracht. Das ist jetzt einigermaßen durch... Gesiebt. Okay, von den Blobs haben wir jetzt auch mehr als genügend. Da ist leider nicht so viel bei rumgekommen, wie ich gerne gehabt hätte. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas Spezielles herstellen, was ich bei den anderen nicht kann? Genau, Dance Alloy oder sowas. Und hier kann ich zumindestens lesen, was es bringt. Panium... 9, 9. Und hier bei den Entwitcht-Sachen... 28 und 25. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich könnte zwei davon herstellen. Deuterium und Plutonium. Mal gucken, wie lange das reicht. Ähm... Wo ist denn Deuterium? Ist das Deut... Ne, das ist Neptunium. Das kann ich nicht entwitchen. Was ich sehr schade finde. Ähm... Nehme ich halt... Das da, das reicht auch. Und... Deuterium? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Hier. Ne, das ist Thorium. Ich weiß, dass ich welche hier reingetan habe, aber ich dachte, es gäbe noch irgendwo anders welche. Ähm... Was war das letzte, was ich noch brauchte? Nö, ich brauchte nichts mehr davon. Ach doch, das, äh... Irkios Willworth. An dem es hier die ganze Zeit hing. So. Dann... Leg mal los. Könnte sein, dass das gleich wieder ausgeht. Muss ich erst mal anlaufen. Ich sehe gerade, hier ist noch... Hier ist sogar Energie drin. Ah... So ein bisschen läuft das hier. Sehr langsam, sehr gemächlich. Okay, das läuft auch. Ach, deswegen ist hier radioaktives Soil drin, weil es hier gequascht wird. Ah, okay. Prinzip verstanden. Und... Ähm... Was ist das hier? Liquid Iradium. Und normal ist die Radium. Hier wahrscheinlich genauso. Ein bisschen was von der radioaktiven Erde. Weil das hier so schnell durch ist. Was habe ich denn gerade zum Zwiften noch hier da? Ganz normale Erde. Das ist ja langweilig. Das haben wir... Mehr ist genügend. Der schwarze Slime. Dirt. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So. Eigentlich kann der ja ruhig seine zwei Rots verbrauchen. Und dann nochmal ein bisschen die Batterien wieder voll machen. Okay, hier ist mittlerweile einiges dabei rausgekommen. Also das sollte dann auch reichen, um... So, ähm... Sind die jetzt versorgt? Während ich da meine Sachen... Das hat genügend. Das hat genügend. Aber ich sehe immer noch keinen... Wie hier ist das Pultritschleim? Ich meine... Das gab es hier auch nicht wirklich, oder? Ähm... So wird es nicht geschrieben. Äh... Pultr... S-Output. Blackslime. Blackslime habe ich. Achso, ich will ja erstmal mein Erkis machen. Ähm... Ist das Blackslime? Das ist Blackslime. So, den normalen Slime-Blob brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, dann... Kommt das wahrscheinlich mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit raus. Aber die Wahrscheinlichkeit reicht aus. Okay. Kann ich jetzt erstmal hier weiter Sachen einordnen. Ähm... Ach doch, da war doch... Da habe ich gerade noch gesehen. Kurz bevor ich es zugemacht habe. Ähm... Das kam hier rein. Ja, so kommen jetzt auch hier rein. Ach komm. Das macht sich gerade überhaupt nicht. Ähm... Doch, das kommt auch hier rein. So, der Rest ist Mechanik... Äh... Mechanik... Teile hier rein. Okay, hier ist... Hier sind die Dinger drin? Habe ich vielleicht aus Versehen da reingetan? Da habe ich doch ein paar davon. Oder wir haben ein paar davon. Oder ist das ein mechanisches Ding? Ähm... Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich werde doch mal in der Echte wieder was essen. So, ein paar Äpfel. Ein bisschen Apfelsaft. Da ist schon wieder jemand teleportiert. So, Gestein. Hier war... Quashable. Hauptsächlich. Das ist nicht Quashel. Meltable. Was war das? Achso. Much is Meltable. Resfectable. Achso, das sind die Zentakelblöcke von den... Ähm... Kultisten... Bau... Was auch immer. Okay, das... Ähm... Gehört trotzdem da rein. Das war nicht so schwer. Sicher, dass das da reinkommt? Ich glaube schon. Kann man ja erstmal da rein spielen. Okay, davon hat man schon ein paar. Umbrastone. Okay, davon haben... Ganz normaler Lehm. Das sind Baublöcke. Eis ist, glaube ich, auch da drin. Okay, wir haben... Man kann Eis quaschen? Cool. Machen wir mal. Okay, hier habe ich noch eine Flüssigkeit gesehen. Sumpfwasser. Ähm... Hier waren Baublöcke. Da habe ich auch ein paar. Hoppla. Ja, das war sogar richtig. Ja, ist theoretisch auch richtig. Ähm... Das, das... Diese ganzen Tempelblöcke... Könnte man bestimmt auch nutzen, um irgendwas Cooles draus zu bauen. So... Ich glaube, das war's. Und dann müsste theoretisch alles andere hier rein. Ich glaube, das wird nur mit der Zeit ein bisschen zu viel Krimskrams hier drin. Ähm... Das hätte da zu der anderen Stelle reingehört. Ich nehme es trotzdem erstmal hier rein. Okay, das war noch was. Oh, das, glaube ich, war auch Quaschel. Ja. Quaschel. Quaschbar. Was ist das für ein genauer Eisblock hier? Eisblock. Achso, das wollte ich so quaschen. So, Matsch. Ist noch hier... Platz, bitte Matsch. Wieso habe ich das Wasser schon wieder übersehen? Und Holz haben wir hier noch. Alien-Holz. Na, komm. Vielleicht habe ich es draufgedrückt und... Äh... So falsch draufgedrückt, wie jetzt gerade eben. Okay. Genau, das wollte ich... Mal versuchen quaschen. Und das andere wollte ich schmelzen lassen. Obsidian. Haben wir vielleicht schon einen Tausenderblock Obsidian? Oder warum ist das... Achso, war das hier drin? Ne. Das hier... Ja, passt schon. Also da habe ich diese Eisblöcke, von denen ich noch nicht weiß, wo genau die hinpassen. So, ich habe das hier drin. Ich habe das mal trotzdem hier rein. So, Holz. Hm. Das kann ich erst mal noch hier rein tun. Das Energy Wood hat ja auch Energie. Oder bringt auch Energie. Okay. Die zwei Rods sind durchge... Äh... Durchgegangen. Und hier ist auch die Energie raus. Ich kann ja mal alles mitnehmen. Dann sehe ich mal, was hier draus entsteht. Okay, das funktioniert noch. Aus dem restlichen... Umra, Dirt. So, und ich wollte den Matsch schmelzen lassen. Ich glaube, da passt... Ich kann doch erst mal gucken, was daraus entsteht. Ob sich das überhaupt lohnt, oder ob ich es mir gleich sparen kann. Weil ich glaube, das kann ich mir auch sparen. Mood as Input. Äh, Powders... Hier. Unrefined Mudstone. Unrefined Mudstone. Und Unrefined Mudstone als Input. Okay. Lehm. So, I send. Und wenn wir das direkt siften lassen, dann... Kann auch mal Gold zu oder sowas rauskommen. X-Faction Lab Nitrogen. Hm. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, es lohnt sich eher, den Matsch hier reinzutun. Und irgendwann mal durchsiften zu lassen. Wo ist er? Hier. Wevel habe ich irgendwie vergessen, noch hier reinzutun. Radioaktive Steine. Ich glaube, der wollte ich hier rein tun. Ah ne, die habe ich doch gerade aus dem Dingens genommen. Radioaktive Erde. Mach doch mal das richtige Teil auf. Hier. Oh, ganz schön viel. Was ist das da? Was immer noch nicht wohl mit meinem Rad... äh... 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 Alienholz. Hier ist Kleidung drin. Rüstung. Da ist noch gar nichts. Waffen. Ein paar Bienen. Möbel. Kann ja mal gucken, was so steckt von meinen Möbeln. Glaub nicht viel. Incubator. Ich glaube, irgendwann... Ist halt auch so eine Sache. Irgendwann... Will ich mal... Vielleicht die Sachen ordnen. Ein bisschen besser. Ein sinnvoller. Ähm... Obwohl, Schleim ist... Einiges rausgekommen. Okay. Ich nehme mal erstmal alles wieder hier mit. Mit dem bisschen Irkios kann man ja nochmal... Ein paar... Rotz entfusen. Äh... Äh... Ich glaube, Deuterium haben wir so... Tatsächlich nicht so ohne Weizers hier drin. Aber ich dachte, ich mache nochmal vier Stück davon. Ähm... Wie viel Irkios habe ich jetzt? Äh... 80. Genau. Das müsste sogar für 8 dann reichen. Nehme ich nochmal 4. Und für 10 von diesen... Ach genau. Da brauchte ich irgendwie 1000 Wasser. Ähm... Ähm... Das dürfte ja wieder voll sein. 1000 Wasser. Ein bisschen Hydrogen. Und... Ähm... Wo haben wir es? Hier. Schwefel! Der Rest ist da! 10 Schwefel. Würde mich nicht mal wundern, wenn ich das auch noch hätte produzieren können. Aber... Äh... Wir haben auch mehr als genügend davon. Was will ich denn next wecken? Ähm... Mach mal gleich. Erstmal... Das kraften. Und jetzt... Das kraften. Ja, passt. Perfekt. Ähm... So... Dann... Dann... Früher war es mal so, wenn man die Slots... So... Dann dürfte der gleich bunter werden. Wenn man mehrere Slots auf einmal belegt. Dann brennt er aber auch schneller durch. Oder war Rot das Höchste schon. Auf jeden Fall hat er jetzt richtig Power. Und... Ich glaub, die Jelly-Blöcke waren das. Gelantine-Stone. Nehmen wir mal... Ne, die waren auch nur Extractable. Pupil-Kristall. Auf jeden Fall für mehr Erkios brauchen wir das hier nochmal. Das ist auch nochmal... Pupil... Achso, hier werde ich das nicht finden, wenn es... Nur Extractable ist. Hier sind ein paar Jelly-Blöcke. Ein paar Jelly-Bienen. So. Dann die Gelantine-Blöcke. Ah, okay. Dann krieg ich erstmal das Material. Ähm, sehr schön. Okay. Und das ist gleich durch. Ähm... Was könnte man denn noch Extracten lassen? Hier... Radioaktive Erde. Haben wir jetzt eigentlich mehr als genügend? Cool. Keine Quark... Warum ist das hier drin? Geodenstein. Oder hat das irgendein Hintergrund, den ich selber gerade nicht sehen kann? Das kann ja durchaus sein. Ich nehme mal ein bisschen Moondust mit. Und ich glaube... Genau, das wird hier schon gestackt. So, hier passiert nichts mehr. Hier passiert nichts mehr. Okay, ab hier fängt es an Liquid Urquus Fuel. Ein bisschen Glas ist drin. Interessant. Mal sehen, wie weit ist das Teil hier? Hm, das ist durch. Dann kannst du ja damit weitermachen. Mit der Rohstoffproduktion. Hm. Ja, ich glaube, der wird gleich voll. Nehme ich nochmal alles mit. Und... Dann fangen wir nochmal von vorne an. Damit ich auch wirklich sehe, was da rauskommt. Hier kommt anscheinend nicht mehr raus als die oberste... ...Reihe von dem Kram. Hm, ne, das will ich behalten. Beziehungsweise... Komm, ein bisschen rein damit. Wie ich es wieder zuordnen kann. Was war das hier? Das war... Genau, daraus will ich mein Pyrowitz-Ding jetzt haben. Das... Ich weiß nicht, ob das hier reingehört. Aber das wird langsam zu voll, das Teil hier. Weil, ähm... Das kann ich schon mal... Das ist nicht auch Rock? Ne, das ist Korruption. Genau, das will ich gleich verwerten. Das will ich wieder weg haben. Was war das? Äh, das will ich auch gleich nochmal. Okay, dann noch die beiden Tropfen weg. Ist das schon wieder weg? Ne. Die Batterien sind voll. Hier ist noch... Der hat noch zu tun. Hat auch noch zu tun. Der hat auch noch zu tun. Okay, dann erstmal hier wieder... ...17. Könnte reichen. 14. Könnte auch reichen. Ich bringe erst mal hier alles wieder rein, was reingehören könnte. Ähm... Salz ist da nicht drin, glaube ich. Aber das hier alles... Ich will das immer hier reintun, weil es auch aussieht wie ein Erz. Aber es ist ja... Irgendwie eher... Irgendwie eher... Schon eine chemische... Ähm... Grundsubstanz eher... Silizum passt da noch rein. Das ist okay. Ähm... Irgendwas von dem hier? Ich glaube die Algen. Genau. Und der radioaktive Abfall. Kann ich den eigentlich noch irgendwie... Extracten... Passiert damit irgendwas cooles? Ich das hier rein tue? Okay, irgendwas ist... Irgendwas passiert damit. Ah, da kommt wieder Oraniumrohr raus. Das ist sozusagen Recycling. Ah, okay. Ähm... Können wir das wieder zurück tun? Oder reicht das noch nicht aus? Ah, okay. Da habe ich es kurz gelb gesehen. Okay, ein bisschen Oraniumrohr entsteht dadurch. Der ist fast fertig. Hier ist noch ein bisschen zu tun. Aber eigentlich wollte ich ja... Nicht wirklich Oraniumrohr haben. Eigentlich wollte ich ja... Ähm... Genau, den Black Slime hier. Weg damit. Damit ich mein Pultritte... Zeugs... Dingens hab. Ähm... Ja. Könnte ich jetzt mal Dotherium hier reintun. Damit ich es auch wieder drin hab, endlich. So. Hier waren die Gase. Und das hier... Ich glaube, Salz war ja auch hier drin. Genau. War ja auch Glas drin? Anscheinend. Das will ich ja haben. Das war anscheinend nicht hier drin. Irgendwo muss ich da hingehören. Habe ich gerade aus Versehen jemanden gehauen? Das wollte ich nicht. Okay, die beiden... 17 und... Äh... 14. Mal schauen. Äh... Slime. Und Rüstung. Achso, den letzten hab ich noch gar nicht freigeschaltet. Aber das ist sowieso egal. Algen und... Slime Gems. Wo krieg ich Slime Gems her? Ähm... Ich hab ne Vermutung, wo ich die herkrieg. Und zwar... Crystal Workbench. Decoratives. Spin Crystals into Materials. Crystal Loom. Ich glaub, den brauch ich. Ist die Vermutung. Crystal Loom. Seh ich dich? Bist du überhaupt ein Teil von dem Ding hier? Also, wenn ich's bauen kann, dann müsste ich's sehen. Ich geb einfach Crystal ein. Oder... CR, das... Äh... Doch, das... Das kann ich überschauen. Aber... Das sieht nicht danach aus, als wenn ich das hier bauen könnte. Äh... Inventory Table vielleicht? Oder Engineers Bank, wie's hier heißt. Wett mal, war das noch ne... Ach, ne Querby war das. Ja, ne Querby braucht man eigentlich selten. Crystal Loom. Stwing, Relikt Crystal, Silber Bar. Haben wir eventuell. So wie ich Hunger hab. Und Crystal Workbench. Dafür brauch ich schon das andere Ding. Das ist ja schon komplett eigener... Tui wieder. Emara Crystal hab ich einige gesammelt jetzt. Und... Rekik... Und... Stwings... Und Silber Bar. Äh... Silber Bahn sollten... Irgendwie würde ich das gerne nochmal ordnen. Das waren 10 Stück. Ähm... War das das hier? Okay. Das waren nicht die Crystals, die ich dachte. Und die anderen seh ich jetzt hier drin auch grad nicht. Bin einigermaßen verwundert. Ähm... Crystal Fusion Station. Crystal Loom. Hier brauche ich auch schon einige von diesen Dingern. Crystal Workbench. Das klingt alles schon so nach Crystals, die man... von irgendwo anders her hat. Was ist denn ein Plate? Achso, das ist einfach nur eine Küche. Das wäre ja schon cool. Ich brauchte bloß eine Silber Bahn. Emara und Rekit. Ich war doch aber schon auf so Crystal Planeten, meine ich. Hm. Ich dachte, man baut die dann hier aus diesen Dingern zusammen irgendwie. Oder muss ich die dann doch finden? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ah, Slime Gem. Okay, dann brauche ich nicht den absolut übertriebenen Weg gehen, sondern ich brauche auch Goo und Slime. Kriege ich denn Goo her? Ich glaube, wir haben jede Menge Goo, aber einfach auch aus Interesse. Gut, dass ich so viele Slimes hab. Äh... Goo. Goo ist Output. Extraction Lab, Slime Blobs. Okay. Ich hab doch über tausend von diesen Slime-Dingern gesammelt. Bin die noch nicht... Hier genau. Nehme ich mal das. Ach, kann nicht mal so viel rausgekommen dabei. Aber das muss reichen. So, erstmal das durchjagen. Weg damit. Weg damit. So, das ist ja wie ein Papiermobiler... Oh Gott, ich kann nicht reden. Achso, damit es losgeht, dann... Wenigstens zwei Slots belegen. So. Und ich glaube, wir haben schon ein bisschen Goo. Oder? Wo ist denn mein Slime hin? Was ist überhaupt hier drin? Ähm... Hier ist auf jeden Fall genügend davon. Ich nehm gleich die Hälfte. Oder sogar noch ein bisschen mehr. Ähm... Dann tausche ich das gleich mal hier aus. Oder ich kann's so machen. Erst das und dann das. So sollte das so funktionieren. Ich hab das Gefühl, das läuft nicht mit voller Effizienz. Ähm... Hatte ich noch... Ja, wir haben wieder 80. Damit könnte ich ja nochmal... Nochmal ein paar... So als Herium-Rot sammeln. Okay. Was war das andere? Hydrogen? 10. Sulfur-10. Sulfur-10. Ähm... Sulfur? Ah, ist ein bisschen mehr als 10. Egal. Hydro. Langsam kann ich die Gerichte auswendig. Gerichte... Rezepte meine ich. Hydro-10. Sulfur-10. Ähm... 1.000 Wasser. Und ich hab vergessen, was das letzte war. Guck ich gleich nochmal auf dem Weg nach. Komm, hier durch. Ähm... Vulcanic-Powder-Gedöns. So, jetzt hab ich meine 1.000 Wasser. Glaub ich zumindest, dass ich die hab. Und Vulcanic-Powder war aus irgendwelchen Gründen auch hier drin. 5 Stück. Achso, dann krieg ich meine Deuterium-Rots. Und dann will ich daraus... ...noch ein paar Oranium anreichern. So, mehr als 8 werden's eh nicht. Weil ich dann auch nicht genügend... Äh... Irkos-Fuel hab. Was fehlt mir? Was hab ich vergessen? Hab ich nicht... 1.000... Was hab ich denn mitgenommen? Photosite hab ich. Statt Schwefel. Ja. Ähm, das dazu. Hab mich schon gewundert, warum das... Äh... Plötzlich einen grünen Rand hatte. Und... Hab mir aber dabei nicht so viel gedacht. So, jetzt sollte... So, jetzt sollte... Genau, Irkos-Fuel und Oranium ist... ...wieder zu wenig. So, das legt dann mit der... ...mit der Gru-Produktion los. Sobald das... ...angelaufen ist. So, das kann ich ja nochmal hier reintun. So, du produzierst jetzt fleißig Energie. Richtig viel. Ich kann ja trotzdem nochmal... ...ähm... ...sagen, dass du das... ...bitte zweimal machen darfst. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. So, der legt los. Wir haben das erste Gu. Hurra. Ähm... Wo konnte ich das hier... Achso, ich konnte das hier an dem Teil... ...ähm... ...die Bank ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. So fast. Ich weiß... Ja, doch, die kann man noch... ...noch einigermaßen hier unten... ...unfall unterbringen. So, jetzt kann ich doch hoffentlich schon meinen ersten... ...ääh... ...Slime-Gem... ...herstellen. Achso, ich brauche noch Slime-Blobs dafür auch. Ich brauche relativ viel Gu. Ähm... ...trotzdem habe ich mehr. So. Interessant, dass hier dann... ...dass auch dabei rauskommt. Könnte ich ja quasi nochmal... ...zurück in den Kreislauf führen. So, der müsste jetzt aber anfangen... ...das da unten zu verbrauchen. So. Jetzt aber... ...Paper... ...und die... ...Schleimkristalle... ...fünf Stück. Ähm... ...jetzt habe ich natürlich das ganze... ...andere Zeug nicht dabei. Ähm... ...ääh... ...achso, Rüstung. Ja, ich brauche schon alle für... ...nur das... ...äh... ...das hier. Algen brauche ich dann noch... ...und meine Jellies. Aber ich... ...tauere noch ein paar Algen und... ...äähm... ...mh... ...dann mehr... ...Algen. Hauptsächlich. Das war mein Gedankengang. Ja, Algen sind mehr. Es genügend da. So, jetzt noch mehr Gu. Ähm... ...kack mal noch hier ein paar rein. Ja, der produziert noch. Der sollte... ...die Batterien sind schon wieder voll. Ich glaube, das sind schon die höchsten Batterien. Ja, der hat eigentlich auch noch genügend. Ähm... ...produzieren die hier unten noch? Während ich... ...ne? Kann ich denn irgendwas Gutes für dich tun? Quashable. Achso, ich wollte sehen... ...was das Teil überhaupt so produziert. ... ...Kumprasto... ...ääh... ...Stein. Du bist auch fertig. Kommt mein Pulltrip-Slam raus. Achso, habe ich das noch im Inventar? Ja, habe ich. Kann ich ja in der Zwischenzeit schon mal... ...ähm... ...den letzten Rüstungsteil erforschen. ...Research... ...Armor... ...das Teil? ...Fireslime-Wip. Das klingt ja schon grausam. Ähm... ...einfach, weil es mich interessiert. Äh... ...Slime. Wird Slime... ...Okay, da brauche ich Quite-Spa. Ja... ...ja... ...aber da kriege ich Magma-Slime. Immun, Poison, Bio-U, Slime-Muds... ...also das ganz normale Kram. ...aber... ...ja... ...dann mache ich wenigstens erstmal bis zum Black-Slime. Das sollte ja noch gehen. Was brauchte ich noch? Achso, Slime-Gems. Immer noch. Und für Slime-Gems brauchte ich Goo. Und Goo ist halt... ...äh... ...schwierig. So, der müsste aber aus den Dingern hier unten... ...ein bisschen noch was herstellen. Okay, jetzt habe ich zumindest fünf erstmal wieder. Aber das ist wirklich nicht die... ...die Masse. Ich glaube, ich muss dann nochmal zurück zu dem Slime-Planeten. Das reicht anscheinend alles nicht. Ich... ...ich kriege nicht genügend Goo raus. Oder... ...ich muss das herstellen. Vielleicht kann ich das ja im größeren Massen... ...maßstab herstellen. Und ich... ...ich mache das hier völlig... ...umsonst die ganze Geschichte. Es klingt nach was, was hier drin... Okay, da ist es tatsächlich. Slime-Blobs. 20 Stück immerhin. Und ein Blei. Aber dann würde ich es garantiert kriegen. Und hier ist es immer so eine Chance. Ob da mal einer rauskommt oder nicht. Hm. Okay, das ist jetzt anscheinend durch. Der Generator läuft aber noch. Ähm... ...ähm... ...wo ist denn... ...mhm... ...hier dieser 99er... ...Fuck Schleim. Komm mal her, du. Und für die anderen gleich... ...mh... 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 ...moment mal, war das die Erde, mit der ich bauen wollte? Waff Dirt, genau. Ähm... ...ähm... ...ausgerechnet die nicht. ...mh... ...und zwei Dirt. Ich glaube, darauf kann ich verzichten im Zweifel. Das war der Black Slime. Und mach mal radioaktive Erde, dann kriegt man nämlich noch ein bisschen... Okay, das kam alles aus... ...Mundas draus. Versuche ich mir zu merken. ...vertaust, ich werde es mir nicht merken. ...und 200 ist echt wenig. Und das kam alles aus der Umbra Dirt raus. Oh, ich habe Eidoyen gefunden. Hey, Glückwunsch, ich habe einen Auftrag erledigt. Aber ich wollte eigentlich das hier quaschen. Genau, dann kriege ich hier wieder ein bisschen radioaktive Erde. Und jetzt hier. Mach daraus so viel du kannst. Ich glaube, da hat sich schon was genommen. Genau. Und das war es mit... ...dem anderen. So, dann werden die hier wahrscheinlich gleich wieder das... ...alles leer lutschen. Ich nehme gleich mal alles mit. Okay, das war eh leer. Damit... ...der hier noch was hat. Der müsste doch noch... ...bitte weiterlaufen. Ja, scheint so. Ja, vielleicht kann ich schon ein paar Slime-Kristalle bauen. Die Bottles kann ich machen. Slime-Jam. Zwei Stück. Das hier kann ich auch hier herstellen. Aus Kristall... Oh, Ikea. Das geht ja eigentlich. Ähm... Kann ich jetzt schon was herstellen? Nee. Es wird an Schleimkristallen mangeln. So, läuft das noch? Okay, jetzt wurde das alles zusammengebaut. Jetzt will ich aber auch meinen Goo haben. Okay, das müsste jetzt für den nächsten Schleimkristall reichen. Dann kann ich vielleicht sogar noch eine Rüstung bauen. Und jetzt... Vielleicht sehe ich es ja beim Durchfallen. Okay. Slime-Grease. Die hatte ich ja schon. Slime-Helm ist das letzte dann. Brauche ich nochmal vier Stück davon. Okay, Slime-Grease. Einer. Kann ich schon mal den... Kann ich schon mal upgraden, die Geschichten. Ähm... Also die Chest und die Greaves habe ich jetzt. Ähm... Das wäre dann das Black. Protocyte, Benundra-Shards und... Pool-Schleim, von dem ich ja mehr als genügend habe, schon. Aber dann habe ich nie die grüne Schleimrüstung im Action gesehen, sondern ich sehe die dann gleich in dem Maß. Ja. Schauen wir mal kurz, wie das hier ausschaut. Kann ich vielleicht Slime-Blobs im größeren Maßstab herstellen? Dass ich das herstellen kann, weiß ich. Das kann ich herstellen. Ähm... Okay. Ach ja, ich habe da noch die Slime-Flüssigkeit. Vielleicht kann ich aus Wasser Slime-Flüssigkeit machen und... Aus Slime-Flüssigkeit könnte ich vielleicht auch die Slime-Blobs... Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Mal schauen. Da... Die Slime-Blobs. Best Output. Extraction Lab. Slime... Okay, das ist das... Slime-Glob-Push. Und sehr, sehr wenig mit Zentrifuge. Ich weiß nicht, ob man die Rottöne richtig erkennen kann. Aber... Umso roter das ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es dabei rauskommt. Das... Ist jetzt nicht gerade das Beste. Und ich glaube, bei Gu... War es doch auch irgendwie... Relativ rot. Jetzt habe ich irgendwelchen anderen Quatsch hier reingetragen. Blue-As-Output. Okay. Slime-Blob mit einer mittelmäßigen Wahrscheinlichkeit. Also Slime in die Zentrifuge packen ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Und ich habe schon wieder Hunger. So, wie viel... Ich brauche ja noch... 21. Komm, das schafft man noch, oder? Ja. Ich... Ich packe das mal alles weg. Ich... Ich will... Oh, da... Da ist doch mein Gu. Yay. Jetzt brauche ich nur noch zwei davon. Komm, einen... Einen kriegt man noch. Achso, ich brauche ja insgesamt vier. Ja, da ist noch ein. Okay, also insgesamt dann noch... Drei. Das wäre einer sozusagen. Insgesamt, wenn ich vier will, brauche ich acht. Also brauche ich noch... Äh, sechs Guus. Äh... Was sollst du eigentlich? Dann schmeiße ich dich sofort da rein. Ich könnte auch nochmal auf den Schleimplaneten gehen und einfach Zeug farmen. Dann würde jetzt für die Zuschauer zumindest ein bisschen mehr passieren. Bin ich ehrlich. Ähm... Momentan habe ich gerade keine Lust. Ich will ja eigentlich die ganze Zeit beenden. Auf der anderen Seite will ich aber auch... Die Dinge schaffen, die ich mir vorgenommen habe. Immer so ein... So ein Trade-off. So, hier. Du kommst hier rein. Fertig. Und... Du kommst noch. Das reicht dann hoffentlich. Und wenn nicht... Dann ist es halt auch egal. Ich habe jetzt auch keine Lust gerade. Guck mal, wir haben... Wir haben 200 von denen. Wir haben 300 Erze. Wir haben... Wahrscheinlich noch irgendwo... In den Maschinen noch irgendwas rumgeistern. Ich schmeiße die jetzt einfach so hier rein. So, dann kann der noch ein bisschen... Wieder hochtachten. So, da haben wir drei. Einer noch. Einer noch. Dann habe ich meine Schleimrüstung voll. So, einer noch. Na komm, komm. Fast. Ähm, ich weiß gar nicht, was gerade durchgezogen wird. Ich glaube, dass hier unten wird... Gerade verarbeitet. Verarbeitet. Braucht der 20 oder braucht der... 15. Ich glaube, der braucht 15, oder? Wenn die jetzt gleich verschwinden... Ich merke es ja daran, dass die verschwinden. Oder zumindest kleiner werden. Na? Ne, das hier wird nicht kleiner. Der verarbeitet immer noch das hier unten. Ich glaube, der braucht wirklich die 20. Da kommt nicht mal mit der Wahrscheinlichkeit von 1... Das da raus. Aber dafür verbrauche ich keinen Schleim. So, jetzt aber, oder? Genau. Jetzt sind die 20 weg. Aber ich habe mein Gut bekommen. Vielleicht kriege ich dann... Was passiert denn, wenn ich die Slime-Plots als Input gebe? Die als Input? Ah! Da kommt der Sauerstoff und der Wasserstoff her. Aber... Ich glaube, das kommt dann immer raus. Also wäre es insofern immer noch das Bessere, als die direkt zu produzieren. Achso, ich brauche immer noch meine Slime-Plots, um das herzustellen. Äh... Ja. Wir haben ja noch ein paar. Ich nehme einfach wieder die Hälfte. Und alles für eine Rüstung, die ich eh noch nicht auf Maximum upgraden kann. Aber die würde ich mir eventuell auch dann... Mit Dingens... Äh... Mit Upgrade-Modulen upgraden. Das könnte ich mir sogar ernsthaft gut vorstellen. Dass ich das machen würde und werde. So, der Helm hat mir noch gefehlt. Yay! Und jetzt... Ähm... Bei den albernen Hut weg. Und jetzt bin ich ein Schleim-Monster. Jetzt müsste ich eigentlich automatisch irgendwie... Schleime produzieren. Genau. Slime-We... Äh... Weapons? Ja, die... Die Immunität habe ich halt auf dem Rücken. Okay. Juhu. Das ist überhaupt nicht nervig. Aber was ich mir vorstellen könnte... Achso, ich habe hier keine Materialien. Ähm... Dass die Feuerrüstung dann... Also... Die rote Rüstung... Dass die Magma-Slimes eventuell leuchten. Das wäre cool. Protocyte und... Penumbra. Brauche ich dann noch ein paar. Der Protocyte-Bars war es, oder? Ah, da haben wir noch ein paar. Penumbra haben wir ja eigentlich auch auf dem Planeten ordentlich gesammelt. Ähm... Ja. Wenn ich jetzt... Das direkt hier upgrade. Äh... Wenn ich es gerade trage und upgrade. Verändert sich das dann auf meinen... Ähm... An meinem Körper? Ja. Slime-Chest. Wenn ich die jetzt baue... Oder ich mache mal den Helm. Da sieht man es deutlicher. Nee, dann... Das ziehe ich dann quasi aus in dem Moment, wo ich den... Wo ich das verbessere. Okay. Jetzt habe ich erst mal gar nichts an. Aber... Habe ich das nicht gerade produziert? Was? Lootbox. Ah, okay. Ja, eine Lootbox können wir auch mal aufmachen. Wusste gar nicht, dass ich so ein Teil habe. Vier Gene habe ich bekommen. Yay. Forschung. Ich weiß nicht, was ist denn das in... Gacha Games jetzt? Nee, äh... Lootboxen gibt es ja überall. Aber ich denke immer noch so in Gacha Games. So. Das Teil. Das Teil. Das Teil. Das Teil und... Das Teil. Ist leider nur Tier 3. Das sieht man ja kaum. Aber ich habe schon zwei davon. So, ich glaube, die arbeiten gerade nicht. Das ist sehr schade, finde. Ah, hier. Die radioaktiven Sachen kannst du mal durchjagen. Und hier ein bisschen radioaktives Erdreich. Was ist das? Ja, kannst du auch. So. Okay, dann... Das ist fertig. Dann kannst du ja hier weiter mit der Quest machen, sozusagen. Das habe ich noch ein bisschen gut bekommen. So, das nehme ich mal wieder mit. Ich glaube, hier kommt eh nicht mehr raus. Ähm... Ja. Ich habe eigentlich jetzt gerade noch ein bisschen Lust, weiterzumachen. Aber nicht zu lange. Aber ich würde trotzdem... Okay, das ist schon wieder die falsche Kiste. Einfach aus der Macht der Gewohnheit würde ich sagen, alles, was grün ist, in die eine Kiste. Aber... Dann... Dann sucht man sich auch kaputt, wenn man... Eine bestimmte grüne Sache sucht. Kannst du halt, dass Algen doppelt hier sind? Algen war doch gerade in der anderen Kiste noch. Mach ich da mal mein Gu rein. Genau, das hier brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die Jelly-Geschichte brauche ich auch nicht mehr. Die ist hier drin. Ähm... Ayo... Döns kann ruhig hier rein, glaube ich. Das kann... Das kann in die andere Kiste. Genau, das... Und das Salz... Und das Salz... Ich glaube... Der Rest sind... Metalle. Oder... Alles, was hier rein gehören könnte. Ach, Glas. Glas gehörte nicht hier rein. Und das andere, was ich auch immer für ein Metall halte. Und das ist in Wirklichkeit gar eins. Die müssten... Beide hierhin gehören. Okay, das gehört nicht hier rein. Dann eben hier rein. Ach komm. So, geschafft. Die explodieren. Wie nervig die allgemein sind. Ich liebe es. Ähm... Ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Eher am meisten Flüssigkeiten tatsächlich. Bisschen Wasser. Ist das... Ja, das ist auch ein Liquid. So. Das müsste alles hier rein gehören. Black Slime. Das war die Umbra dort. Und das war das. Und... Irgendwas, was ich jetzt nochmal durch ein... Okay, das ist Meldebil. Aber ich glaube, da kommt dann nur Glas raus. Im größeren Maßstab. Radioaktive Erde haben wir... So viel. Das ist... Das ist ja Wahnsinn. Ähm... Dann lasse ich mal das hier in Ruhe. Und... Nehme dafür das mit. Und... Was kann man hier... Was haben wir denn richtig viel davon? 7000 irgendwas? Ja, das ist dann... Warum nicht? So. Okay. Batterien sind leer. Reaktor auch. Der ist noch nicht mal fertig geworden hier. Interessant. Ähm... Was habe ich hier reingetan? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, radioaktives... Ah, das ist doch der Sifter. Da kommt das hier rein. Radioaktives Gestein ist hier drin. Okay, mehr scheint hier eh nicht zu passieren. Dann kann ich das ja mal so ordnen. Das kann ich so ordnen. Die Hölzer bleiben im Inventar, weil... Ich weiß nicht, wohin damit. Ah, alles schön leer. Rüstung ist da. Wunderbar. Ähm... Genau. Quitos oder Quitos brauche ich jetzt. Können wir mal nach einem Planeten gucken, der das im Angebot hat? Ähm... Welche... Welche Rüstungswerte hatten das Teil überhaupt? 17,6. Und meine vorherige Rüstung hatte... Moment mal. Also... Der Helm hat zum Beispiel 11. 17,8. 10. 20 immerhin. 5. Das war 11. 17. Mal sehen. Also hier bin ich Minus 1. Plus 2. Minus... Rüstung... Rüstungswerte sind ziemlich genau so wie bei meiner alten Rüstung. Wenn nicht sogar besser. Die Schleimrüstung, die jetzt nur Tier 3 ist und irgendwie auch total nervt, ehrlich gesagt. Achso, das ist unexplored. Ich wollte jetzt mal gucken, wo Quitos sein könnte. Oh, das sieht auch nach einem Penultraplaneten aus, auf dem ich noch nicht war. Okay. Ah, was haben wir denn hier? Das andere Ding, das... Häusernes Gas. Okay, was haben wir hier? Ein ganz normaler Mond. Mond. Hier haben wir schon mal das Dabysum-Geschichte. Auch, wenn ich es gerade überhaupt nicht brauche. Das sieht nach... einem Bärmenplaneten aus. Okay. Der langweiligste Planet aus ganz Starbound. War ich nicht gerade hier? Was wollte ich denn auf diesen... in diesem Sonnensystem? Wollte ich hier rein? Hier ist noch so ein Penultraplanet. Was ist das? Whisky. Ne, mit meinem Dingensbücher eh noch nicht dran. Whisky... Whisky-Bahnplaneten. Okay. Ich glaube... Ich bin mir echt nicht sicher, was ich hier im Sonnensystem wollte. Hauch-Bärin. Penumbra. Glaube ich. Archibara. Oto. Mountainis. Gelatine. Ah, das Kappa-System. Bluestar, das kann alles mögliche sein. Der Tarball könnte interessant sein. Hier ist ja noch mehr Kram. Ein Gasgigant, den man betreten kann. Achso. Das Kappa-System, da war ich ja schon mal. Mit rechter Taste komme ich hier nicht raus, oder? Doch, komme ich. Nee, so geht das nicht mehr. Äh. Abbrechen. Ah, hier war... Äh, die Space Police, sozusagen. Das sind alles Gentle Stars. Radioaktiver Star. Das könnte gehen. Ich kann nicht da hinjumpen, weil ich gern Treibstoff hab. Wie viel Treibstoff hab ich denn überhaupt so? Sieben. Ähm... Wie viel Geld hab ich noch? 3000. Wisst du was? Das verbrauch ich jetzt wirklich mal zum... Fuel kaufen. Äh. Äh, Backflip hat mir ja erlaubt, dass ich, äh... Fuel einfach kaufe zum Entwitchen von den... Äh... Von den Zeug hier, äh... Von den Worts, dann kann ich dann hier auch... Polymere... Was kaufen. So. Gibt bestimmt effizientere Sachen, aber... Äh... Fällt mir grad keine ein, die schneller geht, als das, was ich gerade gemacht hab. So. Das reicht dann erstmal, um hier... Wieder Fuse. Und jetzt weiß ich ja gar nicht, welchen Planeten ich angeklickt hab. Outla mine. Das ist neu. Ich glaube, ich wollte hierher. Oder ich war schon da. Der ist langweilig. Der wäre interessant. Aber... Haben wir jetzt auch schon. Das war auch ein Bären, oder? Ja. Ähm... Ich wollte hier zum radioaktiven Stern. Das sind zwei. Okay, hier ist nur Dschungel. Ich... Der hier, der bringt mir ein bisschen mehr. Was war... Hier oben ist auch nochmal ein neuer Stern. So, aber jetzt bin ich erstmal hier. Das sieht aus wie der Kristallplanet. Ah, Cinnabar. Kristallplanet. Einfach nur Kristalle. Ähm... Mit niedriger Schwierigkeit. Und schön bunt. Achso, das ist ein Schiff. Also, so viele Planeten gibt's gar nicht auf dem... System hier. Extreme für Schwierigkeit. Warte. Okay. Aber Baron. Was, den schaue ich mir mal kurz an. Ich habe ein bisschen Angst davor. Baron ist einfach langweilig. Da passiert nichts drauf. Da sollten keine Gegner spawnen. Und die sind vom ursprünglichen Spiel dafür gedacht gewesen, dass man da... ohne Gefahr seine... Basis draufbauen kann. Unrefined Jert. Äh... Also hier sollte er nicht sein. Es sollte der langweiligste Planet überhaupt sein. Aber ich will jetzt nicht unbedingt... Es könnte sogar sein, dass der... Weil er sozusagen einfach so ein lebloser Steinplanet ist. Dass der in seiner... In seinem Kern nichts drin ist. Also dass der quasi einen kalten Kern hat. Oder so ein Kram. Oder... Okay, wenn es ein richtig langweiliger Planet wäre, dann hätte der auch einen Lava-Kern. Okay, und... Das müsste jetzt der Alien-Planet sein. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo es... Wo es Quartes Orgob geben könnte. Ähm... Das ist der mutierte Alien-Planet. Durastil, Torium. Und hier ist nichts mehr. Ich würde den gerne mir anschauen, einfach aus Neugier heraus. Aber... Später vielleicht. Kriegen wir einfach weiter. Obwohl, jetzt habe ich schon ganz schön viel... Fuel wieder verbraucht. Für nichts und wieder nichts. Ich glaube, die haben nicht mal ein Mondtier da, da... Äh, draußen. Electric Trade Station, aber... Okay. Das ist ja richtig doof. Whisky. Nicht das Metall, was ich gerade haben möchte. Schlecht. Ich glaube, das andere war... Baron. Mal sehen. Mal sehen. Das Stift liegt eher wieder weg als... Baron. Aber mit Torium. So, ich besuche mal hier die beiden. Das ist Dangerous. Und... Ich habe ja jetzt schon einen großen Teil meines Treibstoffes wieder verbraucht. Okay, der Pfeil zeigt nach rechts. Äh, nach links. Na. Äh, Dingens habe ich jetzt eh nicht mehr so drauf. Richtungen. Links, rechts, geradeaus. Ja. Ja. Ist eh fast das gleiche immer wieder. Interessant. Ich hoffe, der Pfeil zeigt in die richtige Richtung. Okay. Okay, da ist das Schiff. Na, das ist ein größeres Schiff, oder? Ein Avali-Schiff ist das. Das ist ja cool. Vielleicht stand es da auch und ich habe es nur nicht gelesen. Das ist ja mal eine freudige Überraschung. Die gehören ja quasi zu mir dann. Und ich bin einmal komplett in die falsche Richtung geflogen. Ähm. Aber so richtig falsch. Okay. Wo ist hier der Eingang? Gibt es überhaupt einen? Muss ich mich durch eure Hülle... ...fressen? Fressen? Ich selbst das hier hoffe ich nicht. Da ist der Eingang. Da sieht man es doch. Komme ich sonst hier nicht hoch? Okay. Seen any cute aliens out here? Okay. 128 Slots. Aber die haben ja auch 128. Die sehen aber cooler aus, finde ich. Okay. Jetzt sind wir zweimal das Gemüse... Äh, Quatsch. Das ist das Instrument. Okay. Hier gibt es einen Menschen... Oder ist das auch ein Avali? Ah, von dir kann ich Sachen kaufen. Medical... Achso, ich habe keine Pixel mehr, weil ich alles in Treibstoff umgesetzt habe. Ähm, ja. So viel dazu. Ich glaube, hier kann ich überall reingucken. Was ist das richtig? Ich kann hier quasi... Ne, das ist jeweils immer nur zwei davon. Ach, gerade das wären vier. Ist das ein Chip-Blocker? Das ist ein Chip-Blocker, aber da ist leider auch nichts drin. So, das sind irgendwelche Konsolen. Ähm, hier ist auch nichts mehr drin. Do you come in peace? Äh, ja. Ähm, ich wollte gerade sagen Peacekeeper, aber die Peacekeeper sind ja die anderen. Das sind nicht unbedingt wir. Genau, hier war noch eine normale Galactic-Space-Station drin. Ja, auch nichts. So. Eigentlich müsste ich hier mein Glück versuchen, aber... Ich glaube nicht. Das ist der, von dem ich gekommen bin. Roter Stern. Ich glaube, die sind alle viel zu schwer. Rosen Star. Midnight. Unknown. Strange Sea. Noch ein Gateway. Arctic. Snowy. Volcanic Primal. Ich hab schon nie wieder nicht mehr genügend Rohstoffe. Ja, aha. Ähm, wie sieht's denn eigentlich auf der, ähm... Hier mit, äh, den verschiedenen Rohstoffen aus, äh, hier... Dieses Algenzeug. Nicht Algenzeug. Äh, Etreion oder so ähnlich. Oh, ich liebe die Schleims. Die sind einfach so nervig. Und der Planet, auf dem regnet es immer. Das, das find ich auch genial. Hm. Ach so. Meine Schleimer halten die Gegner ab. Äh, beziehungsweise beschäftigt. Das find ich gut. Ach so, das ist halt kein Wasser mehr. Aber ich hab jetzt auch gerade kein... Kein normales Wasser mehr hier. Ähm, ich... Okay. Hier ist alles vergammelt. Und mein Apfelsaft ist schlecht. Und meine Äpfel auch. Das ist ja noch schlechter. Der meiste ist leider auch verdorben hier. Hier war anscheinend nie was drin. Okay. Kaffee hält sich noch ein bisschen. Hier sind ein paar Algen drin. Die sind ziemlich schnell... Hat ich eine doppelte Algenproduktion? Anscheinend. Haben wir noch irgendwo... Hier, Burpees brauchen wir eh nicht so viel. Das ist jetzt eine Quick and Dirty Lösung, aber... Das reicht mir schon. Okay, hier kommen diese lustigen Kristalle raus. Hier kam... Kakao raus. Okay. Aber ich meinte, ich hätte irgendwo... Hier unten. Okay. Hab ich einfach übersehen. Das wollte ich jetzt ernten. Hier fehlt Wasser für das Mutterwisk. Ist da irgendwo richtig viel Wasser? Eigentlich nicht. Achso, Moment. Ja. Oh, das reicht ja erstmal für eine Weile. Da sind sogar 80 drin. Aber so ein 50er-Stack reicht ja erstmal für eine ganze Weile. Und das hier... Weil das sind Samen. Das wollte ich jetzt nochmal... Erweitern. So, jetzt kriegst du ein bisschen Wasser. Und Düngemittel... Das hier reicht auch völlig für dich. Ich meine, das wäre eigentlich auch ein ziemlich guter Schiffstreibstoff. Ich kann sein, dass wir doch irgendwas dafür brauchen. Aber das wäre jetzt so eine Alternative. Doch irgendwie glaube ich schon, dass das funktionieren könnte. Und wenn nicht, dann stopfe ich Oranium in meinen Stift. Davon ist immer noch was da. Oder das hier. Damit kriegt man auch ein paar Meter. Achso, ich wollte doch eher in das Teil hier. Ähm... Kann ich überhaupt das bauen, was ich bauen wollte? Hier ist die Bio-Fuel-Zelle. Acht Fuel immerhin. Acht Fuel ist viel. Ich glaube, so ein Oranium-Rot hat nur... Nur in Anführungsstrichen neun. Ähm... Chemie. So, was brauchen wir hier? Zehn davon. Plus drei Fuel. Okay. Bio-Fuel-Kanister. Hier drei. Ach, 15. Wie komme ich darauf, dass das nur 5... Ach ne. Das hier hat plus drei Fuel. Und das hat dann plus 15. Und Protocyte hat 25. Das ist ja dann ähnlich stark wie entwitscht. Aber, ähm... Na. Ah, hier. Das... Ich brauche Plasma-Fuel... Äh, Fluids. Plasma-Fluids. Okay. Kann ich das zur Not herstellen? Plasma. Aus Wasser, Pus und Nitrogen. Ähm... Wasser hole ich mir gleich mal wieder hier... Rechts. Ah, fast. Obwohl mit den ganzen Algen kann ich mir auch ein bisschen Algen-Streibstoff herstellen. Aber ich will trotzdem das andere nochmal haben. Ähm... Ähm... Algen, Salz und Oxygen wäre es. Ich glaube, das dürften wir auch in großen Mengen haben. Ähm... Oxygen nochmal gar nicht so viel. Oxygen nochmal gar nicht so viel. Wo ist das Salz? Okay, Salz haben wir mehr als genügend. Ähm... Die Plasma-Flüssigkeiten. Ähm... Geht. Vielleicht kann ich mit... Äh... Plasma und Wasser mehr Plasma herstellen. Hier irgendwie einen Raum, in dem ich das kurz ausprobieren kann. Irgendwie so ein... Und ich muss es ja auch noch... Äh... Dingsen. Ich muss ja das dann noch, äh... Wieder aufsaugen können. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal genügend, dass ich das freischalten kann. Darum ging es ja eigentlich. So, jetzt kann ich das freischalten. Research. Und... Ja, dachte ich mir schon. Und Nitrogen brauche ich auch dafür. Ähm... Zwei. Könnte mal kurz ausprobieren, ob ich, ähm... Irgendwie mehr Plasma kriegen könnte. Vielleicht mit dem, äh... Schwefel-Wasser, was ich... Plasma dann noch so viel haben. Oder mit dem Gift. Ähm... Nitro... Nitro... Wollte ich haben. Davon haben wir ja richtig viel. Also ich glaube nicht, dass ich Plasma kriege, indem ich es in die Lava schmeiße. Das halte ich für schwierig. Aber... Plasma plus Wasser oder Plasma plus... Plasma plus... Ähm... Hier Gift. Das könnte funktionieren. Ein bisschen haben wir ja davon. Okay. Das hat sich gar nicht so richtig vermischt. Okay. Ich habe eins verloren. Das ist Liquid Urquius Fuel. Funktioniert das, wenn das sich mit Gift mischt? Nee, das scheint nicht. Aber die Organic Soup können wir so nochmal vermehren. Glaube ich. Hoffe ich. Achso, hier ist noch ein bisschen... ...normales Wasser so drauf gefallen. Nee, das funktioniert auch nicht. Sehr schade. Ähm... Wasser vermischt sich einfach. Ist das beides das gleiche Wasser? Ja. Urquius Fuel auf das Zeug? Nein, das funktioniert leider auch nicht. Ähm... 5000 Wasser? Wo habe ich denn das Zeug her? Habe ich das aus Versehen irgendwie... ...komplett gerade mitgenommen? Ähm... Ähm... ...ja... ...weiß mal... ...irgendwann mal das Zeug brauchen. Ich könnte es ja eigentlich mal mitnehmen. Schade dir jetzt eigentlich auch nicht. Und hier das auch. Achso, wir hatten doch noch... Achso, ich habe ja kein Geld mehr, wollte ich sagen. Ich habe doch keine... ...keine Äpfel mehr. Aber wir pflanzen erstmal Äpfelbäume, bevor ich was esse. Einfach so. Ähm... Ich hatte doch noch diese Zornfrüchte, die nicht schlecht werden, aber die... Achso, ich habe doch noch das hier. Jam, jam. Wir haben noch irgendwas, was... ...äh... ...nicht schlecht wird, aber... Achso, das habe ich weggetan und nicht wieder... ...neu zugenommen. Okay, das ist noch organisch. Die organische Suppe ist noch organisch. Ähm... So. Machen wir mal 93. Dann... Das würde eher schlecht wieder. So, Apfelsaft machen wir mal... ...93, was ist denn ungefähr die Hälfte? 45. Äh... 46. 46? Ja, 46. Und... Machen wir das mal hier hin. Und die... ...Säfte ins Kampfset. Was habe ich denn jetzt... Ach. Ja, die machen auch... Eigentlich sollte ich alles in Apfelsaft verwandeln, aber ich glaube, der hält sich... ...nicht so lange wie die Äpfel. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Moment mal, ich glaube hier unten... Genau. Hoffentlich ist das nicht vergiftet. Ja, es ist vergiftet. Es ist Wasser, verdammt. Aber es ist... Nee, Giftwasser ist es ja sowieso, äh... Machen wir hier eine Fackel hin. Aber es ist relativ wenig Giftwasser. Kriege ich das vielleicht noch... ...komplett... ...äh... ...entgiftet? Ich glaube nicht. Nicht jetzt gerade. Äh, aber... ...ich, ähm... Ich könnte das Giftwasser noch zu... ...so folgig Acid machen. Das... Das will ich aber auch gerade nicht. Ich glaube, ich kann das Giftwasser zu... ...ä... ...organic Soup machen. Äh, das... ...organic Soup zu Plasma? Nee. Das funktioniert leider nicht. Ich weiß nicht mal, ob... Äh... ...Wasser zu Plasma funktioniert. So, ich hatte ja mal hier einen... ...Riesen... ...Wasserbehälter. Aber ich glaube, das ist alles... ...Geschichte. Das sollte ja eigentlich mal ein Fahrstuhl nach unten werden. Vor langer Zeit. Ach ja, stimmt ja. Wir hatten doch das mal hier angefangen als... ...ä... ...Wasserbehältnis. Ist das gerade voller Wasser? Ist das voller roter Flüssigkeit? Blut? Okay. Interessant. Äh... ...Plasma plus Blut funktioniert nicht. Oh, schade. Okay, aber das... Ah, okay. Wasser und Blut wird zu Blut, aber Wasser und Plasma... ...das... ...das... ...das vermischt sich leider nicht. Okay, das... ...das scheint nicht zu funktionieren. Dann muss ich Plasma halt im Labor herstellen. Ich habe gerade schon wieder vergessen, wie das ging. Beziehungsweise... Ich glaube, ich habe das Plasma damals irgendwie auf einem Planeten... ...auf einem Kristallplaneten gefunden. In so einer komischen... ...ääh... ...Höhle, wo das Geogestein drumherum war. So, Liquid Nitrogen... ...Liquid Plasma Fluid. Achso, weil Pus drin ist. Und... ...ääh... ...Pus ist doch eigentlich relativ... ...ääh... ...kriegt man schnell her. Was ist das hier? Okay, das ist kontaminiertes Wasser. Aber ich glaube, mit kontaminiertem Wasser... ...kriegt man noch... ...das andere raus. Wenn es nicht so wie schon schon ist. Okay, davon haben wir nicht so viel. Aber eventuell kann ich normales Wasser in... ...das hier verwandeln. Aber ich glaube... ...ääh... ...ich brauche wirklich nicht so viel davon. So. Kontaminiertes Wasser, okay. Dafür brauche ich aber... ...ääh... ...Wissenschaftspunkte. Die will ich eigentlich nicht da... ...für den Quatsch will ich das nicht ausgeben, unbedingt. Hm. Ich bin ein Idiot. Ich wollte doch noch gucken, ob ich Wasser... ...in Fuß verwandeln kann. Ähm... ...kann ich bestimmt. Eventuell kann ich Gift oder... ...die Organic Soup da drin verwandeln. Ähm... Mal sehen, die Plasmaflüssigkeit brauche ich jetzt eh gerade nicht. Aber... ...wenn ich erst mal das herstellen. In größeren Massen. Das... ...ja, das ist alles... ...äh... ...das ist alles ziemlich billig... ...herzustellen. Die Algen sind doch das größere Problem. Und selbst da habe ich... ...ne doppelte Herstellung jetzt. Und... ...mal gucken... ...ja... ...haben wir schon wieder sieben Stück davon. Von dem Ding. Das müsste ja reichen für noch ein paar. Ja, für vier Stück nochmal. Also... ...Schiffs-Fuel haben wir jetzt erstmal. Geht mir jetzt nur darum... ...jetzt nochmal rauszufinden nach... ...äh... ...äh... ...für Plasma-Fuel braucht man dieses Pus... ...und für Pus brauchen wir... ...äh... ...will ich gerade mal gucken, ob... ...wir das noch irgendwie erzeugen können. Aus normalem Wasser. Sollte gehen. Eigentlich sollte das überhaupt kein Problem sein. Schon wieder... ...hell... ...okay. Genau, hier war... ...wenn man da ist... ...äh... ...komme ich hier rein. Das müsste... ...gehen. ...ja, hat funktioniert. Interessant. Jetzt ist das andere auch noch... ...äh... ...giftig geworden. Es ist kontaminiertes Wasser. Es ist kein Pus geworden. Okay. Ähm... ...das ist schlecht. Das ist... ...äh... 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 ...hat ich das letzte eigentlich schon freigeschaltet? Research... ...äh... ...Chemistry... ...äh... ...Liquid-Protocyte und... ...Purl-Schleim. Aber Purl... ...da doch, das kriege ich eigentlich schon relativ viel von... ...so ein Penundra-Planeten. Das andere kriegen wir von... ...nem... ...normalen Planeten. Und so ein Protocyte-Planet hat auch die Chance, dass... ...der Kern aus Liquid-Protocyte besteht. Das wäre natürlich der Jackpot. So... ...für die Richtung... ...von Treibstoff. Achso, weil... ...was das hier bringt jetzt... ...ja, es geht, es geht, es geht. Aber das hier, das... ...das lohnt sich schon. Damit komme ich jetzt zumindest wieder von diesem blöden Sonnensystem weg. Was mir... ...relativ gar nichts gebracht hat. Das ist gefährlich. Ja, den können wir nochmal kurz besuchen. So... ...was war das hier? Ich bin ein langweiliger Planet. Ach ne, das war ein Dschungelplanet. Der ist eventuell gar nicht so langweilig, aber ich will ja Aquitus finden. Und ich weiß überhaupt nicht gerade, in welcher Richtung ich da suchen muss. Okay, da geht's lang. Oder ist das wieder das Savali-Schiff? Nerve ich die jetzt gerade nochmal? Könnte sein. Irgendwie dachte ich immer, dass die relativ schnell durchrotieren. Ist es ein Savali-Schiff? Aber ist es das Savali-Schiff? Fragezeichen. Das ich schon mal besucht hab? Wenn ich leere Kisten vorfinde, dann auf jeden Fall. Ne, Moment mal. Das hier sieht doch schon anders aus unten. Ja, die haben noch Fleisch in ihren Kühler. Was ist denn das hier Feines? Meteoritengestein. Okay. Sind wahrscheinlich Gesteinsproben. Oh, was? Astronomisches Teleskop. Ja, cool. Ah, das ist mehr so ein Bergbauschiff. Ähm, ich glaub, da ist noch eine Kiste. Okay, Schiffslogger ist leider leer. Ne, das ist auch nur Konsole. Und hier, das ist alles. So Bergbau-Kugel-Gemäß sieht das aus. Ja. War doch ein ganz netter Besuch. Dankeschön. Jetzt ab aus dem System hier. Und ich fürchte, ich muss doch mal so einen Wetstar oder Frozenstar oder sowas in der Richtung besuchen. Mh, Midnight. Eventuell Midnight. Oder Strange Sea. Mal sehen. Äh, Binary Star. Das könnte es auch sein. Vulkanischer Mond. Dschungel. Ach, was weiß. Ab da hin. Das sollte ja noch drin sein. Hier, das sind relativ nah aneinander, die Steiner. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier die verschiedenen Sachen an. Das müsste der Strange Sea sein. Welches Level bist du? Impossible. Ähm. Ja, aber hier gibt es auch meinen Kratos. Potenziell tödlich. Das ist der unbekannte Planet. Ich habe echt Angst, da jetzt runter zu gehen. Ähm. Pixel hat sich alle ausgegeben. Radioaktivität. Äh. So, schnell nochmal hoch teleportiert. Personal Typ Coder. Ah, okay. Da war Hitze. Da war Gas. Da war einfach alles auf diesem Planeten. Okay. Das, 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 das. Hält mir keine 10 Minuten da drin aus. Aber. Vielleicht halten wir es ein Stückchen länger aus, wenn ich diese Rüstung an habe. Die schützt zumindestens vor einigen Sachen. Dann hatte ich Radioaktivität 3 noch. Ne, Radiation LPP 3 ist, ist, ist noch gegeben. So, hatte ich hier noch jetzt, äh, große. Ah, darum wäre es eigentlich schon schade. Und Blöcke, ja. Ich riskiere es trotzdem nochmal kurz hier drauf zu gehen. Mal gucken, was jetzt noch mich alles erwartet. Ich, ich halte die Taste zum schnellen Hoch. Extreme Mediation. Pressure. Okay, ist abgestürzt. Ich konnte nicht teleportieren. Oh. Oh. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Aber stimmt. Ah. Das scheint. Woran hätte ich mal eher denken können. Okay, kriege ich zufällig Madness auf diesem Planeten? Achso, und ich glaube, ich kann in das Menü, wenn ich hier reingehe, Research, wird mir zumindest nichts angezeigt. Aber ich wäre zumindest verrückt, wenn ich mir diese Musik noch länger anhören muss. Zum Glück habe ich bis jetzt noch keine Gegner gesehen. Der Blutsand ist ja auch wunderschön. Okay. Habe ich jetzt wenigstens alles bei meinem Zeug wieder eingesammelt. Cool, dass ich hier hochgekommen bin. Okay, da sind Gegner. Ich sollte mich von allem fernhalten, was sich irgendwie bewegt hier. Was hat man hier so? Pherosium. Oh, das macht Sinn, dass das direkt an der Oberfläche ist. Aber es könnte sein, dass ich jetzt einfach durch dieses Blutsandgezeugs und so weiter, dass ich daraus schon ein bisschen Qualtes Ohr extrahieren kann. Es könnte sein, dass das reicht zum Machen meiner Rüstung. Aber es müsste eigentlich einen besseren Weg geben. Auf jeden Fall. Ich möchte mich dann langsam hochteleportieren. Ja. Wäre auf jeden Fall ein Grund, mal... Ach, das bin ich selber. Den Mächt zu upgraden. So, ich erwarte eigentlich nicht zu viel von dem hier. Aber... Ah, ne, das sind Kristalle. Das sind andere komische... Das ist der Strange Sea. Okay. Normaler Mond, normaler Mond. Ich will einfach mal wissen, aus was der Strange Sea besteht. Potenziell lethal gas. Und ich habe jetzt gelernt, ich kann ja so einigermaßen... Was braucht der lange? Ich kann ja so einigermaßen lange überleben, wenn ich in meinem Mächt bleibe. Das war schlecht. Was war die Meldung dafür? Warning. Disc Waiting. Disregarding this warning may cause pilot death and or invalid vehicle warranty. Okay, und da drüber? Was stand da? Ich will jetzt nichts eingeben. Ich will... Wissen, was hier drüber stand. Your vehicle is not certified site for this poisonous environment. Okay, es ist eine giftige Umgebung. Da gebe ich mal mein... Äh, Giftschild. Extreme Poison Levels. Das sollte ich überleben. Hoffentlich. Lange genug, um mein Zeug einzusammeln und dann schnell wieder weg hier. Nö, das halte ich. Mal sehen, ist das Viech gefährlich? Okay. Aber ich bin stärker gewesen. Okay, was haben wir hier? Das... Plasma! Hey! Okay. Was machen die Bäume? Savanna Wood. Das hier ist Knochenmehl. Interessant. Und das hier? Brookstone. Achso, ich kann ja... Soll ich das mal riskieren, hier nach unten zu gehen? Wenn ich auf dem Weg da... Ich kann nach unten gehen und der Weile schon mal Fluid einsammeln. Okay. Okay. So, da hinten. Ach, das ist der Baum, den ich gerade gefällt habe. So, ich kann immer noch nach oben teleportieren und eventuell mache ich das auch sofort. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich einfach plötzlich... Hm, manchmal, da leuchtet es noch irgendwie. Ich will nicht in... Irgendwelche Tiefen, wo ich dann nicht mehr rauskomme. Ach, ich habe ein bisschen Angst jetzt... In die Dunkelheit zu gehen. Ja, ab hier kann ich mich auch nicht mehr teleportieren. Ah. Ab hier geht's. Dann mache ich das mal. Okay. Äh, Strange C, den bookmark ich mir mal, als... Äh, Plasma. Accept. Mhm. Dann gucken wir mal die Planeten weiter an. Was haben wir hier? Dark World. Hier gibt's diese ganzen Geschichten. Das wackelt ganz schön rum. Das nervt ein bisschen. Also hier, der Strange C hat mir irgendwie gefallen. Bis darauf, dass mein Mech explodiert ist. Das ist auch eine Dark World, die... Wo ich erstmal kein Quartus sehe. Vielleicht gibt's den, aber ich... Ich sehe ihn halt noch nicht. Das müsste Primal sein. Whisky nur. Volcanic Activity. Hier sehe ich halt nicht alles, was da ist. Äh, Giant Trees. Auch okay. Der Mond fliegt aber ganz schön nah an dem Planeten rum. Was ist denn das Kleine hier? Ach, das ist der Mond von dem Teil. Okay, das ist ein Mountain Planet mit Terrestrium. Dachte ich mir schon. So, und die werden alle gefährlich sein. War ich hier schon? Ja. Das war der Dunkelplanet. Also eigentlich hier. Und das überlebe ich ja eine Weile mit meinem Mech. Wieso mache ich das jetzt? Ich weiß es selber nicht. Ich hoffe... Ich überlebe. Ich glaube, das ist Quartus-Borror hier. Ne, das ist ein Plasma-Dings. Das zählt ja als Erz. Deswegen müsste es theoretisch in die Erzkiste. Ist das Quartus-Ohr? Ist zumindestens hat dieses... Ja, ich habe Quartus-Ohr gefunden. Okay, das können wir finden hier einfach an der Oberfläche. Und solange ich in meinem Mech bleibe, ist alles okay. Achso, ich brauche dann noch dieses Nano-Swing-Verfahren. Aber außerhalb meines Mechs möchte ich diesen Planeten nicht weiter länger belegen, betreten, wie auch immer. Okay, der ganze Blutsand, das ist hoffentlich auch etwas, wo ich da ein bisschen Quartus rauskriege. Das könnte reines Blut sein. Stimmt. Man kann ja eigentlich schon... Das haben wir ja sogar auf unserem Planeten. Blut herstellen. Und Blut zentrifugieren müsste eventuell auch das andere ergeben. Hm. Gucken wir mal. Schaffen wir erstmal unsere Schätze wieder zurück. Eventuell auch gleich alles mit in den Zifter oder so. Okay, die Dinger haben aufgehört zu arbeiten. Ach, weil Wasser ausgegangen ist. 6.000 Wasser. War ich denn das? War das? Achso, ich habe es nie ausgegeben, glaube ich. Könnte zumindest sein. Ein Tausender Block reicht jetzt doch erstmal. So ungefähr. Du kriegst jetzt nochmal. Und du... Hatte ich nicht noch einen Tausender, Fünfhunderter Block? Egal. Ich wünsche mir einen so Take-All-Button für das hier alles. Ja. Könnte jetzt erstmal reichen. So, die sind jetzt erstmal wieder beschäftigt. Okay. Okay. Achso, ich wollte jetzt hier so ein bisschen... Das ist crushable. Aber ich will nicht alles davon weggeben. Hoppla. So, machen wir das mal. Und hier ähnlich. Der Blutsand. Davon hatte ich ja noch ein bisschen... Mehr. Okay. Ähm... Hier müsste ich doch jetzt noch ordentlich das... Das Zeug erstellen können. Mhm. Das Zeug müsste doch wesentlich potenter sein als... Äh... Dingens. Als, äh... Hier, Erde. Kohle. Kohle meine ich. So. Ah, der hat schon ein bisschen... Der fängt schon ab und zu an ein bisschen zu arbeiten. Der auch. Ich hoffe, das reicht. Achso, ich wollte gucken, ob... Äh... Das überhaupt Sinn macht. Äh... Queer... Hm... Quartes Ohr... As Output. Okay. Plasmik Kristall. Geode und Bloodywok. Und Quartes Ohr da. Und Silicon und irgendein komisches Gas. Äh... Plasmik Kristall. Kriege ich den irgendwo her? Plasmik Kristall. Ah, der da. Den hab ich doch. As Output. Ähm... Blutkristall. Bloodywok. Geode und Bloodywok. Wo krieg ich den Blutkristall her? Lass mich raten aus... Bloodywok. Ah, das ist... Äh... Warte mal. Es ist Input. Hm. Es ist Input. Da krieg ich Mulch raus. Okay. Blut, Alge. Okay. Bloodstone bringt gar nichts. Okay, interessant. Okay, also Bloodywoks, äh... Bearbeiten lassen. Der Rest bringt leider nicht so viel. Könnte ich mir das hier auch sparen. Obwohl, ich hab ein bisschen... Loot davon bekommen. Und Zellen. Zellen sind ja auch wichtig. Und das hier war schon leider durch. Und hat leider kein... Neues Erz gebracht. Wie viele Quartes... Ich hab drei Stück nur. Davon... Purefied Extracted. Aber ich brauch ein Quartes Bar. Achso, das muss ich erstmal erlernen. Was hab ich denn hier eigentlich weggeschmissen aus Besehen? Oder... Meine Fackeln sind da gewesen. Hab ich meine Fackeln irgendwann mal im Gefecht... Weggeschmissen? 24 ist auch nicht so viel. Schade. Erstmal was trinken. Auf den Schreck. Ähm... Für die Schleimrüstung. Die letzte. Da war das andere noch... Irgendso Nanofiber. So, zwei Zuschauer hab ich immer noch. Wo es schon so spät ist. Okay, Quartes Bar. Drei Stück. Das ist ja schon... Nanofiber. Irgendwas gedöhnt. Erstmal... Erstmal... Researchen wir... Ähm... Wo ist es? Geologie. Okay, Quartes ist... Ist hier hinten. Tier 6. Das ist doch, oder? Inferno. Ach nee, das ist... Hyrorock oder so ähnlich heißt das Zeug. Pirate. Was ist denn Quartes? Hab ich das schon? Hab ich schon. Das zählt als Tier 4. Ich weiß auch nur warum. Das hab ich schon erforscht anscheinend. Okay, dann fehlt noch das Nanofiber-Gedöns. Das müsste unter Craftmanship sein. Silkswing hatte ich schon lange. Synthetic Fabrics. Carbon und Gift. Für das andere Mutterwisk und Fungal-Icor. Achso, daran scheitete es. Ich glaub von diesen Pilzproben... ...haben wir tatsächlich nicht so viel. Muss ich mal wieder auf so einen Pilzplaneten gehen. Es sei denn, ich krieg das hier irgendwo... ...hier zufällig raus. Ist Output. Mushroom Blocks. Whiting, Wine, Glowing... Okay, ähm... Fungal-Pot. Ah, okay. Advanced Plastics. Wie auch immer das funktioniert. Powder-Sifter mit Alien-Säulen. Ich hätte auf den Alien-Planeten gehen sollen. Verdammt. Hm. Hm, ja. Ist jetzt halt so. Ist alles... ...nicht so gelaufen, wie... ...wie ich es mir vorgestellt habe. Tatsächlich freue ich mich über den Plasma-Planeten. Achso, ich könnte mir... Ah, ne, eine Fahne auf dem Planeten würde ich mir auf keinen Fall bauen. Das wäre selbst Mord. Aber für den Plasma-Planeten hier... ...das war doch der Strange Sea. Ich würde doch nochmal hier diesen Midnight-Planeten angucken. Ob da nicht vielleicht doch noch... ...das andere versteckt ist. Hier würde ich mir gerne eine Flagge aufbauen. Und ich würde... ...mir tatsächlich... ...Vavian-Kristall-Planets... ...die hier klauen. Weil ich glaube... ...ähm... ...die habe ich anscheinend eh schon mitgenommen. Okay, dann ist das weg. ...Quest-Mini-Knock. Das waren... ...ähm... ...das war... ...dass Blackflip sich hier die Sachen nehmen sollte. Aber ich glaube, das hat er getan. Achso, aber wie hätten wir noch... ...ähm... ...Zugang zu jeder Menge Schleim? Das müsste man nur umbenennen. Dann hat das noch seinen Sinn. Wenn ich nochmal Schleim sammeln möchte. Ich will ja nicht wegfliegen von dem Planeten. Okay, Frozen Moon Precursor würde ich auf jeden Fall auch viel, viel später... ...wenn ich dann... ...weiß mal, was man machen kann. Temple Crystal Moon. Sollte das nicht jetzt gelöscht sein? Ne, aber hier drin war ich. Ja... ...toll. Ah, hier ist... ...was versteckt. Hm. Ich hab ja noch ein paar Flaggen. Hier ist eine Flüssigkeit. Oder? Öl. Haben sie Öl versteckt. Ach, ich... ...mach ich das eben mit der Holzhammer-Methode? Ach genau, das war ja ein Tempel-Biom. Ach stimmt, ich hab das ja zuerst von der Seite entdeckt. Living Stone. Okay. Klingt auch so, als wenn ich da coole Sachen rauskriegen könnte. Okay, das ist ja der Teleporter. Ähm, Wasserplanet. Slime. Und der Frozen Moon. Hm. Nein, ich will mit den Dingern mal kurz reden. Hm, dann muss ich halt ganz klassisch eine Flagge bauen. Vielleicht sogar ein paar mehr. Das wäre tatsächlich eine Investition, die sich lohnen würde. Hab ich jetzt eigentlich schon wieder das Inventar voller Sachen, die ich vermissen würde? Ja, doch. So, eine Flagge war Kupferbahn. Ah, nicht so viele Kupferbahnen. Gott, sind das viele. So, das zählt ja alles als Metall. Auch wenn es überhaupt nicht metallisch aussieht, aber... Das passt schon in die Kategorie hier. Ähm. Ja, diese Flashes gehören da rein. Das auch. Haben wir noch ein paar mechanische Teile. Oder eins. Der Rest gehört hier rein. Und... Das war's. Achso, Pflanzenfasern. Ach Gott. Das ist immer noch viel zu viel. Ach, tausend. Damit können wir mal irgendwas cooles machen. So, tausend. Ich glaube, daraus produziere ich jetzt... ...wirklich viele Flaggen. Aber dann... ...dann habe ich genug davon. Und dann kann ich mir jeden coolen Planeten... ...ähm, markieren. Wenn mal das wird gequascht, dann kommt das da rein. ...ähm, living stone. Bin irgendwie grad neugierig, was ich da draus kriegen würde, wenn ich das quasche. Äh, living... ...living coral. Okay, ne. Living stone as input. Flash junk, gravel, pus, baby lava. Okay. Flash, strand, body, bug shell. Oder baby lava. Das klingt alles... Naja. Dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was da drin ist. 1500 Wasser? Ah, das ist das Wasser. Da ist sozusagen... ...so... ...so viel Lava. Und... ...äh, das Zeug. Plasma Fluid. Eigentlich will ich es ja nur haben, wegen dem besonderen Treibstoff. Aber vielleicht kriegt man damit auch irgendwie noch was anderes Cooles. Eventuell braucht man das dann auch... ...hab ich mich verschrieben? Oder... ...damit passiert nix. Äh, wenn ich... ...Flu... ...Plasmic, nicht Plasma. Das Input. Kutaminiertes Wasser und Silicon. Da braucht man vielleicht eine andere Zentrifuge, um das Zeug sinnvoll zu verarbeiten. Aber es könnte durchaus sein, dass wir das noch hier im Labor brauchen für... ...irgendwelche chemischen Sachen. Und eventuell brauchen wir es nur für das eigene Zeug, aber das reicht ja. Ich habe schon wieder Hunger. Ähm... Ich brauche den Loom. Steht der noch irgendwo hier rum? Eventuell ist der noch hier drin. Äh, zuletzt hatte ich den oben gesehen. Ausgerechnet der. Das steht eventuell da oben rum. Oder steht der zufällig... ...hier mit... Ach ne, der Loom ist jetzt eine Nähmaschine. Stimmt ja. Aber steht hier irgendwo eine Nähmaschine rum? Das hier ist keine Nähmaschine. Könnte hier irgendwie Sinn machen. Steht die noch oben irgendwo? Würde ich mir zutrauen, dass ich die oben irgendwo hingesteckt habe. Ähm... Ich habe ja hier noch irgendwie auch genau die Pet Healing Station. Könnte eigentlich auch mal runtergehen. Weil ich... Hier bin ich ja... ...passt nie mehr da. Ähm... Ja, momentan habe ich auch gerade wenig Lust zum schönen Bau. Wird sich bestimmt irgendwann ändern. Hoffentlich. Hoffentlich sehr bald. Aber... Okay, die pumpen fleißig Organic Soup. Ähm... Wasser wird hier gepumpt. Und... Ja, diese... ...Rubic Acid, das ist eigentlich auch schon... ...ziemlich heftig. Kräftig. Ah, 16 Stück. Und hier ist noch gar nichts passiert. Brauch anscheinend eine Weile. Da kommt eventuell dann auf einmal ganz viel raus. Ja, ich werde schon wieder angegriffen. Wo sind die Nähmaschinen jetzt hin? Zur Not brauche ich keine Nähmaschine. Zur Not brauche ich nur... ...ähm... ...das andere Ding. Jetzt habe ich die... ...heilstation wieder nicht mitgenommen. Hm. Was ist das hier? Ist das irgendwie verbunden mit was? Oder steht das nur zu dick rum? Das ist ein Ein- und Auschalter. Aber... Hm. Oder habe ich die Nähmaschine noch im Inventar irgendwie? Das könnte natürlich auch sein. Ich beschwere mich die ganze Zeit und dann habe ich sie selber mitgenommen. Hier ist die Pet Healing Station. Die habe ich tatsächlich mitgenommen. Die platziere ich jetzt einfach mal hier hin. Dann leuchtet es auch schön. Es kann sein, dass ich die mitgenommen habe und abgebaut habe, weil die irgendwie nervige Geräusche gemacht hat. Das kann sein, dass das Zeug hier auch nicht geordnet ist, dass das Zeug hier auch nicht geordnet ist irgendwie. Ähm, also es ist geordnet, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Das hier ist leider nur so ein dekoratives Ding. Nichts, dass das aussieht wie eine Nähmaschine. Ähm. Das müsste hier genau. Spinning Wheel ist Timber, Kappelstone und Seile, von denen ich noch viel habe. Achso, äh, Holz habe ich ja auch noch. Dann nur noch Kappelstone ein bisschen. Also, hoffentlich haben wir noch genügend Kappelstone. Ja, komm. So. Achso, und Zimmer muss ich auch noch herstellen. Slugepaste. Achso, genau, das war Notfallessen. Kann das sein, dass die Nähmaschine komische Geräusche gemacht hat und deswegen genervt hat? Dass ich sie deswegen... Wieso habe ich das jetzt gebaut, ich Idiot? Ich wollte das Spinning Wheel haben. Okay, ich kann es noch bauen. Aber... Das war gerade unnötig knapp. Ach, deswegen vielleicht, weil ich immer noch zu wenig Timber habe. So, Wurfenfabrik? 200 irgendwas. Ähm... Obwohl, warum nicht? War die Flagge hier? Die Flagge war hier. Kann ich jetzt 13 Flaggen bauen? Hm. Da fehlt es immer noch an Wurfenfabrik, von denen ich jetzt... immer noch ziemlich viel habe. Obwohl, ich wollte ja mal das andere Zeug erforschen. Mal sehen... Mal sehen... Brauche ich ein bisschen Gift? Ne, das ist Bio-Use. Dachte ich mir doch, dass wir wesentlich mehr Gift haben, als nur irgendwelche 100. Und das andere war... Und das andere war... Carbon. Ich sage immer, dass ich das mal hier ordnen will, aber dann denke ich mir... Später. Ah, hier ist Carbon. Ah, hier ist Carbon. So, das müsste ja jetzt reichen, um... Ne, das wollte ich. Jetzt das... 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 Synthetische Fasern. Okay. Und das andere war... Ach genau, 20 davon. Ich kann ja mal... Die Pilzblöcke... Ach, so viel haben wir hier. So viel habe ich gar nicht. Ach doch, habe ich. Das sind unterschiedliche. Noch ein Grund, dass... Dass sie auf jeden Fall verschwinden sollte. Ah, der hat schon seinen ganzen Treibstoff durchgejagt. Funktionierst du damit? Doch, das heißt tatsächlich, dass... Das geht. Geht nicht lange, aber es geht irgendwie. So, ich kann jetzt wieder ein bisschen was davon herstellen. Ähm, wenn ich den Rest hätte, könnte ich das. Aber ich habe ja natürlich alles wieder irgendwo reingesteckt. Ich will, dass der das einmal durchzieht. Dass hier der doppelte Block sozusagen weg ist. Das müsste doch gehen. Hier, das ist auch verbraucht worden. Okay. Oder ich habe es einfach nicht in das richtig reingesteckt. Ein bisschen wird ja was davon weggenommen. So, der oben ist durch. Und hier hat sich leider nichts getan. Ähm, ach genau, ich war da beim Flaggen bauen. Aber ich habe jetzt erstmal genug. Hier ist erstmal nichts drin, was ich... Obwohl das ganze Carbon und die... Die anderen Geschichten... Wäre ein bisschen schade drum. Nichts weltbewegendes, aber schade halt. So, weg damit. Das weg. Und... Dann diese Energiedinger. So, Stoff. Wiss ich gar nicht. Verhalte ich einfach mal drin. Dann ab zum Schiff. Ab zum Planeten. Okay. Noch ist es friedlich hier. Und Deserted. Okay. Dann habe ich das andere nur durchgehalten, weil ich... Gerade... Aber obwohl es geht. Und ich habe ja hier maximale... Feuerempfindlichkeit. Und ich verbrenne trotzdem nicht. Ist nur unangenehm. So, Flaggen hatte ich doch erst gerade gebaut. Genau. Aber das Ding habe ich danach sogar noch gebaut. Okay, dann... Schlagnahme ich jetzt diesen Planeten. Und er soll heißen... Und er soll heißen... Ähm... Plasma Sea... Extreme Poison. Damit ich nicht... Damit ich nicht vergesse, dass ich immer Giftschutz einsehen sollte, bevor ich hier... Äh... Äh... Missiedel... Ich sehe gerade... Hier sind irgendwelche Metalle drin. Glaube ich zumindestens. Bone Meal. Oh, Cottonite. Was auch immer genau es ist. Aber ich habe es... Das heißt, da könnte man nach... Einen Planeten auch danach suchen. Interessant. Dass ich mit der Ballform... Nicht... Durchkomme. Ich will noch, dass es ein bisschen Cottonite hier haben. Okay. Habe ich jetzt bekommen. Was ist noch hier da? Surfgas. Das Mars... Okay. Lower to the Distance. Das heißt, wenn ich hier angegriffen werde, dann tut es auch richtig weh. Gut zu wissen. Okay, aber der Planet ist markiert. Ähm... Der Unknown Planet, das... Oh, das ist ein Friendly Ship. Nein, du sollst das Friendly Ship besuchen. Den Unknown Planeten würde ich eigentlich auch gerne markieren, aber... Ähm... Ähm... Schwierig. Andere Liefel... Also, super Liefel-Planeten können wir auch so finden. Okay, das ist ein ganz normales Schiff. Mit einer tollen bunten Kiste, die tolle bunte Gegenstände hat. Okay, hier, das sind alle möglichen Crew-Members. Achso, es könnte sein, dass einer davon irgendwas handeln will. Okay, du wirst handeln. Aber die Sachen interessieren mich nur bedingt. Aber die Sachen interessieren mich. Aber so. Danke für den... Für eure Gastfreundschaft. Und die tollen Gastgebergeschenke. Kann ja mal einen von diesen Planeten doch noch besuchen. Ich weiß jetzt nicht. Du warst Dangerous. Und das war auch Dangerous. Achso, jetzt bin ich gar nicht richtig da gelandet. So. Jetzt fliegt man richtig in den Orbit. Orbit. Von dem Ding. Okay, fünf Stunden schon. Ich hier streame. Ich habe ein bisschen Angst, was mich jetzt als... Dingens erwartet. Extreme Cold. Oder moderate Kälte. Achso, ich habe doch hier... Okay, hier gibt es diese Dunkelbäume. Sowieso immer dunkel hier. Gefühlt. Landfiber. Oh, okay, cool. Aber... Das ist Sand hier, oder? Kann das sein? Ashpile. Okay. Der ganze Planet ist einmal verbrannt. Sozusagen. Okay, der Vogel ist friedlich. Das fieh ich nicht. Okay, hier ist noch eine Kiste mit... Auf jeden Fall in einem coolen Teleporter-Quatsch-Element. So, ich teleportiere mich mal hier weg. Das war das falsche Ding. Das war meine Taste. Wegschmeißen und... Teleportieren sind bei mir zu nah an derselben Stelle. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber... Ich dachte, ich gewöhne mich dran. Aber was... Äh... Aber ich kann mich ja noch später dran gewöhnen. So, was hat man denn hier? Hier hat man einen Frozen Star. Auch noch mit einem Strange Sea. Und Binary Star. Irgendwie will ich nochmal hier nachgucken. Der arktische Planet könnte interessant sein. Und der andere Strange Sea... Will ich mir auch nochmal angucken, was da dran ist. Ah, hier ist jedes Menge... Nochmal eine galaktische Station. Irgendein Dwecknav. Darüber ist aber ein freundliches Schiff. Das sieht aus wie ein Gasplanet. Zu einer von denen, die ich nicht betreten kann. Okay. Der langweiligste Planet überhaupt bis jetzt. Ich kann gar nichts mit dem machen. Aber ich kann mit dem Schiff hier was machen. Das kann ich nämlich mal besuchen gehen. Dann brauche ich unbedingt einen besseren Mech. Auch für den... Äh... Quartes Planeten, auf dem ich gerne unterwegs sein würde. Aber es ist ja gut zu wissen, dass man... Okay, der hat zwei Eingänge. Gehe ich erstmal hier runter. So, gut, dass ihr euer Lager nicht überwacht. Aber... Das würde mich auch trotzdem nicht aufhalten. So, kann es sein, dass... Der Treibstoff von Mech gar nicht mehr so... Ähm... Ah, hier ist noch ein bisschen was. Ah, hier ist die Maus. Ah, Kühlschrank. Weißt du was? Es wird doch eh schlecht, bevor ich dran denke, das in den Kühlschrank zu tun. Ah, so eine Venom-Probe. Sehr gern genommen. Und so ein Ding. Ich glaube, das war's. Okay, dankeschön. Ah, okay. Dann... Oh mein Gott, das ist schon... Halb vier durch. Ähm... Das müsste der Strange Sea sein, wegen dem ich überhaupt hergeflogen bin. Das hat... Oder ist das der Arktik-Planet? Okay, aber auf diesen Strange Sea gibt's auch diese plasmatischen Kristalle. Obwohl, die hab ich jetzt öfters mal gesehen. Vielleicht sollte ich mich eher danach richten. Aus dem krieg ich ja auch, ähm... Zweites Ohr irgendwie extrahiert. Ich guck erst mal, wie's so aussieht. Welche... Statuswerte... Okay, Gift. Aber ich seh noch gar kein... Das ist auch Bone Meal. Ist das denn auch Plasma Fluid hier? Ich geh erst mal so ein bisschen in den Untergrund. Oh, hier ist wieder dieses Cortan. Okay. Ah, okay. Jetzt bin ich in der Flüssigkeit. Und ich wette, es ist auch wieder... Plasma. Okay. 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 Das hier oben sieht aus, als wenn da lauter Metalle drin wären. Nee, es sind einfach... Es ist einfach nur Zellgewebe. Das ist interessant und eklig zugleich. Okay. Cool. So, dann will ich nunmehr noch mal ganz kurz den Arctic-Planeten anschauen. Und ich glaub, dann mach ich jetzt wirklich Schluss. Let's Play geht auch schon wirklich lange. Was war das hier? Ach, das war das Portal. Ich glaub, da komm ich eh noch nicht dran. Das ist ja wirklich Endgame. Okay. Das sieht... Es ist ein Fidget Ocean. Okay. Ich müsste eigentlich die Kälte normal abhalten können. Moderat Cold. Ja, das sieht okay aus. Ich seh grad, ich hab nicht mehr so viel Health. So, erstmal ein bisschen was dagegen tun. Ja, das ist ganz normales Eis und Slush. Das ist wie bei uns zu Hause. Wieso bist du böse? Ich hab dir ja noch nichts getan. Ich hätte dir auch nichts getan. Hättest du mir nichts getan. So, das ist ein ganz normaler Wasserplanet. Kein Eiswasser, sondern normales Wasser. Ich glaub, wir haben auch so mehr als genügend normales Wasser. Aber... Gut zu wissen, dass wir es kriegen könnten. Und weg. So, jetzt wollte ich eigentlich Schluss machen. Aber ich will auch noch mal ganz kurz gucken. Mal sehen. Den Planeten hat man den innersten. Das war der Gasplanet ohne irgendwas. Dann den. Dann... Das war der Strange Sea. Und der äußerste, das war das Portal. Was jetzt noch nichts bringt. Und direkt daneben war der... Wieso brauche ich 200 Fuel, um da hinzukommen? Mal sehen. Im Chat ist immer noch nichts los. Oh, ein Asteroidengürtel. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay. Ich will nur wissen, was der so für Metalle hat um sich herum. Du sollst zu den Planeten fliegen. Okay. Das ist der Dschungelplanet. Mit Dura-Stil. Und der Mond mit den üblichen Mondgeschichten. Wie kann ich denn den Asteroidengürtel anklicken? Anscheinend gar nicht. Mysteriöse Pagode. Ich bin immer noch irritiert. Obwohl, dann würde es ja vielleicht auch dastehen. So. Drei Grassland ist... Mountain. Mountain mit Terrestrium. Oh, okay. Das ist der vulkanische Mond. Der nur heiß ist, aber ansonsten... Nichts Besonderes. Und das ist der Kristallplanet. Mit einem... Schneemond? Okay. Ich hatte mich gerade gefreut. Aber schon zu früh wieder. Okay. Ich finde es gerade schade, dass ich das Ding nicht anklicken kann, aber... Kann auch sein, dass... Doch, da steht Asteroiden. Und das ist das andere Ding. Die sind ein bisschen zu nah aneinander. Die Sterne. Tundra. Tundra hatte ich auch noch nicht. Eine Cybersphäre. Ich glaube, die ist aber viel zu... Schwierig. Das ist auch Fireway Stars. Dying Star. Ab... Was müsste es sein, oder? Da komme ich jetzt eh nicht hin. Das ist auch ziemlich weit weg. Und ich wollte eh ausmachen. Ja, das sollte ich wirklich tun. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ging wieder ziemlich lange. Bin gespannt, wer sich das hier alles noch auf YouTube angeschaut hat bis jetzt. Das Ende war ein bisschen... Na, ich war auf der Suche nach Quietus Bar und ich habe halt keins gefunden. Dann ist halt kein Inhalt da, so lange, bis ich es gefunden hätte. Aber das ist halt auch Teil des Spiels, leider. Mit einer der langweilsten Teile, aber das gehört irgendwie dazu. So mehr freut man sich dann, wenn man eins gefunden hat. Und ich freue mich für alle, die das hier sich angeschaut haben. Und mal schauen, wann ich das nächste Mal wieder Zeit und Lust habe zum Spielen. Bis dahin, ciao. Scheiße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020